Terry Pratchett, Der Zauberhut, gelesen von Volker Niederfahrenhorst Widmung Vor vielen Jahren sah ich in Bath eine wohlbeleibte amerikanische Dame, die einen riesigen karierten Koffer hinter sich herzog. Die kleinen, quietschenden Räder blieben immer wieder in den Pflasterrissen stecken und verliehen dem Ding ein höchst interessantes Eigenleben. In jenem Augenblick wurde Truhe geboren. Ich danke jener Frau und allen anderen Leuten in Orten wie ich weiß nicht wo Nebraska. Vermutlich können sie ein wenig Zuspruch vertragen. Dieses Hörbuch enthält selbstverständlich keine Karte. Der geneigte Hörer mag sich seine eigene zeichnen. Es war einmal ein Mann und er hatte acht Söhne. Ansonsten beschränkte sich seine Bedeutung auf die eines Kommas im Buch der Geschichte. Es ist traurig, aber über gewisse Menschen lässt sich einfach nicht mehr sagen. Der achte Sohn wuchs auf, heiratete und zeugte ebenfalls acht Söhne. Und da es für den achten Sohn eines achten Sohnes nur einen angemessenen Beruf gibt, lernte er die Kunst der Zauberei. Er wurde weise und mächtig, nun zumindest mächtig, trug einen Spitzenhut und normalerweise hätte sich sein Schicksal damit erfüllt. Nicht so in diesem Fall. Er ignorierte die Gebote der Magie und handelte zweifellos entgegen aller Vernunft, wobei die warme, oftmals recht verwirrende und unvernünftige Vernunft des Herzens eine Ausnahme bildet, als er aus den Sälen der Zauberei floh, sich verliebte und heiratete, nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Er hatte sieben Söhne, und jeder von ihnen war schon in der Wiege, mindestens ebenso mächtig wie die übrigen Zauberer auf der Scheibenwelt. Und dann bekam er einen achten Sohn. Einen Zauberer hoch zwei. Eine Quelle der Magie. Einen kreativen Magus. Der Donner eines sommerlichen Gewitters hallte über die Sandsteinklippen. Tief unten saugte das Meer am Kies, so laut wie ein zahnloser Greis, der seine Suppe schlürft. Einige Möwen segelten träge im Aufwind und warteten darauf, dass irgendetwas geschah. Der Vater von acht Zauberern saß im spärlichen, raschelnden Gras am Klippenrand, hielt das Kind in den Armen und starrte über den Ozean. Dunkle Wolken ballten sich am Horizont zusammen und zogen langsam landeinwärts. Sie schoben jene Art von sirupartigem Licht vor sich her, die auf ein zu allem entschlossenes Unwetter hinweist. Als hinter ihm plötzlich Stille herrschte, drehte sich der Vater um und starrte aus tränengeröteten Augen auf eine große Gestalt, die einen schwarzen Kapuzenmantel trug. »Alles weiß, der Rote«, fragte der Fremde. Die Stimme war so hohl wie ein leeres Gewölbe, so dicht wie ein Neutronenstern. »Alles weiß« lächelte das schreckliche Lächeln eines Mannes, der von einem Augenblick zum anderen überschnappt. Er hob das Kind, damit Tod es betrachten konnte. »Mein Sohn«, sagte er, »ich nenne ihn Münze.« »Einnahme ist so gut wie jeder andere«, erwiderte Tod höflich. Aus leeren Augenhöhlen blickte er auf ein kleines, rundliches und schlummerndes Gesicht herab. Allen Gerüchten zum Trotz ist Tod keineswegs grausam. Er versteht nur sein Handwerk. In dieser Hinsicht kann es niemand mit ihm aufnehmen. »Du hast seine Mutter geholt«, sagte Alles weiß. Es war nur eine Feststellung, die er ohne jeden Groll traf. Rauch stieg aus dem Tal hinter den Klippen. Nur Ruinen erinnerten an das Haus des Zauberervaters, und der Wind wehte Asche über die seufzenden Dünen. »Letztendlich fiel sie einem Herzanfall zum Opfer«, erwiderte Tod. »Es gibt schlimmere Arten zu sterben. Glaub mir, ich kenne mich aus.« Alles weiß sah wieder übers Meer. »Ich konnte sie nicht einmal mit meiner Magie retten«, murmelte er. »An manchen Orten versagt selbst die Zauberei.« »Und jetzt hast du es auf das Kind abgesehen?« »Nein. Deinen achten Sohn erwartet ein anderes Schicksal.« »Ich bin deinetwegen gekommen.« »Oh« Der Zauberer stand auf, legte das Kind vorsichtig ins dünne Gras und griff nach einem langen Stab. Schwarzes Metall glänzte, wies viele silberne und goldene Verzierungen auf, die ebenso komplex wie geschmacklos wirkten. Bei dem Metall handelte es sich um Oktiron, die eherne Substanz der Magie. »Ich habe ihn selbst hergestellt«, verkündete alles weiß stolz. »Es heißt, man könne keinen solchen Stab aus Metall schaffen.« Die anderen Zauberer behaupteten, er müsse unbedingt aus Holz bestehen, aber sie irrten sich. »Ich habe mir dabei große Mühe gegeben.« »Er ist das Werk meines Denkens und Fühlens, und ich werde ihn meinem Sohn überlassen.« Seine Fingerkuppen glitten liebevoll über den Stab, der auf die Berührung reagierte und leise summte. »Das Werk meines Denkens und Fühlens«, wiederholte er nachdenklich. »Ein guter Stab«, pflichtete ihm Tod bei. Alles weiß hob ihn und blickte auf seinen achten Sohn herab, der leise gluckste. »Meine Frau wollte eine Tochter«, sagte er. Tod zuckte mit den Schultern. Alles weiß starrte ihn verwirrt und zornig an. »Was ist er?« »Der achte Sohn des achten Sohnes eines achten Sohnes«, gab Tod bereitwillig Auskunft. Der Wind zerrte an seinem Umhang und trieb die dunklen Wolken schneller übers Firmament. »Und was wird er dadurch?« »Ein kreativer Magus, wie du sehr wohl weißt.« Das Gewitter zögerte nicht, Tods bedeutungsvolle Worte mit einem angemessenen Grollen zu untermalen. »Und sein Schicksal«, rief der Vater, um das Fauchen der Böen zu übertönen. Erneut zuckte Tod mit den Achseln. Bei ihm wirkte diese Geste überaus beeindruckend. »Kreative Magier bestimmen ihr Schicksal selbst. Sie sind keine gewöhnlichen Sterblichen wie wir, wie du, meine ich.« Alles weiß lehnte sich auf seinen Stab, trommelte mit den Fingern an schwarzes Oktiron und verlor sich im Labyrinth seiner Gedanken. Nach einigen Sekunden zuckte die linke Braue. »Nein«, sagte er leise, »nein, ich nehme sein Schicksal in meine Hand.« »Davon rate ich dir ab. Schweig und hör gut zu.« Sie warfen mich hinaus, wiesen auf ihre Bücher und Rituale und die magischen Gebote hin. Sie nennen sich Zauberer, aber in ihren fetten Leibern steckt weniger Magie als in meinem kleinen Finger. Sie verbannten mich, mich, weil ich zeigte, dass ich ein Mensch bin. Was wären Menschen ohne Liebe?« »Selten«, vermutete Tod und fügte hinzu, »dennoch.« »Du sollst zuhören! Man verjagte mich und meine Familie, und wir mussten hier Zuflucht suchen, am Ende der Welt. Es war der Kummer, der meine Frau umbrachte. Außerdem haben die angeblichen Zauberer auch versucht, meinen Stab zu stehlen.« Alles Weiß schrie nun, um sich verständlich zu machen. Das Heulen des Sturms wurde immer lauter. »Nun, ich habe nicht meine ganze Macht verloren,« fuhr der Vater finster fort. »Ich sage hier und jetzt, dass mein Sohn die unsichtbare Universität besuchen und den Hut des Erzkanzlers tragen wird, und alle Zauberer auf der Scheibenwelt werden sich vor ihm verneigen. Er wird Ihnen zeigen, was sich in Ihren Herzen verbirgt, in Ihren feigen, habgierigen Herzen. Er soll das Schicksal der ganzen Welt bestimmen, und es wird keine mächtigere Magie geben als seine. Nein!« Tod sprach dieses eine Wort völlig ruhig und gelassen aus. Aber trotzdem zeigte es eine erstaunliche Wirkung. Es war lauter als das Donnern des Gewitters und befreite alles Weiß zumindest zeitweise von seinem Wahn. Der Vater schwankte unsicher. »Wie bitte?«, fragte er. »Ich sagte, nein.« »Nichts ist endgültig oder absolut, abgesehen von mir natürlich.« »Wer mit dem Schicksal herumfuscht, bringt das ganze Universum in Gefahr. Es muss wenigstens ein bisschen Platz für den Zufall bleiben. Die Rechtsanwälte des Verhängnisses verlangen eine Hintertür in jeder Prophezeiung.« Alles Weiß beobachtete das unerbittliche Gesicht des Knochenmanns. »Soll das heißen, ich muss den Zauberern eine Chance lassen?« »Ja.« Die Finger des Vaters machten Pock, Pock, Pock auf dem Mitteil des Stabs. »Dann sollen sie ihre Chance bekommen, wenn die Hölle gefriert,« sagte er. »Nein. Es ist mir nicht gestattet, dir irgendeinen Hinweis auf die Temperaturverhältnisse in der anderen Welt zu geben.« Alles Weiß zögerte kurz. »Na schön. Sie sollen eine Chance erhalten, wenn mein Sohn den Stab wegwirft.« »Keinem Zauberer käme es in den Sinn, seinen Stab wegzuwerfen,« stellte Tod fest. »Die Bindung ist viel zu groß.« »Trotzdem ist es möglich, das musst du zugeben.« Tod dachte darüber nach. Das Verb »müssen« wurde ihm gegenüber nur sehr selten verwendet. Aber unter diesen besonderen Umständen war er zu einem Zugeständnis bereit. »Wie du meinst,« sagte er. »Ist diese Chance klein genug?« »Ich erachte sie als ausreichend winzig. Geradezu molekular.« Alles Weiß entspannte sich ein wenig. »Ich bedauere es nicht,« erklärte er in einem fast normalen Tonfall. »Ich würde noch einmal eine solche Entscheidung treffen. Kinder sind unsere Hoffnung auf die Zukunft.« »Die Zukunft bringt keine Hoffnung,« sagte Tod. »Was denn sonst?« »Mich?« »Abgesehen von dir, meine ich.« Tod musterte ihn verwundert. »Ich verstehe nicht.« Die Böen zischten und fauchten, legten dann eine kurze Pause ein, um Atem zu schöpfen. Eine Möwe nutzte die Gelegenheit, um hastig in ihr Nest an der Klippe zurückzukehren. »Gebt es irgendetwas in der Welt, durch das unser Leben lebenswert wird?« fragte Alles Weiß bitter. Tod überlegte. »Katzen,« sagte er schließlich. »Ja, Katzen sind recht nett.« »Ich verfluche dich!« »Da bist du nicht der Erste,« erwiderte Tod gleichmütig. »Wie viel Zeit bleibt mir!« Tod holte eine große Sanduhr unter seinem Umhang hervor. Die beiden kristallenen Hälften waren mit einem schwarzen und goldenen Gittermuster geschmückt, und die obere enthielt nur wenige Körner. »Oh, ungefähr noch neun Sekunden!« Alles Weiß straffte seine nach wie vor recht eindrucksvolle Gestalt und richtete den Stab aus schimmerndem Metall auf das Kind. Die rechte Hand des Säuglings kroch wie eine kleine, rosafarbene Krabbe unter der Decke hervor und griff danach. »Dann lass mich der erste und letzte Zauberer in der Geschichte dieser Welt sein, der seinen Stab an den achten Sohn weiterreicht,« sagte Alles Weiß langsam und feierlich. »Ich fordere ihn auf, guten Gebrauch davon«, »an deiner Stelle würde ich mich beeilen«, »zu machen, auf dass er der mächtigste«. »Ein Blitz zuckte aus dem Herzen einer Wolke, traf die Hutspitze des Vaters, knisterte über den ausgestreckten Arm, tastete funkenstiebend am Stab entlang und traf das Kind.« Der Zauberer verschwand in einer Rauchwolke. Das dunkle Oktiron glühte grün, weiß und blutrot. Der Knabe lächelte im Schlaf. Als der Donner verhallte, bückte sich Tod und hob behutsam den Säugling an, der daraufhin die Augen öffnete. Sie glühten in einem goldfarbenen Ton, und zwar von innen heraus. Zum ersten Mal in seinem Leben, obgleich dieser Ausdruck nicht ganz angemessen war, begegnete Tod einem Blick, dem er nur mit Mühe standhalten konnte. Die Pupillen beobachteten etwas, das sich einige Zentimeter hinter seiner Stirn zu befinden schien. »Das mit dem Blitz habe ich nicht beabsichtigt«, erklang alles weiß, Stimme aus dem Nichts. »Ist mein Sohn verletzt?« »Nein«. Tod sah das unschuldige und gleichzeitig wissende Lächeln des Knaben. Zögernd drehte er den Kopf. »Er ist ein kreativer Magus.« »Zweifellos wird er weitaus schlimmere Dinge überleben. Wenn du mich nun begleiten würdest?« »Nein.« »Ich muss darauf bestehen. Immerhin bist du tot.« Tod hielt vergeblich nach dem Seelenschatten des Vaters Ausschau. »Wo bist du?« »Im Stab.« Tod lehnte sich auf seine Sense und seufzte. »Wie närrisch von dir. Ich könnte dich leicht herausschneiden.« »Nicht ohne den Stab zu beschädigen«, antwortete der Körperlose alles weiß. Tod glaubte in der Stimme eine gewisse Genugtuung zu hören. »Das Kind hat ihn entgegengenommen, und das bedeutet, wenn du den Stab zerstörst, bringst du meinen Sohn um, obwohl seine Zeit noch nicht abgelaufen ist. Ganz im Gegenteil, sie hat gerade erst begonnen. Wenn du ihn tötest, bringst du das Schicksal durcheinander.« Mit deutlichem Triumph fügte der Vater hinzu, »Meine letzte Magie. Gerissen von mir, nicht wahr?« Tod betastete den Zauberstab. Schwarzes Oktiron knisterte leise, und höhnische Funken tanzten übers dunkle Metall. Seltsamerweise wurde der Knochenmann überhaupt nicht wütend. Ärger und Zorn sind Gefühle, und um Gefühle zu empfinden, braucht man Drüsen, an denen es Tod mangelte. Deshalb musste er sich ziemlich anstrengen, um auch nur ein wenig ungehalten zu werden. Er seufzte erneut. Dauernd versuchten irgendwelche Leute, ihm ein Schnippchen zu schlagen, aber wenigstens bewies der Zauberer in diesem Zusammenhang mehr Einfallsreichtum als viele seiner Vorgänger. Den meisten fiel nur eine symbolische Schachpartie ein, die Tod fürchtete, weil er sich nie daran erinnern konnte, wie man den Springer setzte. »Du schiebst das Unvermeidliche nur hinaus«, sagte er. »Genau darum geht es im Leben.« »Aber was erhoffst du dir davon?« »Ich kann die ganze Zeit über bei meinem Sohn sein und ihn lehren, obwohl er meine Präsenz überhaupt nicht spürt. Ich geleite ihn in die Sphäre des Wissens und Verstehens, und wenn er bereit ist, führe ich ihn zur Macht.« »Da fällt mir ein, wohin hast du deine anderen Söhne geführt?« »Ich habe sie rausgeworfen. Sie wagten es, mir zu widersprechen. Sie wollten nicht auf mich hören, lehnten es ab, sich von mir unterweisen zu lassen. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Knabe den Rat seines Vaters beherzigt.« »Hältst du das für klug?« Der Zauberstab schwieg. Das Kind daneben lächelte, lauschte einer Stimme, die für den Rest der Welt unhörbar blieb. Es gibt keine Analogie für die Art und Weise, in der die kosmische Schildkröte Groß-Arduin durch die galaktische Nacht wandert. Wenn man zehntausend Meilen lang ist und einen von Meteoriten zerkratzten Panzer hat, auf dem hier und dort Kometeneis glänzt, kann man mit nichts verglichen werden. Groß-Arduin ist schlicht und einfach die größte Schildkröte, die je gelebt hat. In aller Seelenruhe gleitet sie oder er durch die interstellaren Tiefen und auf ihrem, seinem Rücken stehen vier gewaltige Elefanten, Träger der weiten, glitzernden und von einem ewigen Wasserfall gesäumten Scheibenwelt. Sie verdankt ihrer Existenz entweder einer Störung im allgemeinen Gefüge der Wahrscheinlichkeit oder, was eher anzunehmen ist, einem Scherz der Götter. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass Götter mehr Humor haben als viele Menschen. In der unsichtbaren Universität von Ankh-Morpork, einer alten, großen und wie ein Krebsgeschwür wuchenden Stadt unweit des runden Meeres, befand sich ein ganz besonderes Samtkissen. Es lag in einer der oberen Kammern. Und darauf ruhte ein Hut. Natürlich handelte es sich um einen speziellen Hut. Es war ein prächtiger, ein einzigartiger Hut. Er lief spitz zu, wie es sich gehörte, und er verfügte über eine breite, herabhängende Krempe. Nach diesen elementaren Merkmalen ließ der entsprechende Designer seiner schöpferischen Fantasie freien Lauf. Er stattete sein Werk mit goldenen Spitzen, Perlen und erlesenen Gezieferstreifen aus, fügte funkelnde Anksteine sowie einige ausgesprochen geschmacklose Pailletten hinzu und zögerte nicht, das Ergebnis seiner gestalterischen Bemühungen mit einer Kette aus Oktarinen zu krönen. Anksteine ähneln Reinkieseln, stammen jedoch aus einem anderen Fluss. Wenn es um glitzernde Objekte geht, offenbaren Zauberer so viel Geschmack und Selbstdisziplin wie eine geistesgestörte Elster. Da die Steine derzeit keinem starken magischen Feld ausgesetzt waren, glühten sie nicht und sahen wie minderwertige Diamanten aus. Der Frühling hatte in Ank-Morpork Einzug gehalten, obwohl das nicht sofort ersichtlich wurde. Es gab jedoch einige subtile Anzeichen, die Eingeweihte zu deuten verstanden. Zum Beispiel verfärbte sich der Schaumgrün, der auf dem breiten Angststrom schwamm, einem Fluss, sofern er diese Bezeichnung verdiente, der für die Bürger gleich mehrere Zwecke erfüllte. Er diente als Trinkwasserreservoir, Kanalisation und häufig benutzter Friedhof. Fleißige Hausfrauen kamen auf die Idee, im blassen, zögernden Sonnenschein Wanzen und andere Insekten aus der Winterwäsche zu schütteln und daraufhin entwickelten viele Dächer Knospen in Form von Matratzen, Nackenrollen und Laken. In dunklen, muffigen Kellern knackte und knirschte es im Gebälk, als das trockene Holz den uralten Ruf des Saftes vernahm und von Wurzeln und Wäldern träumte. Vögel nisteten zwischen den Giebeln und Zinnen der unsichtbaren Universität, wobei allerdings Folgendes auffiel. Ganz gleich, wie wenige Nistplätze zur Verfügung standen, keine einzige Taube ließ sich in den einladend geöffneten Mäulern der steinernen Figuren am Dachrand nieder, was die in Granit gehauenen Ungeheuer verständlicherweise enttäuschte. Auch in der Universität selbst herrschte eine Art Frühling. An diesem Abend begann das Fest der geringen Götter und dabei sollte ein neuer Erzkanzler gewählt werden. Nun, von einer Wahl in dem Sinne konnte eigentlich keine Rede sein, denn Zauberer hielten nicht viel davon, ihre Stimme abzugeben. Sie befürchteten, sie später nicht zurückzuerhalten. Außerdem wussten sie, dass neue Erzkanzler von den Göttern aus erkoren wurden, und in diesem Jahr zweifelte kaum jemand daran, dass sie sich auf den alten Wirret-Festschmaus einigten. Schon seit einer ganzen Weile wartete er mehr oder weniger geduldig darauf, an die Reihe zu kommen. Der Erzkanzler der unsichtbaren Universität galt als offizielles Oberhaupt aller Zauberer auf der Scheibenwelt. Frühere Taumaturgen, die einen so hohen Rang bekleideten, mussten beweisen, dass sie mit allen magischen Wassern gewaschen waren, aber inzwischen herrschten ruhigere Zeiten, und alle respektablen Senior-Zauberer hielten solche Dinge für unter ihrer Würde. Sie zogen gewöhnliche Verwaltungsarbeiten vor, die sicherer waren und fast ebenso viel Spaß machten. Und sie liebten üppige Mahlzeiten. Der lange Nachmittag zog sich weiterhin in die Länge. Der Hut ruhte noch immer auf seinem verblassten Samtkissen in Wirret-Festschmaus' Kammer, während der zukünftige Erzkanzler in seiner Badewanne saß und sich den Bart schrubbte. Andere Zauberer dösten in ihren magischen Laboratorien oder wanderten durch den Garten, um für das bevorstehende Abendessen ihren Appetit zu stimulieren. Sie wussten, dass dazu Bewegung notwendig war, aber die meisten erachteten es als völlig ausreichend, eine kurze, höchstens zehn Stufen hohe Treppe zu erklimmen. Im großen Saal machten sich die Bediensteten ans Werk. Unter den ernsten Blicken von zweihundert gemalten oder marmornen Erzkanzlern begannen sie damit, die langen Tische zu decken, während in den vielen Küchengewölben... Nun, in dieser Hinsicht sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Der Leser sollte bei seinen Vorstellungen nicht nur eine Menge Öl und Fett berücksichtigen, sondern auch schweißtreibende Hitze, lautes Geschrei, Fässer mit Kaviar, gebratene Ochsen und lange Stricke mit Würsten, die wie Papierschlangen von Wand zu Wand reichten. Der Chefkoch hatte sich in eins der kühleren Zimmer zurückgezogen und arbeitete hingebungsvoll an einem Modell der Universität. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen wählte er Butter als Darstellungsmasse. Er präsentierte immer solche Kunstwerke, wenn ein Fest anstand. Butterschwäne, Buttergebäude, ganze ranzige Menagerien. Und er fand solchen Gefallen daran, dass niemand den Mut aufbrachte, ihm Einhalt zu gebieten. Unterdessen durchstreifte der Butler das Kellerlabyrinth, wandte sich den Weinfässern zu, füllte Dutzende von Karaffen und nahm seine Pflicht wahr, indem er sorgfältig probierte. Als er sich auf den Rückweg machte, taumelte er leicht. Selbst die Raben ließen sich von der Aufregung anstecken. Sie wohnten im Kunstturm, der fast 300 Meter weit gen Himmel ragte und als höchstes Gebäude auf der Scheibenwelt galt. Das verwitterte Gestein bildete die Grundlage für einen prächtig gedeihenden Miniaturwald hoch über den Dächern der Stadt. Völlig neue Gattungen von Käfern und kleinen Säugetieren entwickelten sich dort. Und da sich nur selten jemand in den Turm verirrte, er wies die unangenehme Eigenschaft auf, schon bei leichtem Wind zu schwanken, fühlten sich die Raben dort völlig ungestört. Doch jetzt schwirrten sie nervös umher, wie Mücken kurz vor einem Gewitter. Es wäre nicht unbedingt falsch gewesen, wenn jemand den Kopf gehoben, die Vögel beobachtet und Verdacht geschöpft hätte. Etwas Schreckliches bahnte sich an. Sie wissen das bereits, nicht wahr? Betreffende Ahnungen beschränken sich nicht nur auf den Leser. »Was ist denn los?«, rief Rinswind, um das laute Rasseln, Knistern und Knarren zu übertönen. Der Bibliothekar duckte sich, als ein in Leder gebundenes Buch aus dem Regal sprang und am Ende seiner Kette verharrte. Er warf sich zu Boden und landete auf einer Ausgabe von »Malefizius Entdekung der Dämonologie«, die mit fanatischem Eifer an ein nahes Pult hämmerte. »Uff«, sagte er. Rinswind presste die Schulter an ein zitterndes Regal und mit den Knien zwang er einige trotzige Bände an ihren angestammten Platz zurück. Es herrschte ein schier ohrenbetäubender Lärm. Magische Bücher führen ein gewisses Eigenleben und einige von ihnen sind entschieden zu vital. Exemplare der ersten Auflage des Necrotelikomnikon müssen zum Beispiel zwischen zwei dicken Stahlplatten aufbewahrt werden. Die »Wahre Kunst der Levitation« verbrachte die letzten 150 Jahre auf dem Dachboden und »Scheuderich Heißbluts Kompendium über sexuelle Magie« liegt in einem mit Eis gefüllten Fass. Es hat ein ganzes Zimmer für sich allein und die Tür war vorsichtshalber mit zwei Riegeln und vier Schlössern gesichert. Eine strenge Regel besagt, dass es nur von Zauberern gelesen werden darf, die mindestens 80 Jahre alt oder tot sind. Aber selbst die gewöhnlichen Grimoires und Inkunabeln in den Hauptregalen waren so unruhig wie die Bewohner eines Hühnerhauses, das von einem Fuchs besucht wird. Zwischen den geschlossenen Deckeln kratzte es leise, so als strichen Klauen übers Pergament. »Was hast du gesagt?« schrie Rinswind. »Mh! Genau!« Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass sich die Bibliothek der unsichtbaren Universität für niemanden eignet, der eine ruhige Stelle sucht. Einer von vielen magischen Zwischenfällen verwandelte den Bibliothekar in einen Orang-Utan und er widerstand allen Versuchen, ihm wieder menschliche Gestalt zu geben. Er hat Gefallen an den praktischen langen Armen und greiffähigen Zehen gefunden und er mag es auch, sich ungeniert in aller Öffentlichkeit zu kratzen. Der größte Vorteil seiner Affenexistenz besteht jedoch darin, dass sich alle wichtigen Probleme des Lebens auf die schlichte Frage reduzieren, wer ihm die nächste Banane gibt. Man kann keineswegs behaupten, dass er den emotionalen Reichtum des menschlichen Lebens vergessen hat. Er zieht es nur vor, seinen Seelenfrieden nicht mit so erhabenen Dingen wie Verzweiflung, Kummer, verletzter Eitelkeit und falschem Ehrgeiz zu belasten. Als ehrenamtlicher, stellvertretender Bibliothekar beschränkte sich Rincewinds Tätigkeit im Großen und Ganzen darauf, Indexlisten zu erstellen und Bananen zu holen. Er bewunderte die routinierte Kompetenz seines Vorgesetzten, der gelassen an den Regalen vorbei wankte, hier tröstend über einen schwarzen Bandstrich und dort einige erschrockene Wörterbücher mit leisem Affenmurmeln beruhigte. Nach einer Weile ließ die literarische Panik in der Bibliothek nach und Rincewind wagte es, sich zu entspannen. Doch es war ein trügerischer Frieden. An vielen Stellen knisterten Blätter und in fernen Regalen knarrten trotzige Buchrücken. Nach der ersten Aufregung ließ sich die nervöse Wachsamkeit der Bibliothek mit der einer Katze vergleichen, die das gut gefüllte Lager einer Schaukelstuhlfabrik durchstreift. Der Bibliothekar kehrte zurück. Sein Gesicht konnte nur in einem Lastwagenreifen Sympathie wecken und zeigte ein ständiges, schiefes Lächeln, das jedoch über seine wahren Empfindungen hinwegtäuschte. Als Rincewind beobachtete, wie der Affe unter seinen Lieblingstisch kroch und sich eine Decke über den Kopf zog, hielt er zumindest eine gewisse Besorgnis für angebracht. Sehen Sie sich den Stellvertreter des Orang-Utans an, während sein argwöhnischer Blick über die stummen, verdrießlichen Regale schweift. Auf der Scheibenwelt gibt es acht Stufen der Zauberei. Und nach 16 Jahren hat es Rincewind nicht einmal geschafft, Stufe 1 zu erreichen. Seine Lehrer vertraten sogar die Ansicht, dass es ihm an den notwendigen Fähigkeiten für die Stufe 0 fehlt, obgleich die meisten Menschen auf dieser magischen Ebene geboren werden. Um es anders auszudrücken, ein Statistiker würde darauf hinweisen, dass durch Rincewinds Tod das durchschnittliche okkulte Leistungsvermögen der Menschheit um einen Bruchteil stiege. Er ist groß und hager und hat einen strubbeligen Bart, der deutlich darauf hinweist, dass ihn die Natur nicht als Bartträger vorgesehen hat. Er hüllt sich in einen dunkelroten Umhang, der schon bessere Tage bzw. Jahre gesehen hat. Trotzdem erkennt man auf den ersten Blick, dass er ein Zauberer ist. Auf seinem Kopf ruht ein spitzer Hut mit angemessen breiter und schlaffer Krempe. Und an dem aufragenden Kegel glänzen silberne Buchstaben, die das Wort Zauberber bilden. Ganz offensichtlich stammen sie von jemandem, der mit Nadel und Faden ebenso unvertraut ist wie mit der Orthographie. Oben baumelt ein Stern. Die meisten Pailletten fehlen, sind längst abgefallen. Rincewind rückte sich seinen Hut zurecht, hastete durch die uralten Türen der Bibliothek und trat in goldenen Sonnenschein. In der Stille des Nachmittags war nur das hysterische Krächzen der Raben zu hören, die über dem Kunstturm hin- und herflatterten. Rincewind starrte eine Zeit lang zu ihnen empor. Die Raben der unsichtbaren Universität galten als recht hart im Nehmen. Schicksal und Verhängnis mussten sich wirklich etwas einfallen lassen, um sie in Unruhe zu versetzen. Andererseits... Über Ankh-Morpork spannte sich ein blauer Himmel, an dem hier und dort einige Wolkenfetzen klebten. Die Sonne neigte sich allmählich dem Horizont entgegen und ihr Licht verlieh dem fransigen Weiß am Firmament einen rötlichen Glanz. Die alten Eichen auf dem viereckigen Innenhof der Universität standen in voller Blüte. Aus einem offenen Fenster drangen die schrillen, jammernden Laute eines gequälten Musikinstruments. Ein magischer Schüler, der mit nur wenig Erfolg versuchte, auf einer Violine zu spielen. Nun, die allgemeine Atmosphäre war alles andere als unheilvoll. Rincewind lehnte sich an die warme Mauer und schrie. Das Gebäude zitterte. Er spürte, wie die Vibrationen erst die Hand erfassten und dann durch den Arm krochen. Ein vages Prickeln in genau der richtigen Frequenz, um namenloses Grauen zum Ausdruck zu bringen. Die Steine fürchteten sich. Rincewind riss entsetzt die Augen auf, als er ein leises Klirren vernahm. Die verzierte Deckplatte mehrerer Abflussrinnen kippte zur Seite und die spitze Schnauze einer Universitätsratte kam zum Vorschein. Das kleine Nagetier bedachte den Zauberer mit einem verzweifelten Blick, trippelte ins Freie und sauste an ihm vorbei, gefolgt von einigen Familienangehörigen, Freunden und Bekannten. Manche von ihnen trugen Kleidung, aber das war nicht weiter verwunderlich. Die intensive magische Strahlung in der unsichtbaren Universität stellt seltsame Dinge mit den Genen an. Rincewind blinzelte verwirrt und erschrocken, beobachtete eine wahre Flut aus grauen Leibern. Hunderte von Ratten krochen aus ihren Schlupflöchern und flohen zum Außenwall. Der Efeu neben ihm raschelte und mehrere Mäuse riskierten todesverachtende Sprünge auf seine Schulter, kletterten eilig am dunkelroten Umhang herab und schlossen sich ihren größeren Brüdern an. Sie schenkten Rincewind nicht die geringste Bedeutung und auch das war nicht ungewöhnlich. Die meisten Geschöpfe ignorierten ihn. Er wirbelte um die eigene Achse, stürmte mit wehendem Mantel ins Gebäude zurück und hielt erst inne, als er das Büro des Quästors erreichte. Fast eine Minute lang hämmerte er an die Tür und schließlich öffnete sie sich einen Spalt breit. »Oh, Rincewind, nicht wahr?« fragte der Quästor. Er wirkte nicht gerade begeistert. »Was ist los?« »Wir sinken!« Spelzdinkel, so hieß der Quästor, musterte ihn eine Zeit lang. Er war groß und drahtig. Er weckte den Anschein, als sei er irgendwann einmal ein Pferd gewesen, dem die Reinkarnation als Mensch gelang. Wer ihm begegnete, gewann den Eindruck, von Zähnen angestarrt zu werden. »Wir sinken?« wiederholte er. »Ja, alle Ratten fliehen!« Der Quästor holte tief Luft. »Komm herein!« sagte er freundlich. Rincewind folgte ihm in einen niedrigen, dunklen Raum, trat zusammen mit Spelzdinkel ans Fenster heran. Es gewährte einen ungehinderten Blick über den Garten bis hin zum Fluss, der seine stinkende Last friedlich zum Meer trug. »Du hast es nicht etwa...« »Übertrieben, oder?« fragte der Quästor. »Was soll ich übertrieben haben?« erwiderte Rincewind schuldbewusst. »Weißt du, dies ist ein Gebäude,« sagte Spelzdinkel und drehte sich eine Zigarette, das typische Verhalten eines Zauberers, der sich mit einem Rätsel konfrontiert sieht. »Einige Hinweise sprechen deutlich dafür, dass wir uns nicht in einem Schiff befinden. Zum Beispiel halte ich vergeblich nach Delfinen Ausschau, die fröhlich vor dem Bug tollen, und es fehlt auch das übliche Leckwasser. Mit anderen Worten, es besteht nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir sinken. Andernfalls müssten wir in die Rettungsboote klettern und zum Ufer rudern. »Hm?« »Aber die Ratten!« »Eine Art Frühlingsritual. Vielleicht ist gerade ein Weizenfrachter im Hafen vor Anker gegangen.« »Außerdem habe ich gespürt, wie die Universität erzitterte,« fügte Rincewind ein wenig unsicher hinzu. Verwirrt sah er sich im Zimmer um. Die Wände waren beruhigend massiv, und das Feuer im Kamin knisterte vorlaut, wirkte überhaupt nicht eingeschüchtert. Alles schien in bester Ordnung zu sein. »Ein kurzes Beben, weiter nichts. Vermutlich hatte Groß Arthwin einen Schluck auf. Du solltest dich zusammenreißen. Hast du vielleicht etwas getrunken? Nein! Möchtest du einen Schluck?« Spelzdinkel schlenderte zu einem dunklen Eichenschrank, griff nach einer Karaffe und füllte zwei Gläser. »Um diese Jahreszeit ziehe ich Sherry vor,« sagte der Quästor und deutete auf die Gläser. »Wie magst du ihn lieber, trocken oder süß?« »Na, danke,« entgegnete Rincewind. »Bestimmt hast du recht, ich sollte mich ein wenig ausruhen.« »Gute Idee!« Rincewind verließ die Kammer und wanderte durch kühle, steinerne Flure. Ab und zu berührte er eine Wand, horchte und schüttelte den Kopf. Als er erneut den Innenhof überquerte, bemerkte er Dutzende von Mäusen, die an einem Balkon vorbeiliefen und in Richtung Fluss hasteten. Der Boden unter ihnen schien sich ebenfalls zu bewegen. Er sah genauer hin und stellte fest, dass die Mäuse über die Chitinrücken von Myriaden Ameisen liefen. Selbstverständlich handelte es sich nicht um gewöhnliche Ameisen. Das jahrhundertelange Tröpfeln von magischer Energie in den Mauern der unsichtbaren Universität zeigte deutliche Wirkung. Einige Exemplare der Gattung Formicoide zogen winzige Karren, während andere auf abgerichteten Käfern ritten. Und sie alle machten sich so schnell wie möglich aus dem Staub. Ein rotbraunes Heer, das vor einem unbekannten Feind die Flucht ergriff. Ein sonderbarer Wind schien das Gras auf dem Platz zu erfassen, als die Ameisenstreitmacht abrückte. Rincewind hob den Kopf, als eine alte, gestreifte Matratze durch eins der oberen Fenster geschoben wurde und aufs Pflaster herabfiel. Nach einer kurzen Pause, wahrscheinlich schöpfte sie Atem, stemmte sie sich ein wenig in die Höhe, marschierte zielstrebig über den Rasen und hielt genau auf den Zauberer zu, der im letzten Augenblick zur Seite sprang. Er vernahm ein fast schrilles Zirpen, und sein verblüffter Blick fiel auf tausende von entschlossenen Beinen unter dem dicken Stoff. Selbst die Wanzen machten sich auf und davon, und da sie nicht wussten, ob sie woanders eine ebenso komfortable Unterkunft fanden, beschlossen sie, auf Nummer sicher zu gehen. Eine von ihnen winkte und quiekte einen Gruß. Rincewind wich zurück, bis etwas seinen Rücken berührte und ihn erstarren ließ. Er wandte sich um, sah eine steinerne Bank und beobachtete sie argwöhnisch. Als er sicher sein konnte, dass sie nicht die geringste Absicht hatte, ebenfalls zu fliehen, seufzte er leise und nahm Platz. Bestimmt gibt es für all das eine ganz natürliche Erklärung, dachte er, oder eine völlig normale, übernatürliche. Er hörte ein dumpfes Knirschen und drehte den Kopf. Dafür gab es sicher keine natürliche Erklärung. Mit geradezu quälender Langsamkeit verließen die granitenen Figuren das Dach. Sie kletterten an Brüstungen und Regenrinnen herab, und außer dem gelegentlichen Kratzen von Stein auf Stein blieb alles still. Bedauerlicherweise wusste Rincewind nicht, was es mit schlechter Zeitrafferfotografie auf sich hat, denn sonst hätte er den Vorgang in allen Einzelheiten beschreiben können. Die steinernen Ungeheuer bewegten sich nicht in dem Sinne, sondern kamen in Form plötzlicher Ortswechsel voran. Erst befanden sie sich an einer Stelle, dann an einer anderen, wobei die Unterschiede manchmal nur wenige Zentimeter betrugen. In einer stummen Prozession aus Schnäbeln, Mähnen, Schwingen, Klauen und Taubenkot ruckten sie an dem Zauberer vorbei. »Was geht hier vor?«, krächtste Rincewind. Eine Mischung aus Kobold, Harpie und Huhn blieb stehen und drehte mit kurzen, knappen Zuckungen den Kopf. Die Stimme klang wie die Peristaltik eines Gebirges, obgleich die Resonanz ein wenig unter dem Umstand litt, dass die Gestalt ihren Rachen nicht schließen konnte, als das Wesen sagte, »Ein arer oberer Amt, oe!« »Wie bitte?«, erwiderte Rincewind. Aber das granitene Monstrum gab keine Antwort, setzte seinen Weg fort und stapfte über den uralten Rasen. Als der Obergärtner der unsichtbaren Universität später die von den Steingeschöpfen zurückgelassenen Furchen sah, zerbiss er seine Harkel und sprach folgende beruehmt gewordenen Worte. »Wie bekommt man einen solchen Rasen? Man maet und walzt ihn 500 Jahre lang, und dann latschen einige Mistkerle einfach darüber hinweg.« Rincewind blieb sitzen und starrte zehn Sekunden lang ins Leere, bevor er einen Schrei ausstieß und so schnell lief wie noch nie zuvor in seinem Leben. Er verharrte erst, als er sein Zimmer im Bibliotheksflügel erreichte. Es war eine eher bescheidene Unterkunft, die in erster Linie als Lager für alte Möbel diente, aber Rincewind verband damit Vorstellungen von Heim und Sicherheit. An der einen dunklen Wand stand ein großer Kleiderschrank. Er gehörte nicht zu den modernen Kleiderschränken, deren einziger Zweck darin besteht, nervöse Liebhaber zu verstecken, wenn der Ehemann früher als erwartet nach Hause zurückkehrt. Nein, es war ein wuchtiges Ding aus Eichenholz, so schwarz wie die Nacht. In seinen staubigen Tiefen lauerten Kleiderbuegel und vermehrten sich, und in den unteren Fächern wimmelte es von vergessenen Schuhen. Vielleicht verbargen sich irgendwelche wundersame Welten hinter der Rückwand, aber sie blieben unentdeckt, weil niemand den Gestank der vielen Mottenkugeln ertragen konnte. Auf diesem Schrank ruhte eine große, von vergilbtem Papier und alten Laken umhüllte, mit Messingbeschlägen versehene Truhe namens Truhe. Niemand wusste, warum sie Rincewind für ihren Eigentümer hielt. Wahrscheinlich gab es im ganzen Multiversum keine anderen Reiseutensilien, die auch nur annähernd so geheimnisvoll waren und sich wiederholt der schweren Körperverletzung schuldig gemacht hatten. Truhe wurde häufig als eine Mischung zwischen Koffer und wahnsinnigem Mörder beschrieben. Sie verfügte über viele Eigenschaften, und im Laufe dieser Geschichte wird der Leser einige kennenlernen. Derzeit aber unterschied sie sich nur in einer Hinsicht von allen anderen Messingbeschlagenen Truhen. Sie schnarchte, und es klang als säge jemand langsam durch hartes Holz. Truhe ist zweifellos magischer Natur, und bestimmte Leute haben allen Grund, sich vor ihr zu fürchten, aber in einem Punkt ähnelte sie allen anderen Gepäckstücken auf der Scheibenwelt. Während des Winters wurde sie träge und schlummerte gern auf einem Kleiderschrank. Rinswind stieß sie mehrmals mit dem Besen an, bis das Sägen aufhörte. Dann wandte er sich der Bananenkiste zu, die er als Tisch verwendete, stopfte sich verschiedene Gegenstände in die Taschen und eilte zur Tür. Ihm fiel auf, dass seine Matratze fehlte, aber er machte sich nichts daraus, weil er entschlossen war, nie wieder auf irgendwelchen Matratzen zu schlafen. Truhe landete mit einem lauten Pochen auf dem Boden. Nach einigen Sekunden zeigte sie Dutzende von kleinen, rosafarbenen Füßen, neigte sich von einer Seite zur anderen und streckte die Beine, bevor sie die Klappe öffnete und gähnte. Kommst du nun oder nicht? fragte Rinswind. Die Klappe schloss sich wieder. Die winzigen Füße gerieten in Bewegung, als sich Truhe umdrehte, der Tür zuwandte und ihrem Herrn folgte. In der Bibliothek herrschte noch immer eine gewisse Anspannung. Hier und dort rasselten Ketten und altes Pergament knisterte. In den meisten alten Bibliotheken kettet man Bücher an die Regale, damit sie nicht von literarisch interessierten Personen beschädigt werden. In der Bibliothek der unsichtbaren Universität ist es genau umgekehrt. Rinswind trat an den Tisch heran und griff nach dem haarigen Arm des Bibliothekars, der noch immer unter seiner Decke kauerte. »Lass uns von hier verschwinden!« »Hm?« Rinswind rollte mit den Augen. »Wenn du mich begleitest, gebe ich dir einen aus«, sagte er verzweifelt. Der Bibliothekar entfaltete sich wie eine vierbeinige Spinne. »Hm?« Rinswind zog den Affen unterm Tisch hervor und durch die Tür. Er entschied sich gegen das Haupttor der Universität, lief stattdessen zu einer eigentlich völlig normal wirkenden Wand. Einige lose Mauersteine gaben den Studenten seit 2000 Jahren die Möglichkeit, nach dem magischen Zapfenstreich zurückzukehren, ohne von ihren Lehrern erwischt zu werden. Nach einigen Metern blieb Rinswind so plötzlich stehen, dass der Bibliothekar gegen ihn stieß und Truhe auf sie beide prallte. »Bei allen Göttern!« entfuhr es dem Zauberer. »Sieh dir das an!« »Hm?« Eine schwarze Flut strömte aus einem Abflussgitter in der Nähe des Küchenbereichs. Frühes Sternenlicht spiegelte sich auf Millionen von kleinen schwarzen Rücken wieder. Aber es waren nicht die Kakerlaken an sich, die Rinswind so sehr verwirrten. Vielmehr galt sein bestürztes Erstaunen der Tatsache, dass sie im Gleichschritt marschierten, jeweils hundert nebeneinander. Natürlich hatten sich die Insekten durch das starke magische Feld ebenso verändert wie alle anderen inoffiziellen Bewohner der Universität. Doch Milliarden von winzigen Beinen, die sich genau im Takt bewegten, verursachten ein außerordentlich beunruhigend klingendes Geräusch. Rinswind trat vorsichtig an der Marschkolonne vorbei, während der Bibliothekar mit einem Satz darüber hinweg sprang. Truhe allerdings, als sie ihnen folgte, klang es so, als tanze jemand auf Kartoffelchips. Woraufhin Rinswind beschloss, das Universitätsgelände doch durchs Haupttor zu verlassen. Eine schmale Lücke in der Mauer bot Truhe sicher nicht genug Platz, und mit ihrem ausgeprägten Taktgefühl wäre sie vermutlich einfach durch die Wand gerannt. Der Zauberer und seine beiden Begleiter schlossen sich den übrigen Flüchtlingen an, den Insekten und ängstlichen Nagetieren. Einige Biere, so glaubte er, würden es ihm erlauben, alles aus einer anderen Perspektive zu sehen, und wenn sie nicht genügten, brauchte er sein leeres Glas nur unter den Zapfhahn zu halten. Ein Versuch konnte sicher nicht schaden. So kam es, dass Rinswind im großen Saal fehlte, als das Festessen begann. Wie sich herausstellte, war es die wichtigste verpasste Mahlzeit in seinem Leben. An einer Stelle des langen Außenwalls klirrte es leise, als sich ein Dreckhaken an den stählernen Zacken auf der Mauer verfing. Einige Sekunden später sprang eine schlanke, ganz in schwarz gekleidete Gestalt auf den Universitätshof, eilte lautlos zum großen Saal und verschmolz mit den Schatten. Niemand bemerkte den Eindringling. Auf der anderen Seite des Hofes näherte sich der kreative Magus dem Tor. Wo seine Stiefel das Kopfsteinpflaster berührten, knisterten blaue Funken und verdunstete der Tau des frühen Abends. Es war nicht etwa warm, sondern heiß. Wirklich heiß. Der große Kamin am drehwärtigen Ende des großen Saals glühte praktisch. Zauberer reagieren sehr empfindlich auf Kälte und die Anwesenden wollten in dieser Hinsicht nicht das geringste Risiko eingehen. Die enorme Hitze der lodernden Flammen schmolz alle Kerzen im Umkreis von sechs Metern und im Lack auf den langen Tischen bildeten sich Blasen. Blauer Tabakrauch ballte sich zu dichten Wolken zusammen und gewann seltsame Formen, wenn er auf kurzlebige Felder von Zufallsmagie stieß. Auf dem mittleren Tisch ärgerten sich die Reste eines gebratenen Schweins darüber, dass es jemand geschlachtet hatte, bevor es Gelegenheit bekam, seinen letzten Apfel zu fressen. Nur eine ölig glänzende Lache erinnerte an das Buttermodell der Universität. Bier floss in Strömen. Die meisten Wangen glänzten rot und hier und dort sangen einige Zauberer traditionelle Trinklieder, bei denen es in erster Linie darauf anzukommen schien, sich immerzu auf die Knie zu klopfen und dauernd HAU zu rufen. Als Entschuldigung für dieses Verhalten mag angeführt werden, dass Magier zum Zölibat verpflichtet sind und sich daher auf andere Art und Weise abreagieren müssen. Ein weiterer Grund für die unbeschwerte Heiterkeit bestand darin, dass niemand versuchte, irgendwen umzubringen, ein in magischen Kreisen höchst ungewöhnlicher Zustand. Die höheren Stufen der Taurmaturgie bringen enorme Gefahren mit sich. Jeder Zauberer versucht, den Platz eines Kollegen weiter oben einzunehmen, während er gleichzeitig den von unten nachrückenden Strebern auf die Finger tritt. Wer Zauberer beschreibt, in dem er von natürlichem Konkurrenzdenken und angeborenem Ehrgeiz spricht, könnte ebenso gut behaupten, Piranhas seien von Natur aus ein wenig hungrig. Nun, seit den magischen Kriegen, durch die weite Landstriche der Scheibenwelt unbewohnbar wurden, zumindest lässt sich in den betreffenden Gebieten niemand nieder, der Wert darauf legt, am nächsten Morgen in dem Körper zu erwachen, den er abends in eine warme Decke hüllte, ist es Taurmaturgen verboten, ihre Meinungsverschiedenheiten mit magischen Mitteln beizulegen. Aus solchen Duellen ergaben sich häufig Probleme für die Bevölkerung und außerdem ließ sich nur schwer feststellen, welcher der beiden Rußflecken den Sieg errang. Um nicht lange auf Beförderungen warten zu müssen, machen Zauberer rituellen Gebrauch von Messern, unauffälligen Giften, in Schuhen versteckten Skorpionen und fantasievollen Fallen, die unter anderem rasiermesserscharfe Pendel verwenden. Niemand saß auf dem Stuhl des Erzkanzlers. Wirrit Festschmaus speiste allein in seinem Arbeitszimmer, wie es sich für einen Mann gehört, den die Götter nach einer längeren Beratung mit den anderen Seniorzauberern auserwählt hatten. Trotz seiner 80 Länze war er ein wenig nervös und aß nur einen Teil des zweiten Hähnchens. In einigen Minuten musste er eine Rede halten. Als junger Magier hatte Festschmaus auf verschiedene Art versucht, Macht zu erringen. In schimmernden Oktagrammen trat er gegen Dämonen an und er besuchte Dimensionen, die nicht für Menschen bestimmt waren. Es gelang ihm sogar, das Bezuschussungskomitee der unsichtbaren Universität zu überlisten. Aber in den acht Kreisen der Lehre gab es nichts Schlimmeres, als sich mehreren hundert erwartungsvollen Gesichtern gegenüber zu sehen, die einen durchdichten Zigarrenqualm anstarrten. Jeden Augenblick konnten die Herolde eintreffen, um ihn zum großen Saal zu geleiten. Verrät Festschmaus seufzte und schob den Pudding beiseite, ohne ihn probiert zu haben. Mit einem leisen Ächzen stand er auf, durchquerte das Zimmer, blieb vor dem großen Spiegel stehen und tastete in seinen Taschen nach dem Manuskript der Ansprache. Schließlich holte er einige zerknitterte Blätter hervor und räusperte sich. »Liebe Brüder der magischen Kunst«, begann er, »es ist mir eine große Freude, euch, ihr, ich, die ehrenhaften Traditionen dieser alten Universität, blicke ich mich um und sehe die Bilder der früheren Erzkanzler.« Festschmaus zögerte, starrte auf die Notizen herab und drehte die Zettel hin und her. Nach einer Weile fuhr er etwas selbstsicherer fort. »Während ich heute Abend vor euch stehe, erinnere ich mich an die Geschichte vom dreibeinigen Hausierer und der, äh, Kaufmannstochter. Nun, was den Kaufmann betrifft«, es klopfte an der Tür. »Herein«, sagte Festschmaus laut und warf einen neuerlichen Blick auf sein eher unvollständiges Manuskript. »Der Kaufmann«, murmelte er, »der Kaufmann, er hatte drei Töchter. Ja, ich glaube, es waren drei. Kein Zweifel, ähm, und eine davon«, er sah in den Spiegel und drehte sich um. »Wer bist du?« brachte er hervor und stellte fest, dass es weitaus schlimmere Dinge gab, als Reden zu halten. Die kleine, dunkel gekleidete Gestalt schlicht durch leere Flure, hörte das Geräusch und achtete nicht darauf. Wo sich starke Magie bemerkbar machte, kam es häufig zu unangenehmen Geräuschen. Die Gestalt suchte nach etwas. Sie wusste nicht genau, um was es sich handelte, spürte jedoch, dass sie sich dem Ziel näherte. Nach einigen Minuten gelangte sie in Wirth Festschmaus' Zimmer. Fette Rauchschwaden trieben durch die Kammer und Rußpartikel bildeten einen schwarzen Nebel. Auf dem Boden zeigten sich mehrere fußförmige Brandspuren. Die Gestalt zuckte mit den Schultern. In den Arbeitsräumen von Zauberern musste man auf allerlei Überraschungen gefasst sein. Aus den Augenwinkeln bemerkte sie ihr Abbild im gesplitterten Spiegel, rückte die Kapuze zurecht und setzte die Suche fort. Sie bewegte sich wie jemand, der auf eine innere Stimme hört, schritt völlig lautlos durchs Zimmer und blieb schließlich am Tisch stehen, auf dem eine große, runde und zerkratzte Schachtel aus Leder stand. Vorsichtig beugte sich die Gestalt vor und hob den Deckel. Die Stimme aus dem Innern des Behälters klang so, als filtere sie durch dicken Stoff. Endlich! Was hat dich so lange aufgehalten? An einer Stelle des langen Außenwalls klirrte es leise, als sich ein Dreckhaken an den stählernen Zacken auf der Mauer verfing. Einige Sekunden später sprang eine schlanke, ganz in schwarz gekleidete Gestalt auf den Universitätshof, eilte lautlos zum großen Saal und verschmolz mit den Schatten. Niemand bemerkte den Eindringling. Auf der anderen Seite des Hofes näherte sich der kreative Magus dem Tor. Wo seine Stiefel das Kopfsteinpflaster berührten, knisterten blaue Funken und verdunstete der Tau des frühen Abends. Es war nicht etwa warm, sondern heiß. Wirklich heiß. Der große Kamin am drehwertigen Ende des großen Saals glühte praktisch. Zauberer reagieren sehr empfindlich auf Kälte und die Anwesenden wollten in dieser Hinsicht nicht das geringste Risiko eingehen. Die enorme Hitze der lodernden Flammen schmolz alle Kerzen im Umkreis von sechs Metern und im Lack auf den langen Tischen bildeten sich Blasen. Blauer Tabakrauch ballte sich zu dichten Wolken zusammen und gewann seltsame Formen, wenn er auf kurzlebige Felder von Zufallsmagie stieß. Auf dem mittleren Tisch ärgerten sich die Reste eines gebratenen Schweins darüber, dass es jemand geschlachtet hatte, bevor es Gelegenheit bekam, seinen letzten Apfel zu fressen. Nur eine ölig glänzende Lache erinnerte an das Buttermodell der Universität. Bier floss in Strömen. Die meisten Wangen glänzten rot und hier und dort sangen einige Zauberer traditionelle Trinklieder, bei denen es in erster Linie darauf anzukommen schien, sich immer zu auf die Knie zu klopfen und dauernd HO! zu rufen. Als Entschuldigung für dieses Verhalten mag angeführt werden, dass Magier zum Zölibat verpflichtet sind und sich daher auf andere Art und Weise abreagieren müssen. Ein weiterer Grund für die unbeschwerte Heiterkeit bestand darin, dass niemand versuchte, irgendwen umzubringen, ein in magischen Kreisen höchst ungewöhnlicher Zustand. Die höheren Stufen der Taumaturgie bringen enorme Gefahren mit sich. Jeder Zauberer versucht, den Platz eines Kollegen weiter oben einzunehmen, während er gleichzeitig den von unten nachrückenden Strebern auf die Finger tritt. Wer Zauberer beschreibt, in dem er von natürlichem Konkurrenzdenken und angeborenem Ehrgeiz spricht, könnte ebenso gut behaupten, Piranhas seien von Natur aus ein wenig hungrig. Nun, seit den magischen Kriegen, durch die weite Landstriche der Scheibenwelt unbewohnbar wurden, zumindest lässt sich in den betreffenden Gebieten niemand nieder, der Wert darauf legt, am nächsten Morgen in dem Körper zu erwachen, den er abends in eine warme Decke hüllte, ist es Tormaturgen verboten, ihre Meinungsverschiedenheiten mit magischen Mitteln beizulegen. Aus solchen Duellen ergaben sich häufig Probleme für die Bevölkerung und außerdem ließ sich nur schwer feststellen, welcher der beiden Rußflecken den Sieg errang. Um nicht lange auf Beförderungen warten zu müssen, machen Zauberer rituellen Gebrauch von Messern, unauffälligen Giften, in Schuhen versteckten Skorpionen und fantasievollen Fallen, die unter anderem rasiermesserscharfe Pendel verwenden. Niemand saß auf dem Stuhl des Erzkanzlers. Wirret Festschmaus speiste allein in seinem Arbeitszimmer, wie es sich für einen Mann gehört, den die Götter nach einer längeren Beratung mit den anderen Senior-Zauberern auserwählt hatten. Trotz seiner achtzig Länze war er ein wenig nervös und aß nur einen Teil des zweiten Hähnchens. In einigen Minuten musste er eine Rede halten. Als junger Magier hatte Festschmaus auf verschiedene Art versucht, Macht zu erringen. In schimmernden Oktagrammen trat er gegen Dämonen an und er besuchte Dimensionen, die nicht für Menschen bestimmt waren. Es gelang ihm sogar, das Bezuschussungskomitee der unsichtbaren Universität zu überlisten. Aber in den acht Kreisen der Lehre gab es nichts Schlimmeres, als sich mehreren hundert erwartungsvollen Gesichtern gegenüber zu sehen, die einen durchdichten Zigarrenqualm anstarrten. Jeden Augenblick konnten die Herolde eintreffen, um ihn zum großen Saal zu geleiten. Weret Festschmaus seufzte und schob den Pudding beiseite, ohne ihn probiert zu haben. Mit einem leisen Ächzen stand er auf, durchquerte das Zimmer, blieb vor dem großen Spiegel stehen und tastete in seinen Taschen nach dem Manuskript der Ansprache. Schließlich holte er einige zerknitterte Blätter hervor und räusperte sich. Liebe Brüder der magischen Kunst, begann er, es ist mir eine große Freude euch, ihr, ich, die ehrenhaften Traditionen dieser alten Universität, blicke ich mich um und sehe die Bilder der früheren Erzkanzler. Festschmaus zögerte, starrte auf die Notizen herab und drehte die Zettel hin und her. Nach einer Weile fuhr er etwas selbstsicherer fort. Während ich heute Abend vor euch stehe, erinnere ich mich an die Geschichte vom dreibeinigen Hausierer und der Kaufmannstochter. Nun, was den Kaufmann betrifft, es klopfte an der Tür. Herein, sagte Festschmaus laut und warf einen neuerlichen Blick auf sein eher unvollständiges Manuskript. Der Kaufmann, murmelte er, der Kaufmann, er hatte drei Töchter. Ja, ich glaube, es waren drei. Kein Zweifel, ähm, und eine davon. Er sah in den Spiegel und drehte sich um. Wer bist du, brachte er hervor und stellte fest, dass es weitaus schlimmere Dinge gab, als Reden zu halten. Die kleine, dunkel gekleidete Gestalt schlicht durch leere Flure, hörte das Geräusch und achtete nicht darauf. Wo sich starke Magie bemerkbar machte, kam es häufig zu unangenehmen Geräuschen. Die Gestalt suchte nach etwas. Sie wusste nicht genau, um was es sich handelte, spürte jedoch, dass sie sich dem Ziel näherte. Nach einigen Minuten gelangte sie in Wirret Festschmaus Zimmer. Fette Rauchschwaden trieben durch die Kammer und Rußpartikel bildeten einen schwarzen Nebel. Auf dem Boden zeigten sich mehrere fußförmige Brandspuren. Die Gestalt zuckte mit den Schultern. In den Arbeitsräumen von Zauberern musste man auf allerlei Überraschungen gefasst sein. Aus den Augenwinkeln bemerkte sie ihr Abbild im gesplitterten Spiegel, rückte die Kapuze zurecht und setzte die Suche fort. Sie bewegte sich wie jemand, der auf eine innere Stimme hört, schritt völlig lautlos durchs Zimmer und blieb schließlich am Tisch stehen, auf dem eine große, runde und zerkratzte Schachtel aus Leder stand. Vorsichtig beugte sich die Gestalt vor und hob den Deckel. Die Stimme aus dem Innern des Behälters klang so, als filtere sie durch dicken Stoff. Endlich! Was hat dich so lange aufgehalten? Ich meine, wie haben sie überhaupt angefangen? Ich meine, damals gab es noch echte Zauberer und keinen Blödsinn mit magischen Stufen und so. Ich meine, sie hoben einfach die Arme und zack! Zwei Männer, die in einer dunklen Ecke der geflickten Trommel saßen, sahen jäh auf. Sie waren neu in der Stadt. Die Stammgäste reagierten nicht, wenn jemand stöhnte, und wem etwas an seinem Leben lag, überhörte auch alle anderen Geräusche, zum Beispiel hässliches Knirschen. In einigen Vierteln von Ankh-Morpork ist Neugier das beste Mittel, um Selbstmord zu begehen. Rinswind gestikulierte unsicher über den vielen leeren Gläsern auf dem Tisch. Inzwischen war es ihm fast gelungen, die Kakerlaken zu vergessen. Wenn er sich weiterhin Mühe gab, schaffte er es vielleicht, auch die Sache mit der Matratze aus seinem Gedächtnis zu streichen. Ja, die alten Zauberer winkten einfach und schon entstand ein Feuerball vor ihnen. Hui! Und wenn sie verschwinden wollten, lösten sie sich einfach in Rauch auf. Paff! Oh, entschuldige bitte. Bier schwappte auf den Tisch und der Bibliothekar schob sein Glas vorsichtshalber zur Seite. Als sich Rinswind vergewissert hatte, dass keine Gefahr bestand, noch mehr von der goldgelben Flüssigkeit zu verschütten, ruderte er erneut mit den Armen. Sie konnten richtige Magie beschwören, sagte er und rülpste leise. Rinswind starrte in die schaumigen Reste seines letzten Biers und entschied auch Truhe einen Schluck zu gönnen. Er bückte sich ganz vorsichtig, um zu vermeiden, dass ihm der Kopf von den Schultern fiel, kippte das Glas und füllte eine Untertasse. Erleichtert stellte er fest, dass sein stummer Begleiter noch immer dicht neben dem Tisch hockte. Wenn er Schenken besuchte, brachte ihn Truhe häufig in Verlegenheit, weil sie sich an die anderen Gäste heranschlich und ihnen einen solchen Schrecken einjagte, dass sie mit leckeren Bratkartoffeln ihr Wohlwollen zu erringen versuchten. Er runzelte die Stirn und trachtete danach, das Chaos dahinter zu entwirren. Wo bin ich stehen geblieben? sagte der Bibliothekar. Oh ja, Rincewind strahlte, sie verzichteten auf den Unsinn mit Stufen, Ebenen und Rangfolgen. Weißt du, damals gab es noch kreative Magier. Sie gingen in die Welt hinaus, fanden neue Zauberformeln und erlebten Abenteuer. Er tauchte den Zeigefinger in die Bierlache und malte ein Zeichen auf das fleckige Holz des Tisches. Einer seiner Lehrer hatte einmal von ihm gesagt, wenn man seine Kenntnisse in der magischen Theorie als miserabel bezeichnet, so fehlt ein passender Ausdruck, um sein Verständnis für die taumaturgische Praxis zu beschreiben. Diese Bemerkung verwirrte Rincewind noch immer. Er leugnete die Tatsache, dass man gute magische Fähigkeiten haben musste, um ein Zauberer zu sein. Wusste er, dass er ein Zauberer war. Seiner Ansicht nach hatte Magie gar nichts oder nur wenig damit zu tun. Er hielt sie für ein Extra, das keineswegs den Ausschlag gab. Als kleiner Junge sah ich in einem Buch das Bild eines kreativen Magus, sagte er wehmütig. Er stand auf einem Berggipfel und hob die Arme, und daraufhin spülten die Wellen des Meeres hoch empor, so wie bei einem Sturm in der Ank Bucht, und es blitzte überall um ihn herum. Ich habe keine Ahnung, warum er nicht getroffen wurde, antwortete Rincewind scharf, vielleicht trug er Gummistiefel. Verträumt fuhr er fort, er hatte einen Stab und einen Hut, der aussah wie meiner, und seine Augen glühten und seine Fingerspitzen glitzerten, ich meine, es lösten sich von ihnen, und ich dachte, eines Tages nehme ich seinen Platz ein, und in Ordnung, ich nehme auch noch einen halben, wie willst du eigentlich deine Zeche bezahlen, mit Bananen, dachte ich mir. Rincewind vervollständigte das Gemälde, es zeigte einen Berg und darauf stand ein Strichmännchen, eigentlich hatte es kaum Ähnlichkeit mit ihm, wer mit Schalem Bier malt, muss auf Details verzichten, aber es konnte kein Zweifel daran bestehen, wen die Figur darstellen sollte. Ich wollte so sein wie er, sagte Rincewind Rincewind, paff und zack, nicht der Firlefanz in den Zimmern der Universität, all die Bücher und übrigen Sachen, sowas nützt überhaupt nichts, was wir brauchen ist echte Zauberei. Die letzten Worte hätten ihm sicher den Preis für die dümmste Bemerkung des Tages eingebracht, aber er verzichtete auf eine solche Trophäe, indem er hinzufügte, wirklich schade, dass es heute keine kreativen Magier mehr gibt. Spelzdinkel griff nach seinem Löffel und schlug damit auf den Tisch. In dem purpurnen, mit Gezieferpelz geschmückten Zeremonien Gewand des ehrenwerten Konzils der Seher bot er einen eindrucksvollen Anblick. Der Geziefer ist ein kleiner, schwarz und weiß gemusterter Verwandter des Lemmings und in den kalten Mitregionen kommt er recht häufig vor. Sein weiches Fell wird sehr geschätzt, vor allen Dingen vom Geziefer selbst. Der egoistische Mistkerl will sich einfach nicht von seinem Pelz trennen und leistet mit allen Mitteln Widerstand, wenn jemand Anspruch darauf erhebt. Seit drei Jahren gehörte Spelzdinkel zu den Zauberern der fünften Stufe und wartete darauf, dass ihm einer der 64 Magier der Ebene 6 Platz machte, indem er das Zeitliche segnete. An diesem Abend war der Quästor in guter Stimmung. Er hatte eine ausgezeichnete, ungefährliche Mahlzeit genossen und in seinem Zimmer befand sich ein Fläschchen mit garantiert geschmacksneutralem Gift, das ihm bei richtiger Anwendung innerhalb von wenigen Monaten eine Beförderung ermöglichen sollte. Er glaubte, allen Grund zu haben, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Die große Standuhr am Ende des großen Saals schlug neunmal. Das Klopfen mit dem Löffel nützte nicht viel, Spelzdinkel griff nach einem Zinnhumpen und knallte ihn auf den Tisch. »Brüder!« rief er und nickte zufrieden, als der Lärm nachließ. »Danke. Bitte steht jetzt auf, damit die Schlüsselzeremonie beginnen kann.« Einige lachende Stimmen erklangen, und hier und dort ertönte ein erwartungsvolles Seufzen, als die Zauberer ihre Stühle zurückschoben und unsicher aufstanden. Die Doppeltür des Saals war geschlossen und man hatte auch nicht darauf verzichtet, drei schwere Riegel vorzuschieben. Die Tradition verlangte vom neuen Erzkanzler, dreimal Eintritt zu verlangen und das anschließende Öffnen des Zugangs demonstrierte angeblich die Bereitschaft der versammelten Magier, den Erwählten als Oberhaupt der unsichtbaren Universität anzuerkennen oder irgendetwas in der Art. Der Ursprung dieses Brauchs verlor sich in grauer Vorzeit und allein das genügte als Grund, daran festzuhalten. Plötzlich wurde es still und alle Blicke richteten sich auf die Tür. Spelzdinkel hörte ein leises Klopfen. Verschwinde, rief ein Zauberer, der sich durch eine besonders subtile Form von Humor auszeichnete. Dutzende von Magiern krümmten sich vor Lachen. Der Querstor holte einen großen Eisenring mit den Schlüsseln der Universität hervor. Nicht alle bestanden aus Metall, manche waren nicht einmal sichtbar und einige wirkten überaus sonderbar. Wer klopft dort an die Tür? intonierte er. Ich! Die Stimme war deshalb seltsam, weil jeder Zauberer den Eindruck gewann, sie ertöne direkt hinter ihm. Mehrere Taumaturgen sahen sich verstohlen um. Verblüffte Stille herrschte und dadurch klang das leise Klicken im Schloss unnatürlich laut. Mit einer Mischung aus Faszination und Entsetzen beobachteten die Magier, wie die schweren Eisenriegel ganz von allein zurückwichen. Dicke Eichenbalken, die im Laufe vieler Jahrhunderte die Festigkeit von Granit gewonnen hatten, knirschten aus der Einfassung. Die Angeln glühten erst rot, schimmerten dann gelb und erstrahlten in einem grellen Weiß, bevor sie explodierten. Langsam und mit unheilvoller Unvermeidlichkeit stürzten die beiden Türflügel in den Saal. Rauch wallte und in den dichten Schwaden zeichnete sich undeutlich eine Gestalt ab. Donnerwetter, Virrit, stieß ein Zauberer in der Nähe hervor, das war echt nicht schlecht. Aber als die Gestalt den Saal betrat, wurde sofort klar, dass es sich nicht um Virrit Festschmaus handelte. Der Fremde trug einen schlichten weißen Umhang und schien mindestens einen Kopf kleiner zu sein als ein gewöhnlicher Magier. Darüber hinaus war er auch erheblich jünger. Spelzdinkel schätzte sein Alter auf ungefähr zehn. In der einen Hand hielt der Junge einen langen schwarzen Stab. Wo hat er seinen Mantel gelassen? Der Hut fehlt. Hey, er ist überhaupt kein Zauberer! Der Knabe wanderte an den erstaunten Tormaturgen vorbei und blieb erst vor dem oberen Tisch stehen. Spelzdinkel sah in das junge, von blondem Haar gesäumte Gesicht hinab, starrte in zwei goldene, von innen heraus glühende Augen. Er hatte das unangenehme Gefühl, dass ihr Blick überhaupt nicht ihm galt, sondern einem Punkt etwa zehn Zentimeter hinter seinem Kopf. Verwirrt überlegte er, wie er sich jemandem gegenüber verhalten sollte, der einfach durch ihn hindurch starrte, ihn überhaupt nicht zu beachten schien, ihm den Eindruck vermittelte, völlig überflüssig zu sein. Spelzdinkels Selbstbewusstsein murmelte einen Fluch, doch die Stimme der Vorsicht riet zu Besonnenheit. Schließlich besann sich der Quästor auf seine Würde und straffte die Schultern. Was hat das zu bedeuten? fragte er. Es klang nicht besonders ehrfurchtgebietend, wie er sich selbst eingestehen musste, aber der wahrhaft durchdringende Blick tilgte alle Worte aus ihm. Ich bin gekommen, sagte der Fremde. Gekommen? Weshalb? Um den mir gebührenden Platz einzunehmen. Wo steht mein Stuhl? Gehörst du zu den Schülern? erkundigte sich Spelzdinkel. Zorn verbannte die Verlegenheit aus ihm. Wie heißt du, junger Mann? Der Knabe ignorierte ihn und wandte sich an die versammelten Zauberer. Wer ist hier der mächtigste Magier? fragte er. Ich möchte ihn kennenlernen. Spelzdinkel nickte kurz. Während der letzten beiden Minuten hatten sich zwei Studienpferdner herangeschlichen und auf das Zeichen des Quästors hin sprangen sie sofort herbei. Werft ihn raus, sagte Spelzdinkel und die beiden muskulösen athletisch gebauten Männer knurrten zustimmend. Hände so breit und dick wie Bananenbündel schlossen sich um pfeifen stildünne Arme. Dein Vater wird davon erfahren, fügte der Quästor streng hinzu. Das hat er bereits, erwiderte der Knabe. Er sah zu den beiden Pferdnern auf und zuckte mit den Achseln. Was geht hier vor? Spelzdinkel drehte sich um und erkannte Skarmabilias, den Leiter des Ordens vom Silbernen Stern. Der Quästor war schlank und drahtig. Auf Billias traf das genaue Gegenteil zu. Er sah aus wie ein kleiner Ballon, den man aus irgendeinem Grund in blauen Samt und Gezieferpelz gehüllt hatte. Seine Körpermasse wäre für zwei Menschen völlig ausreichend gewesen. Unglücklicherweise behauptete Billias voller Stolz, gut mit Kindern umgehen zu können, und er sah nun eine Möglichkeit, seine entsprechenden Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Er beugte sich so weit herab, wie es das Abendessen im weit vorgewölbten Bauch erlaubte und schob dem Jungen ein bärtiges, gerötetes Gesicht entgegen. »Was ist denn los, Junge?« fragte er. »Das Kind ist hier eingedrungen, weil es unbedingt einem mächtigen Zauberer begegnen möchte,« brummte Spelzdinkel in einem missbilligenden Tonfall. Er hielt nichts von Kindern, und vielleicht war das der Grund, warum sie solches Interesse an ihm fanden. Derzeit gelang es ihm mit großem Erfolg, nicht an die aufgebrochene Tür zu denken. »Und wenn schon,« sagte Billias, »jeder Junge, der etwas auf sich hält, träumt davon, irgendwann einmal Zauberer zu sein. Ich wollte Zauberer werden, als ich klein war. Dir geht es bestimmt ebenso, nicht wahr, Junge?« »Kennst du alle Geheimnisse der Magie?« »Wie?« »Ich meine, bist du mächtig.« »Ob ich mächtig bin?« wiederholte Billias. Er richtete sich wieder auf, betastete seinen Umhang, der ihn als Zauberer der achten Stufe auswies, wechselte einen kurzen Blick mit Spelzdinkel und zwinkerte. »Oh, ich glaube schon, ja, ich bin ziemlich mächtig, so wie es sich für einen guten Zauberer gehört.« »Dann fordere ich dich heraus. Zeig mir deine stärkste Magie. Nach dem Sieg über dich werde ich Erzkanzler, nicht wahr?« »Du unverschämter Lümm!« begann Spelzdinkel, aber das schallende Gelächter der anderen Magier übertönte seine Empörung. Billias versuchte sich auf die Knie zu klopfen und als er sie nicht erreichen konnte, begnügte er sich mit den Oberschenkeln. »Du willst ein Duell!« gluckste er. »Offenbar mangelt es dir nicht an Selbstvertrauen!« »Magische Duelle sind verboten, wie wir alle wissen!« warf der Quästor ein. »Außerdem, es ist doch lächerlich! Ich habe keine Ahnung, wer die Tür für ihn aufgebrochen hat, aber ich bin nicht bereit, hierherumzustehen und zuzusehen, wie du unsere Zeit verschwend...« »Immer mit der Ruhe«, sagte Billias. »Wie lautet dein Name, Junge?« »Münze!« »Münze, Herr«, zischte Spelzdinkel. »Nun, Münze, du möchtest also meine stärkste Magie sehen, wie?« »Ja?« »Ja, Herr«, fauchte der Quästor. Münze bedachte ihn mit einem starren Blick. Es war ein Blick so alt wie die Zeit. Ein Blick, der sich auf den Felsen vulkanischer Inseln sonnt und dem es dabei nie zu heiß wird. Spelzdinkel spürte, wie sein Gaumen trocken wurde. Billias streckte die Hände aus und bat um Stille. In einer dramatischen Geste rollte er den linken Ärmel hoch und hob die Hand. Die versammelten Zauberer sahen interessiert zu. Die Tormaturgen der achten Stufe standen eigentlich jenseits der Magie und verbrachten den größten Teil ihrer Zeit damit, über verschiedene Dinge nachzudenken, ihre Überlegungen galten in den meisten Fällen der nächsten Mahlzeit, und zu vermeiden, die Aufmerksamkeit eines ehrgeizigen Zauberers der siebten Ebene zu wecken. Gespannt warteten sie auf eine Demonstration achtstufiger Macht. Bilias schmunzelte zuversichtlich, und der Knabe erwiderte das Lächeln, während er etwas zu beobachten schien, das sich einige Zentimeter hinter dem Kopf des alten Zauberers befand. Ein Magier der achten Ebene lässt sich nicht so leicht aus der Fassung bringen, aber es fiel Bilias schwer, die Ruhe zu bewahren. Plötzlich nahm er die ganze Sache wesentlich ernster und spürte den Zauberer murmelten aufgeregt. In der ganzen Geschichte der unsichtbaren Universität war es nur vier Magiern gelungen, den vollständigen Garten zu beschwören. Die meisten Taumaturgen waren durchaus im Stande, die Bäume und Blumen zu schaffen und manche brachten es sogar fertig, Vögel hinzuzufügen. Es handelte sich nicht um einen besonders mächtigen Zauber, es ließen sich keine Berge damit versetzen, aber die winzigen Details in Mully Gris komplexer Formel erforderten Zeigte seine leeren Hände und blickte auf den Knaben herab. Es ist kein fauler Zauber, wie du siehst, sagte er und belächelte sein kluges Wortspiel. Seine Lippen bewegten sich lautlos und die Finger malten geheimnisvolle Zeichen in die Luft. Goldene Funken glitzerten heran, knisterten über der einen Hand und bildeten einen kleinen Ball, in dem sich gehörte zu den letzten wahren kreativen Magiern. Und die Legende berichtete, er habe den Garten als ein kleines, privates, in sich geschlossenes Universum erschaffen, in dem er in aller Ruhe rauchen und nachdenken konnte, während er die Sorgen des Alltags wenigstens vorübergehend vergaß. Allein das war schon rätselhaft genug, denn kein gewöhnlicher Zauberer verstand, wieso ein kreativer Magus Alltagssorgen haben Ganz gleich, wie die Erklärung lauten mochte, Mully Gree begab sich immer häufiger in seinen persönlichen Kosmos, bis er nicht mehr zurückkehrte und einfach die Tür hinter sich schloss. Der wundervolle Garten ruhte als schimmernde Kugel in Billias Händen. Einige in der Nähe stehende Zauberer reckten die Hälse, spähten über die Schulter ihres Kollegen und bewunderten einen mehr als fünfzig Zentimeter durchmessenden Ball, der eine paradiesische Blumenlandschaft enthielt. Sie beobachteten einen See mit interessanten Wellenmustern, starrten auf purpurne Berge, die sich hinter einem dichten Wald erhoben. Wienengroße Vögel flogen von Baum zu Baum. Zwei Rehe, die kleiner waren als normale Mäuse, grasten auf einer Wiese und sahen zu Münze auf. Der Knabe nickte kurz. Nicht schlecht, kommentierte er kritisch. Gib mir den Garten. Er nahm die eigentlich substanzlose Kugel von Billias entgegen und wog sie in den Händen. Warum ist sie nicht größer? fragte er. Billias holte sein spitzen besetztes Taschentuch hervor und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Nun, sagte er und suchte nach einer passenden Antwort. Der Tonfall des Knaben verwirrte ihn so sehr, dass er sich nicht die Zeit nahm, beleidigt zu sein. In den vergangenen Jahrhunderten hat die Wirkung der Zauberformel etwas nachgelassen. Münze neigte den Kopf zur Seite Dann flüsterte er einige Silben und berührte die Oberfläche der Kugel. Der Ball schwoll an. Im einen Augenblick war er kaum mehr als ein faszinierendes Spielzeug in den Händen des Jungen. Und im Nächsten fanden sich die Zauberer im kühlen Gras einer Wiese wieder, die bis zum See reichte. Sanfter Wind wehte von den Bergen her und die Luft duftete nach Thymian spannte sich über der Landschaft und im Zenit gewann er eine purpurne Tönung. Die Rehe standen im Schatten eines nahen Baums und beobachteten die Neuankömmlinge argwöhnisch. Spelzdinkel sah verblüfft herab. Ein Pfau zupfte an seinen Schnürsenkeln. Begann er und brach ab. Münze hielt noch immer eine Kugel und in ihrem Innern der Quästor hatte den Eindruck durch ein oder den Boden einer Flasche zu sehen, als er den großen Saal der unsichtbaren Universität betrachtete. Der Junge richtete seinen Blick auf die Bäume und kniff nachdenklich die Augen zusammen, als er zu den fernen, schneebedeckten Bergen starrte. Schließlich wandte er sich an die sprachlosen Zauberer und nickte. Wirklich nicht übel, sagte er. Hier könnte es mir gefallen. Er vollführte eine komplizierte Geste, die alles umzustülpen schien. Einen Sekunden Bruchteil später standen die Magier wieder im Saal und in den Händen des Knaben ruhte die Kugel mit dem wundervollen Garten. Schockierte Stille herrschte, als er Sibylias zurückgab und sagte, das war recht interessant, nun, jetzt zeige ich dir meine Magie. Er hob die Arme, musterte Bilias und ließ ihn einfach verschwinden. Bei solchen Gelegenheiten bricht häufig Chaos aus und das geschah auch diesmal. Münze stand völlig ruhig und gelassen in dem allgemeinen Durcheinander und vor ihm zerfaserte eine Wolke aus dichtem Rauch. Spelzdinkel ignorierte den Lärm, bückte sich langsam und hob vorsichtig eine Pfauenfeder auf. Tief in Gedanken versunken drehte er sie hin und her, sah zur Tür, beobachtete den Knaben und blickte auf den leeren Stuhl des Erzkanzlers. Schließlich seufzte er hoffnungsvoll und ein dünnes Lächeln umspielte seine Lippen. Eine Stunde später, als in der Ferne Donner grollte und die weißen Wolken über der Stadt flohen, um ihren grauen und schwarzen Verwandten Platz zu machen, als Rincewind leise zu singen begann und alle Kakerlaken vergaß, als eine vielbeinige Matratze durch die Straßen von Ankh-Morpork wanderte, verließ Spelzdinkel das Arbeitszimmer des Erzkanzlers, schloss die Tür und setzte sich zu den anderen Zauberern. Es waren insgesamt sechs und sie machten sich Sorgen. Sie machten sich solche Sorgen, dass sie Spelzdinkel zuhörten, obgleich er nur erst die fünfte magische Stufe erreicht hatte. Er ist zu Bett gegangen, sagte er, und vorher hatte ein Glas warme Milch getrunken. Milch? wiederholte einer der Taumaturgen. In seiner Stimme erklang so etwas wie müdes Entsetzen. Kinder vertragen keinen Alkohol, erklärte Spelzdinkel. Oh ja, natürlich, Milch hat viele Vitamine, nicht wahr? Ist gut fürs Wachstum, ich meine... Neben ihm hockte ein hohlwangiger Zauberer mit tief in den Höhlen liegenden Augen und fragte, hast du gesehen, was er mit der Tür im großen Saal anstellte? Ich weiß, was er mit Biljas gemacht hat. Was hat er mit ihm gemacht? Ich will es gar nicht wissen. Brüder, Brüder, warf Spelzdinkel beschwichtigend ein. Er musterte die sorgenvollen Gesichter und dachte, zu viele Mahlzeiten, zu häufiges Warten darauf, dass die Diener den Nachmittagstee bringen, zu viele Stunden in muffigen Zimmern und in Gesellschaft von alten Büchern, die von Toten geschrieben wurden. Höchste Zeit für einige tiefgreifende Veränderungen in der Universität. Für einen umfassenden Wandel, überlegte der Quästor und fand Gefallen an diesen Vorstellungen. Für eine Modifikation, um nicht zu sagen, für eine magisch-politische Metamorphose. Da keine weiteren geeigneten Fremdwörter in seinem mentalen Vokabular verzeichnet waren, brummte er, ich frage mich, ob wir es tatsächlich mit einem Problem zu tun haben. Ernstlich heiter von den Weisen des unbekannten Schatten schlug mit der Faust auf den Tisch. Beim kosmischen Kram, entfuhr es ihm. Irgendein Kind betritt mitten in der Nacht den großen Saal, schlägt zwei der besten Zauberer in dieser Universität, nimmt auf dem Stuhl des Erzkanzlers Platz und du fragst dich, ob wir ein Problem haben? Der Junge ist ein Naturtalent. Was wir heute Abend sahen, deutet darauf hin, dass es kein Magier auf der Scheibenwelt mit ihm aufnehmen kann. Warum sollte uns daran gelegen sein, es mit ihm aufzunehmen? erwiderte der Quästor geduldig. Weil er mächtiger ist als wir! Ach! Im Vergleich zu Spelzdinkels Stimme sah glattes Glas wie ein gepflügter Acker aus und gewann Honig die Qualität von grobem Kies. Es ist doch ganz logisch, dass ... Ernstlich zögerte und Spelzdinkel bedachte ihn mit einem aufmunternden Lächeln. Ähm, ähm, der Räusperer war Marmarik Krempel, Oberhaupt der Hereinleger. Mehrere Ringe glänzten, als er die Fingerspitzen aneinander presste und den Blick auf Spelzdinkel richtete. Der Querstor misstraute Krempel noch mehr als seinen anderen Kollegen, hegte großen Argwohn in Bezug auf seinen Verstand. Er befürchtete, dass Marmarik eine recht hohe Intelligenz zu eigen war, dachte an viele winzige auf hochglanz polierte Zahnräder, die hinter der faltigen Stirn emsige Arbeit verrichteten. Der Knabe scheint kaum geneigt, seine Macht einzusetzen, sagte Krempel. Und was ist mit Billias und Wirrit? Kindlicher Groll, weiter nichts, erwiderte Marmarik. Die anderen Zauberer sahen den Quästor an. Sie ahnten, dass zwischen den beiden Männern irgendetwas vor sich ging, wussten jedoch nicht genau, worum es sich handelte. Es gibt einen schlichten Grund dafür, warum keine Zauberer über die Scheibenwelt herrschten. Man reiche zwei Magiern ein Seil und sie ziehen instinktiv in verschiedene Richtungen. Wahrscheinlich liegt es an ihren Genen oder der Ausbildung. Im Vergleich zu ihrer Kooperationsbereitschaft offenbart ein alter Elefant mit Zahnschmerzen den gleichen Eifer wie eine Biene, die den Rekord im Honigsammeln brechen will. Spelzdinkel breitete die Arme aus. Brüder, wiederholte er sich, begreift ihr denn nicht, was uns das Schicksal bescherte? Der Junge ist begabt und vielleicht wuchs er ohne einen Lehrer auf, irgendwo auf dem Land und er spürte den uralten Ruf der Magie in seinen Knochen, nahm eine weite Reise auf sich, begegnete vielen Gefahren und schließlich erreichte er sein Ziel, ganz allein und voller freudiger Erwartung und er hofft darauf, dass wir ihm helfen, seine Hand nehmen und ihn ins Reich der Zauberei führen. Oh, wie grausam wäre es, wenn wir ihn abwiesen, ihn der kalten Unbarmherzigkeit des Winters überließen, ihn in die dunkle, frostige Nacht schickten. Der Quästor unterbrach seine Rede, als sich ernstlich heiter die Nase putzte. Wir haben den Winter längst hinter uns, bemerkte einer der anderen Zauberer, und was die Nacht betrifft, der Vollmond scheint und es ist noch immer recht warm. Spelzdinkel überlegte kurz. Oh, wie sehr litte das Kneblein im geradezu hinterhältig wechselhaften Frühlingswetter. Ja, verdammt sei der Mann, der es ... Es ist fast Sommer! Krempel rieb sich nachdenklich den Nasenrücken. Der Junge hat einen Zauberstab, stellte er fest. Woher stammt er? Hast du ihn danach gefragt? Nein, antwortete Spelzdinkel und bedachte Marmarik mit einem finsteren Blick. Er war gerade richtig in rhetorischen Schwung gekommen. Krempel starrte auf seine Fingerspitzen herab, auf eine recht bedeutungsvolle Weise, wie der Quästor zu erkennen glaubte. Nun, ganz gleich, welche Probleme sich ergeben, bestimmt können sie bis morgen warten, sagte das Oberhaupt der Hereinleger. Spelzdinkel bemerkte seinen auffallend gelangweilten Tonfall. Lieber Himmel, er hat Bilias einfach verschwinden lassen, platzte es Ernst aus Ernstlich heraus. Und es heißt, in Wirrits Zimmer sei alles voller Ruß. Vermutlich fielen sie ihrer eigenen Dummheit zum Opfer, entgegnete Krempel gelassen. Ehrenwerter Bruder, ich bin sicher, du ließest dir von einem Kind keine magische Niederlage beibringen, oder? Ernstlich zögerte. Nun, sagte er, nein, natürlich nicht. Er sah das unschuldige Lächeln Krempels und hüstelte verlegen. Ganz gewiss nicht. Bilias verhielt sich wirklich wie ein Narr. Trotzdem scheint mir eine gewisse Vorsicht angebracht. Ich schlage vor, wir beginnen gleich morgen früh damit vorsichtig zu sein, sagte Krempel fröhlich. Brüder, lasst uns diese Besprechung vertagen. Der Junge schläft und zumindest in dieser Hinsicht sollten wir uns ein Beispiel an ihm nehmen. Morgen sieht bestimmt alles anders aus. Ich habe einige Dinge gesehen, die sich nicht über Nacht verändern, erklärte ernstlich düster. Das Phänomen der Jugend erfüllte ihn mit ausgeprägtem Unbehagen und er vertrat die Ansicht, dass sich nur Unheil daraus ergeben konnte. Die Senior Zauberer verließen die Kammer und machten sich wieder auf den Weg zum großen Saal, wo ihre magischen Kollegen gerade mit dem neunten Gang des Festessens begannen. Ihr Appetit hatte nicht unter den jüngsten Ereignissen gelitten. Wundervolle Gärten, Umstülpungen und Leute, die sich in Rauch auflösten, schlugen nur unerfahrenen Taumaturgen auf den Magen. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund blieben Spelzdinkel und Krempel allein im Zimmer zurück. Sie saßen an den beiden Enden des langen Tisches und beobachteten sich wie Katzen. Manchmal hocken sich Katzen stundenlang gegenüber und spielen jene Art von geistigem Schach, bei dem ein menschlicher Großmeister nach wenigen Zügen matt gesetzt würde. Aber selbst die besten Katzen müssten einem durchschnittlichen Zauberer unterliegen. Spelzdinkel und Krempel waren nur dann zum ersten verbalen Zug bereit, wenn sie alle Varianten des zu erwartenden Gesprächs durchdacht hatten und zu dem Schluss gelangten, dass ihnen genügend Möglichkeiten zum Kontern blieben. Nach einigen Minuten gab der Quästor nach. Alle Zauberer sind Brüder, sagte er. Wir sollten Vertrauen zueinander haben. Ich verfüge über Informationen. Ja, bestätigte Krempel, du weißt, wer der Junge ist. Spelzdinkels Lippen bewegten sich lautlos, als er sich den nächsten Wortwechsel vorzustellen versuchte. Du kannst nicht ganz sicher sein, antwortete er nach einer Weile. Mein lieber Spelzdinkel, du errötest immer, wenn du versehentlich die Wahrheit sagst. Ich bin nicht rot geworden. Eben, kommentierte Krempel. Na schön, gestand der Quästor ein, aber du glaubst noch etwas anderes zu wissen. Der dicke Zauberer zuckte mit den Schultern. Es ist nur ein Verdacht, kaum mehr als eine Ahnung, sagte er. Aber warum sollte ich mich mit dir verbünden? Es fiel ihm nicht leicht, dieses völlig unvertraute Wort zu formulieren. Immerhin bist du nur ein Magier der fünften Stufe. Ich könnte alle Informationen bekommen, indem ich in deinem Kopf nachsehe und das Gehirn anschließend durch die Ohren presse. Nun, sei gewiss, dass ich nichts gegen dich persönlich habe. Es geht mir darum, die Antworten auf einige Fragen zu finden. Die Geschehnisse der nächsten Sekunden folgten so dicht aufeinander, dass sie sich dem Verständnis von Nichtzauberern entziehen. Etwa folgendes trug sich zu. Spelzdinkel hatte unter dem Tisch die Zeichen des Migränen Beschleunigers in die Luft gemalt. Jetzt murmelte er eine Silbe und schleuderte den Zauber seinem Widersacher entgegen. Die Magie hinterließ eine deutliche Brandspur im Holz und auf halbem Weg traf sie auf die silbernen Schlangen von Bruder Strengmeisters wirkungsvollem Natterbann, der von Krempels Fingern sprang. Die beiden taumaturgischen Entitäten prallten aufeinander, verwandelten sich in eine Kugel aus grünem Feuer und füllten den Raum mit winzigen gelben Kristallen. Die Zauberer wechselten einen langen, finsteren Blick, in dem man Kastanien hätte rösten können. Krempel war überrascht und das überraschte ihn. Zauberer der achten Stufe sehen sich höchst selten mit der Notwendigkeit konfrontiert, ihr okkultes Geschick zu beweisen. Rein theoretisch gab es nur sieben andere Magier, die ebenso mächtig waren und alle anderen nahmen einen geringeren Rang ein, spielten somit eigentlich keine Rolle. Solche Einstellungen führen zu Selbstzufriedenheit und der Überzeugung wenigstens relative Sicherheit zu genießen. Spelzdinkel war ein Zauberer der fünften Stufe und daraus ergaben sich einige bedeutsame Konsequenzen. An der Spitze der magischen Hierarchie mag das Leben recht hart sein und unten ist es wahrscheinlich noch härter, aber um den Zustand in der Mitte zu beschreiben, muss man den Ausdruck hart durch geeignete Synonyme wie Graniten oder Stählern ersetzen. Die geborenen Verlierer Faulen Dummen und Pechvögel werden bereits auf den ersten Ebenen ausgemerzt und zurückbleiben nur die ehrgeizigen, gerissenen und vorsichtigen. Die Zauberer der fünften Stufe wissen, dass sie auf allen Seiten von überaus entschlossenen Feinden umgeben sind. Ambitionierte Vierer drängen dauernd von unten nach und warten nur darauf, in die Fußstapfen eines erschöpften Fünfers zu treten. Die arroganten Sechser bemühen sich ständig, keinen Platz für Ehrgeiz zu lassen. Es herrscht nie Ruhe, dauernd ist alles in Bewegung. Um es anders auszudrücken, die Magier der fünften Stufe sind gemein und zäh und haben Nerven aus Stahl. Ihre geistigen und körperlichen Muskeln bleiben immerzu für den letzten Sprint zum Ziel angespannt, wo die kostbarste aller Trophäen wartet, der Hut des Erzkanzlers. Das Novum der Zusammenarbeit übte einen gewissen Reiz auf Krempel aus. Vielleicht lohnte es die Mühe, eine Zeitlang auf Mordpläne und Giftattentate zu verzichten, die Kooperation als neues Werkzeug zu verwenden, solange sich dieses bemerkenswerte Instrument zu seinem Nutzen einsetzen ließ. Nachher konnte er es im metaphorischen Geräteschuppen verstauen und zu den alten Traditionen zurückkehren. Spelzdinkel dachte ein Patronat. Er hatte diese Bezeichnung schon einmal gehört, obwohl sie nicht zum üblichen Wortschatz der Zauberer gehörte, und daher wusste er auch, welche Vorstellungen es damit zu verbinden galt. Jemand stand einem bei. Normalerweise kam es keinem Magier in den Sinn, einem Kollegen beizustehen, sie zogen es vor, bei ihm zu stehen und einen Dolch in den wehrlosen Rücken zu stoßen, aber in diesem besonderen Fall allein der Gedanke, einen Konkurrenten zu unterstützen, andererseits vielleicht erwies sich der Alte nach als nützlich, wenigstens eine Zeit lang, und nachher? Die beiden Zauberer starrten sich mit widerstrebender Anerkennung und unbegrenztem Misstrauen an. Glücklicherweise war es ein Misstrauen, auf das sie sich verlassen konnten, bis nachher. Der Knabe heißt Münze, sagte Spelzdinkel. Er nannte mir auch den Namen seines Vaters. Alles weiß. Ich frage mich, wie viele Brüder er hat, murmelte Krempel. Wie bitte? Seit Jahrhunderten, vielleicht sogar seit Jahrtausenden, hat es in dieser Universität keine solche Magie mehr gegeben, fuhr Krempel fort. Ich kenne sie nur aus den ältesten aller Bücher. Wir haben alles weiß vor dreißig Jahren verbannt, erinnerte sich der Quästor. Er heiratete, wenn ich mich recht entsinne. Nun, seine Söhne kamen sicher als Zauberer zur Welt, aber ich verstehe nicht. Was wir gesehen haben, war keine Zauberei, sondern kreative Magie, verkündete Krempel und lehnte sich zurück. Spelzdinkels Blick reichte über den zischenden Lack hinweg, klebte am Gesicht des dicken Mannes auf der anderen Seite des Tisches fest. Kreative Magie? Der achte Sohn eines Zauberers wird als kreativer Magus geboren, Das wusste ich nicht. Es ist nur Eingeweihten bekannt. Na schön, aber kreative Magier lebten vor langer, langer Zeit. Ich meine, damals war die Magie stärker als heute. Und die Menschen, sie hatten andere Bräuche und ich meine, sie verhielten sich anders und magische Dinge, die Verlockungen des weiblichen Fleisches. Die beiden letzten Worte bewirkten eine seltsame Reaktion in Spelzdinkel. Acht Söhne, dachte er. Es bedeutet, dass er es achtmal getrieben hat. Mindestens Donnerwetter. Kreative Magier waren zu allem fähig, fügte der Quästor hinzu. Ihre Macht reichte fast an die der Götter heran, woraus sich natürlich einige Probleme ergaben mit den Göttern. Bestimmt lassen sie nicht zu, dass noch einmal jemand ihrer Autorität in Frage stellt. Nun, es kam zum Chaos, weil die kreativen Magier untereinander stritten, sagte Krempel. Aber durch einen kreativen Magus dürften sich eigentlich keine Schwierigkeiten ergeben. Vorausgesetzt natürlich, ältere und klügere Zauberer stehen ihm mit weisem Rat zur Seite. Der Knabe will den Hut des Erzkanzlers. Warum soll er ihn nicht haben? Das war sogar für Spelzdinkel zu viel. Seine Kinnlade klappte herunter. Aber der Hut ist nur ein Hut, sagte Krempel. Ein Symbol, weiter nichts. Wenn der Junge solchen Wert darauf legt, bekommt er ihn eben. Er muss natürlich gewisse Gegenleistungen erbringen. Das Oberhaupt der Hereinleger zwinkerte verschwörerisch. Ein Strohhut, Spelzdinkel blinzelte. Ein Strohhut? Ja, für einen Strohmann. Ich höre immer nur Stroh. Münze ist ein Junge aus Fleisch und Blut und der Hut des Erzkanzlers. Ich habe nur eine Metapher. Krempel atmete tief durch. Ich habe nur einen Vergleich verwendet, etwas Salz in die rhetorische Suppe gestreut. Spelzdinkel achtete nicht auf die letzten Worte. Wenn wir ihm den Hut geben, wird er zum neuen Erzkanzler und der Erzkanzler wird von den Göttern aus erwählt. Krempel wölbte eine Braue. Tatsächlich? fragte er und hüstelte. Nun, ja, ich glaube schon, in gewisser Weise. In gewisser Weise? Krempel stand auf und versuchte vergeblich seinen zerknitterten Umhang glatt zu streichen. Ich glaube, du musst noch eine Menge lernen, sagte er. Übrigens, wo befindet sich der Hut? Ich weiß nicht, erwiderte der Quästor, der noch immer um seine Fassung rang. Irgendwo in Wirrits Zimmer nehme ich an. Wir sollten ihn besser holen, schlug Krempel vor. Er blieb an der Tür stehen und zupfte nachdenklich an seinem Bad. Ich erinnere an alles weiß, murmelte er. Wir haben zusammen studiert. Komischer Typ. Seltsame Angewohnheiten. Ein sehr begabter Zauberer, bevor er überschnappte. Zuckte immer mit den Brauen, wenn er aufgeregt war. Krempel starrte über eine vierzig Jahre breite Reminiszenzen Kluft und schauderte. Der Hut, sagte er, bringen wir ihn in Sicherheit. Es wäre sehr schade, wenn etwas damit passierte. Krempel wusste es noch nicht, aber er lag mit seinen Ahnungen genau richtig. Der Hut wollte vermeiden, dass irgendetwas mit ihm passierte und darum hatte er gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Derzeit war er zur geflickten Trommel unterwegs und wurde von einem verwirrten, ganz in Schwarz gekleideten Dieb getragen, nicht etwa auf dem Kopf, sondern unterm Arm. Wie sich bald herausstellen wird, handelte es sich um eine ganz besondere Art von Dieb. Dieser Dieb beherrschte die Kunst des Diebstahls wahrhaft meisterlich. Andere Diebe stahlen alles, was nicht nit- und nagelfest war, aber dieser Dieb nahm auch die Nieten und Nägel mit. Dieser Dieb hatte ganz ang schockiert, indem er mit erstaunlichem Erfolg Dinge stahl, die in absolut einbruch sicheren Schatzkammern aufbewahrt und von wachsamen bis an die Zähne bewaffneten Soldaten kontrolliert wurden. Es gibt Künstler, die Kapellen und Kirchendecken mit herrlichen Gemälden schmücken, dieser Dieb hätte sie stehlen können. Dieser spezielle Dieb stand in dem für seine Zunft beneidenswerten Ruf, während eines gut besuchten Abendgottesdienstes das Edelstein besetzte Opfermesser aus dem Tempel des Krokodilgottes Offler gestohlen zu haben. Angeblich war es ihm sogar gelungen, die silbernen Hufeisen des besten Rennpferds aus dem Gestüt des Patricias verschwinden zu lassen, während sich das Rost der Ziellinie näherte. Als Grittoller Helegut, Vizepräsident der Diebesgilde, auf dem Marktplatz angerempelt wurde, kurze Zeit später nach Hause zurückkehrte und feststellte, dass ihm einige geraubte Diamanten fehlten, zweifelte er nicht daran, wem sein Zorn gebührte. Er wusste deshalb Bescheid, weil er die Diamanten sicherheitshalber verschluckt hatte. Dieser Dieb konnte Initiative, den Augenblick und alle Worte stehlen, die einem auf der Zunge Aber zum ersten Mal hatte er nun etwas entwendet, das ihn darum bat, gestohlen zu werden, mit einer respekt einflößenden Stimme sprach und ihm genaue Anweisungen darüber gab, wohin es gebracht werden wollte. In Ankh-Morpork fand gerade ein interessanter Übergang statt. Wer seinen Lebensunterhalt bei hellem Tageslicht verdiente, machte Feierabend und ruhte sich aus, während die Fleißigen der Nacht aufstanden und mit erneuerter Energie ihre Arbeit begannen. Ihre handwerklichen Utensilien bestanden aus Messern, Dolchen, Totschlägern, Knüppeln, kleinen Morgensternen, gezinkten Karten, manipulierten Würfeln, Falschgeld und finsteren Blicken, die sich manchmal mit einem freundlichen Lächeln tarnten. Mit anderen Worten, der Tag hatte gerade jenen subtilen Wendepunkt erreicht, an dem es für Überfälle zu spät ist und Einbrecher noch ein wenig warten müssen. Rincewind saß allein in einem lauten Zimmer, in dem Dutzende von Gästen saßen, rauchten, tranken und die nächsten Morde planten. Er sah nicht auf, als ein Schatten über den Tisch kroch und eine dunkle Gestalt ihm gegenüber Platz nahm. Dunkle Gestalten waren in dieser Schenke recht häufig anzutreffen. Die geflickte Trommel wahrte eifersüchtig ihren Ruf, die stilvollste anrüchigste Taverne in ganz Ankh-Morpork zu sein, und der große Troll an der Tür beurteilte die Eignung Schwertern und so weiter. Rincewind hatte nie herausgefunden, was mit den Leuten geschah, die den Test nicht bestanden. Vielleicht endeten sie im geräumigen Trollmagen. Die Gestalt beugte sich ein wenig vor, und ihre Stimme ertönte aus den Tiefen einer schwarzen, pelzbesetzten Samtkapuze. Pscht, sagte sie bedeutungsvoll. Danke für das Angebot, erwiderte Rincewind, der zunehmend Mühe hatte, seine Banken zu ordnen, aber ich verzichte lieber darauf. Ich suche einen Zauberer, sagte die Stimme. Sie klang heiser, versuchte offenbar nicht erkannt zu werden, ein typisches Verhalten für die Stimmen in der gepflegten Trommel. Hast du einen bestimmten Zauberer im Sinn? erkundigte sich Rincewind vorsichtig. In seiner gegenwärtigen Umgebung genügten dumme Fragen, um Gefahr herauf zu beschwören. Jemanden, der die Traditionen ehrt und für hohen Lohn keine Risiken scheut, sagte eine andere Stimme. Sie schien von einer runden Lederschachtel im Arm des Fremden zu stammen. Oh, erwiderte Rincewind, das grenzt die Auswahl ein wenig ein. Was Lohn und Risiko betrifft, geht es dabei um weite Reisen durch fremde gefährliche Länder? In der Tat. Vermutlich sind auch Begegnungen mit exotischen Wesen nicht auszuschließen? Rincewind lächelte. Nicht ganz. Und ständig droht einem fast sicherer Tod? Eine Möglichkeit, die durchaus berücksichtigt werden sollte. Rincewind nickte und griff nach seinem Hut. Nun, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Suche, sagte er. Ich würde dir gern helfen, aber leider bin ich nicht dazu bereit. Wie bitte? Nun, ich bedauere es sehr, aber die Aussicht von fast sicherem Tod in den Klauen exotischer Ungeheuer aus fremden Ländern reizt mich nicht besonders. Ich habe es mit solchen Dingen probiert, konnte mich jedoch nicht daran gewöhnen. Jedem sein eigenes Abenteuer, so lautet meine Devise. Ich ziehe Langeweile vor. Er rammte sich Rincewind kam bis zur untersten Stufe der Treppe, die zur Straße führte, als jemand hinter ihm sagte, ein wahrer Zauberer hätte nicht abgelehnt. Er hätte einfach weitergehen können und einige Sekunden lang spielte Rincewind tatsächlich mit dem Gedanken, die Treppe zu erklimmen, auf die Straße zurück zu kehren, sich in der Kichergasse eine klatschianische Pizza zu holen und anschließend unter die Bettdecke zu kriechen. Durch eine solche Entscheidung wäre die Geschichte wesentlich verändert und erheblich kürzer gestaltet worden, aber solche Dinge spielten für den stellvertretenden Bibliothekar der unsichtbaren Universität nur eine untergeordnete Rolle. Ihn lockte in erster Linie die Vorstellung, sich gründlich auszuschlafen, auch wenn er dabei auf eine weiche Matratze verzichten musste. Die Zukunft hielt den Atem an, wartete darauf, dass Rincewind fortging. Aber er blieb stehen und dafür gab es drei Gründe. Der erste hieß Alkohol. Als zweiter mag die winzige Flamme des Stolzes angeführt werden, die selbst im Herzen des vorsichtigsten Feiglings brennt. Der dritte war die Stimme. Eine herrliche Stimme. Sie Die Wechselbeziehung zwischen Zauberern und Sex ist ziemlich kompliziert, aber es wurde bereits darauf hingewiesen, dass sie auf Folgendes hinausläuft. Wenn es um Wein, Weib und Gesang geht, so ist es Zauberern gestattet, ganz nach Belieben zu trinken und zu grölen. Jungen Taumaturgen erklärte man, der Umgang mit Magie sei sehr schwierig, und deshalb dürfe man nicht durch verstohlene und schweißtreibende Aktivitäten abgelenkt werden. Es sei weitaus besser, so hieß es, solche Dinge zu vergessen und sich stattdessen mit Erich Enthaltsams okkulter Fibel zu befassen. Seltsamerweise gaben sich nur wenige magische Schüler mit dieser Erklärung zufrieden. Die meisten anderen schöpften Verdacht und argwöhnten, man verlange nur deshalb erotische Abstinenz von ihnen, weil die entsprechenden Regeln von alten und vermutlich vergesslichen Zauberern stammten. Damit hatten sie nur zum Teil Recht. Der Grund für das obligatorische Zölibat war tatsächlich in Vergessenheit geraten. Wenn man Zauberern ungehinderten Umgang mit dem femininen Geschlecht erlaubte, bestand die Gefahr kreativer Magie. Natürlich beschränkten sich Rincewinds Kenntnisse nicht nur auf die Bibliothek in der Universität. Er hatte die eine oder andere Erfahrung gemacht und sich früh genug von den Geboten seiner Ausbildung befreit, um mehrere Stunden in der Gesellschaft einer Frau zu verbringen, ohne anschließend eine kalte Dusche und mehrere Beruhigungspillen nehmen zu müssen. Aber die Stimme hätte sogar eine Statue dazu veranlassen können, von ihrem Sockel zu springen und mit 100 Kniebeugen und 50 Liegestützen zu versuchen, sich von hormoneller Energie zu befreien. Wenn eine solche Stimme »Guten Morgen« sagte, klang es wie eine Einladung ins Bett. Die Fremde strich ihre Kapuze zurück und langes, fast weißes Haar kam darunter zum Vorschein. Die gebräunte Haut stand in einem ebenso auffallenden wie harmonischen Kontrast dazu und daraus ergab sich eine gut kalkulierte Wirkung auf die männliche Libido. Jemand schien ein Feuer unter ihr anzuzünden. Rincewind zögerte und verlor die letzte Gelegenheit an der gewohnten Langeweile festzuhalten. Hinter und über ihm brummte der Troll »Ich sagte doch, dass ihr nicht eintreten«. Die Frau sprang vor und drückte Rincewind eine runde Lederschachtel in die Hände. »Rasch! Komm mit mir«, drängte sie, »du bist in großer Gefahr. Wieso? »Weil ich werde, wenn du mich nicht begleitest.« »Hey, warte einen Augenblick, wenn das so ist«, wandte Rincewind verwirrt ein. Drei Soldaten aus der persönlichen Garde des Patriciers erschienen am oberen Ende der Treppe und der Anführer blickte grinsend in den Schankraum herab. Sein Lächeln wies deutlich darauf hin, dass er die Freude ganz allein für sich gepachtet hatte. »Niemand rührt sich von der drehte den Kopf und bemerkte weitere Gardisten an der Hintertür. Die Stammgäste der geflickten Trommel blieben still sitzen und ihre Hände lösten sich langsam von diversen Messergriffen. Sie sahen auf den ersten Blick, dass es sich nicht um gewöhnliche Stadtwächter handelte, in deren Wesen Vorsicht und Korruption eine bestimmende Rolle spielten. Diese wandelnden Muskelberge waren absolut unbestechlich, wenn auch nur deshalb, weil der Patrizier in jedem Fall mehr zahlte. Außerdem schien sie es nur auf die Frau abgesehen zu haben. Die Kundschaft des Wirts entspannte sich und aus ihrer Besorgnis wurde Interesse. Einige von ihnen überlegten sogar, ob es sich lohnte, an dem bevorstehenden Spektakel teilzunehmen, sobald sie ganz sicher sein konnten, wer den Sieg errang. Rincewind spürte einen wachsenden Druck am Handgelenk. »Bist du verrückt?« flüsterte er. »Willst du dir den Zorn des Patricias zuziehen?« Irgendetwas zischte und eine halbe Sekunde später ragte ein Dolchheft aus der Schulter des Anführers. Die junge Frau wirbelte um ihre eigene Achse und mit der Sicherheit eines Chirurgen traf ihr Fuß den Schritt des ersten Wächters. Zwanzig Augenpaare Tränten voller Mitgefühl. Rincewind hielt seinen Hut fest und versuchte unter den nächsten Tisch zu kriechen, aber nach wie vor hielt ihn eine schmale Hand fest, schloss sich wie eine stählerne Zwinge um seinen Unterarm. Ein weiterer Gardist näherte sich und wurde mit einem Messer begrüßt, das sich ihm in den Oberschenkel bohrte. Die junge Frau zog ein Schwert, das einer langen Nadel ähnelte und drohend hob sie die dünne Klinge. »Noch jemand?« fragte sie. Einer streckte den rechten Arm aus, ein Vergleich mit zwei Besenstielen, die jemand mit einem haarigen Band verbunden hatte, erscheint hier angemessen, und gab dem Mann einen Klaps auf den Rücken. Der Bolzen prallte vom Stern an Rincewinds Hut ab und traf die Wand dicht über einem allseits geachteten Zuhälter, der zwei Tische entfernt saß. Sein Leibwächter warf ein Messer und herabschmetterte, die sich gerade einige andere Gäste vornahmen. Nach dieser förmlichen Einleitung führte eins zum anderen und innerhalb kurzer Zeit waren alle Anwesenden am Kampf beteiligt. Die meisten versuchten, sich aus dem Staub zu machen und einige andere gaben sich damit zufrieden, mehr Schläge auszuteilen als einzustecken. Rincewind fühlte sich unerbittlich hinter die Theke gezogen und dort sah er den Wirt. In aller Seelenruhe hockte er auf seinen Geldbeuteln, genehmigte sich einen Drink und achtete darauf, dass er jederzeit nach einer mit langen Nägeln verzierten Keule greifen konnte. Wenn auf der anderen Seite des Tresens Holz splitterte, verzog er das Gesicht und murmelte etwas von fair sicher ungen und ähnlich geheimnisvollen Dingen. Ein schwarzer Wirbelwind schien Rincewind fortzureißen und es blieb ihm gerade hatte noch Gelegenheit einen letzten Blick auf den Bibliothekar zu werfen. Der Orang-Utan sah aus wie ein haariger mit Wasser gefüllter Gummisack, aber in Bezug auf Gewicht und Reichweite konnte er es mit allen Menschen im Zimmer aufnehmen. Derzeit saß er auf der Schulter eines Gardisten und trachtete mit nicht unbeträchtlichem Erfolg danach, ihm den Kopf abzuschrauben. Rincewind konzentrierte sich auf die eigene Situation, als sein Hosenboden über mehrere Stufen rutschte. Liebes Fräulein, sagte er verzweifelt, was hast du vor? Gibt es eine Möglichkeit aufs Dach zu klettern? Ja, was enthält die Schachtel? Pssst! Die junge Frau blieb an einer Ecke des schmuddeligen Korridors stehen, öffnete den Beutel am Gürtel, holte mehrere kleine Objekte hervor und verstreute sie auf dem Boden. Die Gegenstände bestanden aus vier miteinander verschweißten Stahlzacken und ganz gleich, wie sie lagen, eine Spitze zeigte immer nach oben. Nachdenklich beobachtete die schwarz gekleidete Gestalt eine nahe Tür. Du hast nicht zufällig einen anderthalb Meter langen dünnen Draht bei dir, oder? fragte sie hoffnungsvoll, hielt plötzlich wieder ein Wurfmesser Ich bedauere, erwiderte Rincewind gequält. Schade, ich hätte meine Vorräte rechtzeitig aufstocken sollen. Komm. Die Frau trat ans nächste Fenster heran, öffnete es und schwang ein Bein übers Sims. Na schön, sagte sie über die Schulter hinweg. Bleibst du hier und erklärst den Soldaten alles? Warum sind sie hinter dir her? Keine Ahnung, Was? Sie müssen doch irgendeinen Grund haben, um dich zu verfolgen. Oh, es gibt sogar eine Menge Gründe. Ich weiß nur nicht, welcher die Wächter hierher führte. Kommst du jetzt? Rincewind zögerte. Die persönliche Garde des Patricias war nicht gerade dafür bekannt, Appellen an die Vernunft mit besonderem Wohlwollen zu begegnen. Sie vergnügte sich viel lieber damit, das Artikulationsvermögen betreffender Personen zu stimulieren, indem sie ihnen die Zungen abschnitt. Viele Dinge erweckten den Groll der Gardisten, unter anderem der Umstand, dass sich außer ihnen noch andere Leute in der Welt befanden. Wer vor ihnen die Flucht ergriff, machte sich ihrer Meinung nach eines Kapitalverbrechens schuldig. Ich glaube, ich werde dich begleiten, sagte Rinswind galant. Eine junge Frau wie du sollte um diese Zeit nicht allein in Ankh-Morpork unterwegs sein. Kalter Nebel wallte durch die Straßen der Stadt und das Licht von Fackeln und Laternen glühte trüb durch die träge dahinziehenden Schwaden. Die Meisterdiebin spähte um eine Ecke. Die Soldaten haben unsere Spur verloren, sagte sie. Hör auf zu zittern. Wir sind jetzt in Sicherheit. Soll das heißen, ich bin ganz allein mit einer gemeingefährlichen Wahnsinnigen zusammen? fragte Rinswind. Wirklich nett. Die Frau, das Fräulein, entspannte sich und lachte. Ich habe dich beobachtet, vertraute sie ihm an. Eben hast du dich noch vor einer langweiligen und uninteressanten Zukunft gefürchtet. Ich wünsche mir eine langweilige und uninteressante Zukunft, entgegnete Rinswind bitter, und ich fürchte, sie könnte kurz sein. Kehr mir den Rücken zu, sagte die Namenlose und trat in eine Seitengasse. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich möchte mich ausziehen. Rinswind wirbelte herum und spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. Hinter ihm raschelte und knisterte es und er roch süßes Parfum. Nach einer Weile sagte die Unbekannte, jetzt kannst du die Augen wieder öffnen. Der Zauberer reagierte nicht. Mach dir keine Sorgen, ich bin wieder angezogen. Vorsichtig hob Rinswind die Lieder. Die junge Frau trug nun ein gesetztes weißes Spitzenkleid mit hübschen gebauschten Rüschen. Er öffnete den Mund und begriff, dass seine früheren Probleme recht simpel und banal gewesen waren, wenn man sie mit dieser Angelegenheit verglich. Bisher hatte er sich immer mit einigen mehr oder weniger klugen Worten herauswinden können, und wenn diese Möglichkeit versagte, blieb ihm immer noch die Option der Flucht. Sein Gehirn schickte dringende Befehle an die Laufmuskeln, aber bevor sie ihr Ziel erreichten, schlossen sich erneut stählerne Finger um seinen Unterarm. Du solltest wirklich nicht so nervös sein, sagte die namenlose Zuckersüß, sehen wir uns einmal dieses Ding an. Sie griff nach der ledernen Schachtel, die an Rincewinds Händen festzukleben schien. Vorsichtig hob sie den Deckel und holte den Hut des Erzkanzlers hervor. Die Oktarine glänzten in allen acht Farben des Spektrums und seltsames Licht schimmerte, tanzte, gleiste und funkelte durch die neblige Gasse. Um ohne magische Mittel eine solche Wirkung hervorzurufen, benötigt man nicht nur einen außergewöhnlich begabten Superspezialisten für Superspezialeffekte, sondern auch eine gut gefüllte schöpferische Hightech-Wunderkiste. Es braucht wohl nicht extra betont zu werden, dass nur wenige auserwählte Menschen Gelegenheit bekommen, unter gewöhnlichen Umständen einen solchen Farbdunst zu beobachten. Rincewind sank langsam auf die Knie. Die junge Frau musterte ihn verwirrt. Haben sich die Knochen deiner Beine in Gummi verwandelt? Es ist der Hut des Erzkanzlers, brachte Rincewind hervor und kniff die Augen zusammen. Du hast ihn gestohlen, platzte es aus ihm heraus. Er stemmte sich wieder in die Höhe und griff nach der irrlichternden Krempe. Ein Hut? Weiter nichts. Gib ihn her! Frauen dürfen ihn nicht berühren! Er gehört den Zauberern! Warum regst du dich so auf? fragte die Unbekannte. Rincewind öffnete den Mund. Rincewind schloss den Mund. Er wollte sagen, es ist der Hut des Erzkanzlers, begreifst du denn nicht? Er wird vom Kopf aller Zauberer getragen, das heißt, vom Kopf aller Zauberer Köpfe, ich meine, er gehört eigentlich aufs metaphorische Haupt der Magier Gemeinschaft und überhaupt, er ist das Ziel aller Zauberer Wünsche, er versinnbildlicht organisierte Taumaturgie, man kann sich ihn als Spitze unseres Berufsstandes vorstellen, als ein Symbol, er bedeutet und so weiter. Rincewind erfuhr am ersten Studientag in der unsichtbaren Universität vom Hut des Erzkanzlers und die entsprechenden Worte seiner Tutoren sanken so tief in seinen leicht zu beeindruckenden Geist wie Bleigewichte in weiche Grütze. Viele Rätsel der Welt blieben ihm rätselhaft, aber ein Punkt ließ nicht einmal für zaghaften Zweifel Platz. Der Hut des Erzkanzlers war wichtig. Vielleicht brauchten selbst Zauberer ein wenig Magie in ihrem Leben. Rincewind sagte der Hut. Er starrte die junge Frau an. Er hat zu mir gesprochen. Mit einer Stimme, die dicht hinter der Stirn erklingt? Ja. Ich habe sie ebenfalls gehört. Die Stimme meine ich. Aber sie kennt meinen Namen. Natürlich kennen wir ihn, du närrischer Narr. Immerhin gelten wir als magisch. Die Worte klangen nicht nur angemessen dumpf, sondern hatten auch einen sonderbar choralen Effekt. Rincewind stellte sich Dutzende von Stimmen vor, die alle zugleich und fast synchron sprachen. Er straffte seine Gestalt. Oh großartiger und wundervoller Hut, sagte er mit feierlichem Ernst, strafe dieses unverschämte Mädchen, dass die Frechheit, nein, die Dreistigkeit, nein, die Unverfrorenheit, hör auf mit dem Unsinn, die Diebin hat uns gestohlen, weil wir es ihr befahlen, wir sind gerade noch rechtzeitig entkommen. Aber sie ist, Rincewind zögerte, sie gehört dem weiblichen Geschlecht an und das war auch bei deiner Mutter der Fall. Ja, aber sie rannte fort, bevor ich geboren wurde, murmelte Rincewind. Von allen anrühchigen Schenken und Tavernen in der Stadt musstest du dich ausgerechnet für diese entscheiden. Die geflickte Trommel, klagte der Hut. Er war der einzige Magier, den ich finden konnte, erwiderte die junge Frau. Er erschien mir durchaus geeignet. Ich meine, er hat einen Hut und darauf steht Zauberer geschrieben und so. Man darf nicht alles glauben, was geschrieben steht. Nun, jetzt ist es zu spät. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Einen Augenblick, war Frincewind ein. Was ist eigentlich los? Du wolltest dich von ihr stehlen lassen? Warum bleibt uns nicht mehr viel Zeit? Er richtete einen anklagenden Finger auf den Hut. Wie dem auch sei, du kannst nicht einfach herumlaufen und dich stehlen lassen? Du gehörst auf den Kopf des Erzkanzlers. Die Ernennungszeremonie fand heute Abend statt und ich hätte daran teilnehmen sollen. Etwas Schreckliches geschah in der Universität. Es ist von größter Bedeutung, dass wir nicht zurückgebracht werden, verstehst du? Reise mit uns nach Klatsch. Dort gibt es jemanden, der mich tragen soll. Warum? Rincewind fand die Stimme immer seltsamer. Sie klang so, als sei es unmöglich, ihr nicht zu gehorchen, so als bringe sie massives Schicksal zum Ausdruck. Wenn sie ihn aufgefordert hätte, von einer hohen Klippe zu springen, wäre ihm vermutlich erst auf halbem Wege nach unten eingefallen, mit einem festen Nein zu antworten. Es droht der Tod aller Zauberei. Rincewind Wieso? fragte er. Das Ende der Welt steht bevor. Was? Schon wieder? Wir meinen es ernst, sagte der Hut verdrieslich. Der Triumph der Eisriesen, die Apokalypse, das Kaffeetrinken der Götter, die Liste ließe sich fortsetzen. Können wir das alles verhindern? An diesem Punkt ist die Zukunft ungewiss. Das entschlossene Entsetzen wich allmählich aus Rincewinds Zügen. Prüfst du meine Gutgläubigkeit? argwöhnte er. Es wäre sicher einfacher, wenn du dich an deine Anweisungen hieltest und nicht versuchtest, gewisse Dinge zu verstehen, sagte der Hut. Junge Dame, leg uns in unsere Schachtel zurück. Bald werden viele Leute nach uns Ausschau halten. Hey, warte mal, brummte Rincewind. In den vergangenen Jahren habe ich dich oft gesehen, aber du hast nie gesprochen. Wir schwiegen, weil wir nichts zu sagen hatten. Rincewind nickte, es klang vernünftig. Verstau das Ding endlich in der Schachtel und lass uns von hier verschwinden, schlug die Namenlose vor. Ein bisschen mehr Respekt, wenn ich bitten darf, junges Fräulein, sagte Rincewind geziert, du siehst hier das Symbol uralter Zauberei. Ich überlasse es dir, sagte die Unbekannte. Nicht so hastig, stieß Rincewind hervor und folgte der jungen Frau, als sie an verwitterten Mauern entlang eilte, eine schmale Straße überquerte und durch eine dunkle, schmale Gasse zwischen zwei Häusern huschte, die sich wie betrunken aneinander lehnten. Es sei hinzugefügt, dass sich ihre oberen Stockwerke tatsächlich berührten. Schließlich seufzte die Namenlose und blieb stehen. Was ist denn? fragte sie. Du bist der geheimnisvolle Dieb, nicht wahr? sagte Rincewind. Ich meine, die geheimnisvolle Diebin. Du bist in aller Munde. Er errötete und verbesserte sich hastig. Das heißt, alle Leute reden von dir. Angeblich gelang es dir, in verriegelte Schatzkammern einzudringen und so. Ich habe mir dich ein wenig anders vorgestellt. Ach, erwiderte sie kühl. Wie denn? Nun, du bist kleiner. Die junge Frau seufzte erneut. Komm weiter. In diesem Teil von Ankh-Morpork glühten nur wenige Laternen, aber weiter vorn gab es überhaupt keine mehr. Pechschwarze Finsternis wartete dort und grinste erwartungsvoll. Ich sagte, komm weiter, wiederholte die Diebin. Wovor fürchtest du dich? Rincewind holte tief Luft. Vor Mördern, Assassinen, Erwürgern, Halsabschneidern, selbsternannten Henkern, Räubern, Banditen und anderen Schurken, die in keine bestimmte Kategorie passen, erwiderte er. Dort vorn beginnen die Schatten. In ihrer Werbebroschüre Willkommen in Ankh-Morpork Stadt der tausend Überraschungen beschreibt die Kaufmannsgilde den als Schatten bekannten Teil von Alt-Morpork als ein folkloristisches Labyrinth malerischer Gassen und Straßen, wo hinter jeder Ecke Aufregung und Romantik lauern. Manchmal hört man auch die freudigen Schreie der Bewohner und das gurgelnde Lachen all jener, die sich an jahrtausige und daher recht alte Traditionen halten. Mit anderen Worten, sie sind gewarnt. Ja, bestätigte die Namenlose, niemand wird es wagen, dort nach uns zu suchen. Oh, die Soldaten werden uns folgen, wie es sich für ordentliche Verfolger gehört, aber anschließend können sie nicht wieder zurückkehren, weil sie unliebsame Bekanntschaft mit heimtückischen Messern, hinterhältigen Dolchen und gemeinen Totschlägern machen, sagte Rinswind voller Unbehagen. Weißt du, ich bin keine Echse, sondern ein Mensch. Ich habe nur eine dünne Haut, keinen dicken Panzer, und deshalb möchte ich darauf verzichten, ebenso einmalige wie endgültige Erfahrungen in den Schatten zu sammeln. Du solltest dir ein Beispiel an mir nehmen. Ich meine eine wunderhübsche junge Frau wie du. Wie schrecklich wäre es, wenn du, ich meine einige Leute in dem Viertel vor uns, insbesondere die Männer. Die Diebin lächelte. Du bist bei mir, sagte sie mit einer Stimme, die wie besonders süßer Honig klang. Du wirst mich sicher beschützen. Rincewind glaubte, in einer nahen Gasse schwere Gardistenschritte zu hören. Ich wusste, dass du so etwas sagen würdest, entgegnete er verzweifelt. Durch diese dunklen Straßen muss ein Mann gehen, dachte er. Und irgendwo beginnt er zu rennen. In dieser nebligen Frühlingsnacht ist es so finster in den Schatten, dass es zu dunkel wäre, um über Rincewinds Weg durch die gespenstischen Gassen zu lesen. Daher müssen die beschreibenden Passagen über die verzierten Dächer und den Wald aus schiefen Schornsteinen gehoben werden. Der Leser mag die wenigen funkelnden Sterne bewundern, deren Licht durch die wogenden Dunstschwaden dringt, und der Autor rät ihm, die von unten herauf filternden Geräusche zu ignorieren, das Scharren ängstlicher Füße, Schreie, das Knirschen und Ächzen und Stöhnen. Es hört sich an, als sei in den Schatten ein Raubtier unterwegs, das gerade eine zweiwöchige Hunger Diät beendet hat. Nicht weit vom Zentrum dieses Viertels entfernt, die Schatten sind nie vollständig kartografisch erfasst worden, befindet sich ein kleiner Platz. Dort brennen einige Fackeln an den Wänden, aber sie verströmen das für die Altstadt von Morpork typische Licht. Es ist bösartig und gehässig und dunkel im Herzen. Rincewind wankte auf den Platz und stützte sich an einer Mauer ab. Die junge Frau trat unbeschwert ins rötliche Glühen und summte fröhlich vor sich hin. Ist alles in Ordnung mit dir? fragte sie. Sagte Rincewind. Wie bitte? Ich jene Männer, stammelte er, ich meine die Art und Weise, wie du wie du einem von ihnen in die wie du ihn getreten hast und der andere, den du zwischen die und dein Messer, das den dritten genau am Wer bist du? Ich heiße Konina. Rincewind starrte sie einige Sekunden lang verwirrt an. Tut mir leid, sagte er, klingt nicht vertraut. Ich bin erst seit kurzer Zeit hier, erklärte die Diebin. Ja, ich dachte mir schon, dass du nicht aus dieser Stadt stammst, murmelte Rincewind. Ich hätte bestimmt von dir gehört. Ich wohne hier. Sollen wir reingehen? Rincewind hob den Kopf und betrachtete das Schild über der kleinen dunklen Tür. Es deutete darauf hin, dass die Taverne hinter den finsteren Mauern zum Trollkopf hieß. Vielleicht hat der Leser den Eindruck gewonnen, dass die geflickte Trommel, in der vor einer Stunde eine sehr temperamentvolle Schlägerei stattfand, zu den Anrüchigsten aller Anrüchigen Schenken in Ankmorpork gehört. Aber an dieser Stelle soll betont werden, dass die in einem ausgezeichneten Ruf als verrufenes Wirtshaus stand. Ihre Gäste genossen eine Art raue, grobe Ehrenhaftigkeit. Sie brachten sich mit kameradschaftlichem Respekt um, doch sie mordeten keineswegs aus reiner Boshaftigkeit. Ein kleiner Junge konnte in der Trommel eine Limonade trinken und brauchte nicht mehr als eine Ohrfeige zu fürchten, wenn die Mutter von seinem erweiterten Wortschatz erfuhr. An ruhigen Abenden, und wenn er sicher sein konnte, dass ihm der Bibliothekar keinen Besuch abstattete, stellte der Wirt sogar Schalen mit Erdnüssen auf den Tresen. Der Trollkopf hingegen war eine Jauchegrube, von der ein ganz anderer Gestank ausging. Wenn sich seine Gäste Mühe gaben, ein Bad nahmen und die Kleidung wechselten, wurden sie vielleicht, nur vielleicht, den Anforderungen gerecht, die man an den Abschaum der Menschheit stellte. Inzwischen dürfte klar geworden sein, dass die Schatten den Bodensatz von Kultur und Zivilisation darstellten. Übrigens, das Ding über der Tür ist gar kein Schild. Wer auch immer die Taverne Trollkopf nannte, er meinte es ernst. Rinswind spürte, wie sich in seiner Magengrube ein flaues Gefühl ausbreitete, als er die brummende Hutschachtel an die Brust presste und eintrat. Stille Sie umhüllte den Zauberer und seine Begleiterin und war fast so dicht wie der Qualm, der von verschiedenen schwelenden Substanzen ausging und jedes normale menschliche Gehirn innerhalb weniger Sekunden in Käse verwandeln konnte. Misstrauische Augen spähten durch den Rauch. Zwei Würfel rollten über einen Tisch und blieben liegen. Ihr Klacken klang ziemlich laut und Rincewind bezweifelte, dass sie seine Glückszahl zeigten. Er fühlte Dutzende von Blicken auf sich ruhen, während er der völlig unbefangenen und kleinen Konina in den Schankraum folgte. Als er den Kopf drehte, sah er das anzügliche Grinsen von Männern, die mit gedankenlosen Dolchstößen töteten. Gedankenlosigkeit einige große schwarze Flaschen und mehrere Fässer, die in Wandgestellen ruhten. Die Stille zog sich wie eine Aderpresse zusammen, und Rincewind rechnete jeden Augenblick damit, kalten Stahl zwischen den Schulterblättern zu spüren. Ein großer, dicker Mann, dessen Kleidung nur aus einer Pelzweste und einem ledernen Ländenschurz bestand, erhob sich mit einem verhängnisvoll klingenden Schnaufen und wechselte einige heimtückische Blicke mit anderen Schurken. Sein Mund wirkte wie ein von Lippen gesäumtes Loch. »Suchst du nach männlicher Gesellschaft, kleines Fräulein?« fragte er. Konina sah zu ihm auf. »Bitte geh mir aus dem Weg!« Rauhes Gelächter sprang aus den Kehlen der Stammgäste, kroch über den schmierigen Boden, krabbelte an Rincewind empor und versuchte ihn zu erwürgen. Konina kniff die Augen zusammen. »Ooooh!« grölte der Hühne begeistert. »Ich mag junge Frauen, die...« Koninas Hand zuckte, verwandelte sich in einen Schemen, der hier und dort gewisse Körperstellen berührte. Einige Sekunden lang starrte der dicke Riese ungläubig auf sie herab. Dann faltete er sich langsam zusammen. Rincewind wich zurück, als sich alle anderen Männer in der Taverne vorbeugten. Sein Instinkt forderte ihn auf, die Beine in die Hand zu nehmen und zu fliehen, aber die Stimmen von Vorsicht und Besonnenheit rieten ihm, an Ort und Stelle zu verharren, wenn ihm etwas an seinem Leben lag. Was auch immer geschehen mochte, die Bühne des Schicksals beschränkte sich auf den Schankraum. Rincewind empfand diese Erkenntnis als recht beunruhigend. Eine Hand presste sich ihm auf den Mund, zwei weitere griffen nach der Hutschachtel. Konina sauste an ihm vorbei und hob den Rock weit genug, damit ihr Fuß ein Ziel neben Rincewinds Talie treffen konnte. Jemand wimmerte und sank zu Boden. Die junge Frau pirouettierte elegant, hielt plötzlich zwei Flaschen, zerschlug sie an einem Regal und hielt die gesplitterten Hälften in den Händen. Der Straßenslang bezeichnete solche Waffen als Moorpork-Dolche. Von einem Augenblick zum anderen kamen die Stammgäste des Trollkopfs zu dem Schluss, dass Zurückhaltung angebracht war. Jemand hat den Hut gestohlen, brachte Rincewind heiser hervor, die Burschen verschwanden durch die Hintertür. Konina bedachte ihn mit einem finsteren Blick und lief zum Ausgang. In der Gruppe vor ihr bildete sich eine Gasse. Die Männer waren wie Haie, die einen Artgenossen zu erkennen glaubten. Kurz darauf erreichten sie eine schmale Gasse und hasteten weiter. Rincewind versuchte mit Konina Schritt zu halten. Wer ihr folgte, lief Gefahr auf spitze Dinge zu treten und er wusste nicht genau, ob sie sich daran erinnerte, dass und drehte den Kopf. Stimmt was nicht? Warum ist er stehen geblieben? Ich frage ihn, erwiderte die junge Frau fest. Warum ist er so weiß? Konina drehte sich um, stemmte die Arme in die Hüften und klopfte ungeduldig mit dem Fuß auf den Boden. Ich kenne dich seit kaum einer Stunde, Rincewind, und es erstaunt mich, dass du so lange überlebt hast. Trotzdem kannst du nicht leugnen, dass ich noch immer bei bester Gesundheit bin, oder? In dieser Hinsicht habe ich echtes Talent. Zieh ruhig Erkundigungen über mich ein. Ich bin süchtig. Süchtig nach was? Nach dem Leben. Ich bin schon in jungen Jahren davon abhängig geworden und ich habe mich so sehr daran gewöhnt, dass ich nicht mehr darauf verzichten möchte. Konina starrte auf den vom blauen Glanz umhüllten Mann, der etwas in seinen Händen zu betrachten schien. Schneeflocken sanken wie dicke Schuppen auf seine Schultern herab. Es handelte sich um die Art von Schuppen, wie sie sich jeder Hersteller von Produkten für die persönliche Hygiene erträumt. Rincewind hatte ein Gefühl für solche Dinge und ahnte, dass sich der Mann in einem Stadium befand, in dem selbst das beste und wirkungsvollste Shampoo nichts mehr nützte. Zusammen mit Konina schob er sich an einer glitzernden Mauer entlang. Er wirkt irgendwie seltsam, sagte die junge Frau. Meinst du damit seinen privaten Schneesturm? Das weiße Rieseln scheint ihn nicht zu stören. Er lächelt. Ein im wahrsten Sinne des Wortes eingefrorenes Grinsen, wenn du mich fragst. Eiszapfen hingen an den Händen des Mannes, die am geöffneten Deckel klebten. Oktarines Schimmern ging von dem Hut aus, spiegelte sich in erwartungsvoll starrenden und raureif bedeckten Augen wieder. Kennst du ihn? fragte Konina. Rinswind zuckte mit den Schultern. Ich habe ihn schon mal gesehen, sagte er. Er heißt Larry der Fuchs oder Fessi das Wiesel oder so ähnlich. Nun, sein Name hat irgendetwas mit einem Nagetier zu tun. Er stiehlt und ansonsten ist er harmlos. Er wirkt ziemlich kalt, Konina fröstelte. Ich schätze, er befindet sich jetzt an einem wärmeren Ort. Wir sollten die Schachtel schließen. Jetzt droht nicht mehr die geringste Gefahr, erklang die Stimme des Hutes aus dem blauen Glanz. Auf diese Weise enden alle Feinde der Zauberei. Rincewind fragte sich, ob er der Auskunft eines Hutes Vertrauen schenken sollte. Wir brauchen dringend etwas, um den Deckel zu zu klappen, murmelte er. Ein Messer oder was in der Art? Hast du eins bei dir? Dreh dich um, antwortete Konina. Es raschelte. Eine Parfumwolke wehte durch die Gasse. Jetzt kannst du die Augen wieder öffnen. Rincewind nahm ein fast dreißig Zentimeter langes Wurfmesser mit scharfer Schneide entgegen. Danke. Er drehte sich um. Dies ist doch nicht etwa deine letzte Waffe, oder? Keine Sorge zu meiner Ausrüstung gehören noch einige Dolche und andere Dinge. Darauf hätte ich gewettet. Rincewind streckte vorsichtig das Messer aus. Langsam näherte es sich der ledernen Schachtel und die Klinge wurde weiß, begann zu dampfen. Er stöhnte leise, als er Kälte spürte. Eine brennende, stechende Kälte, die ihm durch den Arm kroch und nach seinem Bewusstsein tastete. Die geistigen Befehle glitten durch einen mentalen Gletscher und Rincewind beobachtete, wie sich seine Finger zögernd krümmten. Die Spitze des Messers berührte den Deckel und schob ihn auf die Schachtel zurück. Das blaue Glühen verflüchtigte sich. Aus dem Schnee wurde Graupel, der im Nieselregen schmolz. Konina stieß ihn beiseite und zog die Hutschachtel ausgefrorenen Händen. Ich wünschte, wir könnten ihm irgendwie helfen. Es erscheint mir nicht richtig, ihn einfach so zurück zu lassen. Ich bezweifle, ob er uns irgendwelche Vorwürfe machen wird, sagte Rincewind. Wir sollten ihn wenigstens an die Wand lehnen, oder so. Rincewind nickte und griff nach einem Eiszapfen Arm des Diebs. Der Raureif erwies sich als recht glatt und den Mann festzuhalten. Die Gestalt wankte, fiel aufs Kopfstein Pflaster und zerbrach. Konina starrte auf die Splitter hinab. Grrrr, machte sie. Am Ende der Gasse, am Hinterausgang des Trollkopfes, bewegte sich etwas. Rincewind spürte, wie ihm die junge Frau das Messer aus der Hand riss, und einen Sekundenbruch Teil später raste die Klinge dicht an seinem Ohr vorbei und bohrte Meter entfernt in den Türpfosten. Ein neugieriger Kopf wich hastig zurück. Ich schlage vor, wir verlassen diesen ungastlichen Ort, sagte Konina und lief weiter. Können wir uns irgendwo verstecken? Vielleicht bei dir? Ich wohne in der Universität, erklärte Rincewind und achtete einmal mehr darauf, nicht den Anschluss zu verlieren. Kehr nicht in die unsichtbare Universität zurück, knurrte der Hut aus den Tiefen der Schachtel. Rincewind nickte geistesabwesend, eine solche Vorstellung behagte ihm ohnehin nicht. Außerdem dürfen sich dort nach Sonnenuntergang keine Frauen aufhalten, sagte er. Und vor Sonnenuntergang? Das Verbot gilt auch tagsüber. Konina seufzte. So ein Unsinn! Was haben Zauberer nur gegen Frauen? Rincewind runzelte die Stirn. Überhaupt nichts, erwiderte er. Das ist es ja gerade! Unheimliche graue Dunstschwagen zogen über die Docks von Moorpork, um Walten, Takelagen, krochen an schiefen Dächern entlang und lauerten in den Gassen. Bei gewissen Personen stand der nächtliche Hafen in dem Ruf, noch gefährlicher zu sein als die Schatten. Zwei Straßenräuber, ein Dieb und jemand, der Konina auf die Schulter geklopft hatte, um sie nach der Uhrzeit zu fragen, konnten das bestätigen. Darf ich mich nach etwas erkundigen? sagte Rincewind, als er über den unglücklichen Fußgänger hinwegtrat, der zusammengekrümmt am Boden lag, leise wimmerte und es nun bedauerte, keine Uhr zu besitzen. Ich höre. Ich möchte dich natürlich nicht beleidigen. Ja? Mir ist nur aufgefallen, Fremden gegenüber zeigst du eine recht eigentümliche Verhaltensweise. Rincewind duckte sich, aber nichts geschah. Was machst du da unten? fragte Konina verwundert. Entschuldige bitte. Ich weiß, was du denkst. Ich kann nichts dafür, gerate ganz nach meinem Vater. Und wer ist dein Vater? Etwa Kon der Barbar? Rincewind lächelte, um zu zeigen, dass er seine Frage scherzhaft meinte. Zumindest formten seine Lippen eine Art Sichel. Kein Grund zum Lachen, Zauberer. Was? Es ist nicht meine Schuld. Dünne Verwirrungsfalten bildeten sich in Rincewinds Stirn. Habe ich das richtig verstanden? Dein Vater ist wirklich Cohen der Barbar? Ja. Die junge Frau schob trotzig das Kinn vor. Jeder hat einen Vater, sagte sie. Selbst du nehme ich an. Sie spähte um eine Ecke. Alles klar. Komm. Als sie über feuchtes Kopfsteinpflaster Schritten fügte sie hinzu, vermutlich war dein Vater ein Zauberer. Das glaube ich nicht, entgegnete Rincewind. Zauberei und Familie sind zwei Dinge, die sich angeblich nicht miteinander vertragen. Er zögerte. Er kannte Cohen, war zu einer seiner Hochzeiten eingeladen worden, als der Barbar ein Mädchen in Coninas Alter heiratete. Nun, man konnte viel über Cohen sagen, aber eins stand fest, er verstand es zu leben. Viele Leute würden gern so sein wie Cohen. Ich meine, er war der beste Kämpfer, der geschickteste Dieb, der ... Viele Männer träumen davon, in seine sprichwörtlichen Fußstapfen zu treten, warf Conina scharf ein. Sie lehnte sich an eine Mauer und musterte ihn finster. Es gibt ein langes Wort, das alles genau beschreibt, behauptete sie. Eine Hexe nannte Leider habe ich's vergessen. Ihr Zauberer kennt euch doch mit langen Wörtern aus, nicht wahr? Rincewind öffnete die untersten Schubladen seines Gedächtnisses, strich mentale Spinnweben beiseite und suchte nach möglichst langen Wörtern. Marmelade, sagte er schließlich. Conina schüttelte verärgert den Kopf. Es bedeutet, dass man den Eltern nachschlägt. Rincewind runzelte die Stirn. Was Eltern betraf, waren seine Kenntnisse eher begrenzt. Kleptomanie? fragte er vorsichtig. Rückfälligkeit? Es beginnt mit einem V. Verzweiflung? Conina schnippte mit den Fingern. Vererbung, sagte sie triumphierend. Die Hexe erklärte mir, was es damit auf sich hat. Meine Mutter tanzte im Tempel irgendeines irren Gottes und mein Vater rettete sie und sie blieben eine Zeit lang zusammen. Es heißt, Figur und Aussehen habe ich von meiner Mama. Und daran gibt es absolut nichts auszusetzen, kommentierte Rincewind mit hoffnungsvoller Galanterie. Conina errötete. Ja, nun, mag sein, aber von meinem Papps habe ich Sehnen, mit denen man ein großes Schiff verteuhen könnte. Hinzu kommen die Reflexe einer Schlange, die auf heißes Blech gerät. Ständig gerate ich in Versuchung, irgendwelche Dinge zu stehlen, und wenn ich einem Fremden begegne, verspüre ich oft den Wunsch, ihm aus einer Entfernung von dreißig Metern einen Dolch ins linke Auge zu werfen. Wozu ich neigen Männer dazu, mir aus dem Weg zu gehen. Kann ich mir denken, murmelte Rincewind voller Mitgefühl. Ich meine, wenn sie herausfinden, wer ich bin, machen sie sich in den meisten Fällen aus dem Staub. Unter solchen Umständen ist es sehr schwer, einen Freund zu behalten. Es sei denn, du hältst ihn am Hals fest. Derartige Eigenschaften sind eher hinderlich, wenn man auf eine feste Beziehung Wert legt. Ja, da hast du sicher recht, pflichtete Rincewind bei, aber sie wären eine ideale Voraussetzung, wenn man ein berühmter Barbarendieb werden möchte. Das ist mein zweites Problem, gestand Konina ein. Mir steht eher der Sinn danach, anderen Leuten die Haare zu schneiden. Oh! Eine Zeit lang starrten sie in den Nebel. Du meinst wirklich Haare und keine Kehlen? fragte Rincewind zaghaft. Konina seufzte. Ich fürchte, als Barbaren Friseuse bekommt man kaum Gelegenheit, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sagte Rincewind. Ich meine, niemand möchte einen Haarschnitt samt Enthauptung. Ach, jedes Mal, wenn ich ein Maniküre-Etui sehe, kann ich kaum der Versuchung widerstehen, einen doppelhändigen Nagelreiniger zur Hand zu nehmen, sagte Konina. Man bezeichnet solche Gegenstände auch als Breitschwerter. Diesmal seufzte Rincewind. Ich weiß, wie du dich fühlst, murmelte er. Ich wollte immer ein Zauberer sein. Aber du bist doch Zauberer. Nun, ja, in gewisser Weise, aber Rincewind wurde an die Wand geschleudert und eine einsame Nebelschwade freute sich über die unerwartete Gesellschaft, kondensierte an seinem Nacken. Konina hielt plötzlich ein breites Wurfmesser in der Hand und duckte sich wie ein gefährliches Tier oder schlimmer noch wie eine gefährliche Frau. Was? begann Rincewind. Sei still, zischte Konina. Jemand nähert sich. Mit einer fließenden Bewegung richtete sie sich auf, wirbelte herum und schleuderte das Messer. Irgendetwas pochte leise. Coens Tochter verharrte und riss die Augen auf. Diesmal reagierten ihre Heldengene, die eine Zukunft in modischen Friseursalons ablehnten, mit ausgesprochener Verblüffung. Ich habe gerade eine hölzerne Kiste umgebracht, sagte Konina. Rincewind beugte sich vor und sah um die Ecke. Truhe stand auf den nassen Kopfsteinen und das Messer zitterte noch immer im Deckel. Sie sah erst Konina an und ihre Füße trippelten in einem komplexen Tango-Muster, als sie den Blick auf Rincewind richtete. Natürlich hatte Truhe gar kein Gesicht, nur ein Schloss und mehrere Scharniere, aber sie starrte besser als ein alter Leguan. In dieser Hinsicht konnte sie es sogar mit den Glasaugen einer Statue aufnehmen. Wenn sie sich auf einen Wettstreit einließ, in dem es darum ging, Verletzten stolz zum Ausdruck zu bringen, gab der durchschnittliche getretene Spaniel sofort auf und schlich in seine Hundehütte zurück. Rincewind bemerkte mehrere Pfeilspitzen und gebrochene Schwertklingen im Holz. Was ist das? fragte Kunina. Truhe, erwiderte Rincewind und rollte mit den Augen. Gehört sie dir? Eigentlich nicht, nur in gewisser Weise. Ist sie gefährlich? Truhe drehte sich langsam um und sah wieder die junge Frau an. In diesem Zusammenhang gibt es zwei verschiedene Standpunkte, sagte Rincewind. Manche Leute halten sie für gefährlich, während andere glauben, sie sei sehr gefährlich. Was meinst du? Truhe hob ihre Klappe einen Spalt breit. Sie bestand aus dem Holz eines intelligenten Birnbaums. Intelligente Birnbäume sind derart magische Pflanzen, dass sie auf der Scheibenwelt fast ausstarben und nur in wenigen Regionen überlebten. Man stelle sie sich als eine Mischung aus Oleander und Weidenröschen vor, die jedoch nicht in Bombenkratern gedeiht, sondern dort, wo sich starke magische Kräfte entfalten. Für gewöhnlich benutzt man das Holz, um Zauberstäbe daraus herzustellen, und jemand erlaubte sich einen Scherz, indem er es für eine Gepäckkiste verwendete. Zu Truhes magischen Fähigkeiten gehörte eine ebenso schlichte wie entnervende Eigenschaft. Sie folgte demjenigen, den sie als Eigentümer erachtete, auf Schritt und Tritt. Es spielte dabei keine Rolle, in welchen Dimensionen, Ländern, Universen oder Zeitepochen sich der Betreffende aufhielt. Auf Schritt und Tritt bedeutete überall hin. Man wurde die Truhe ebenso schwer los wie den Katzenjammer nach einem einwöchigen Gelage. Darüber hinaus nahm sie ihrem Besitzer gegenüber eine außerordentlich beschützende Haltung ein. Es ist nicht leicht, dem Rest der Schöpfung ihr allgemeines Gebaren zu beschreiben. Man sollte vielleicht mit dem Ausdruck sture Boshaftigkeit beginnen und anschließend nach geeigneten Synonymen suchen. Konina blickte auf die Klappe hinab und verglich sie mit einem Rachen. Mir erscheint die Bezeichnung extrem gefährlich angemessen, antwortete sie schließlich. Truhe mag Bratkartoffeln, sagte Rinswind und fügte hinzu, besser gesagt, sie isst Bratkartoffeln. Und Menschen? Oh ja, sie verschmäht nie einen Leckerbissen. Bisher hat sie rund fünfzehn Personen verschlungen, wenn ich richtig mitgezählt habe. Waren sie gut oder böse? Einfach nur tot, glaube ich. Übrigens kümmert sich Truhe auch um die schmutzige Wäsche. Man legt die Sachen einfach hinein und nimmt sie später gewaschen und gebügelt heraus. Was ist mit Blutflecken? Da du mich darauf ansprichst, begann Rinswind, eine komische Sache. Was hältst du für komisch? Erkundigte sich Konina und behielt Truhe im Auge. Nun, das Innere ist nicht immer gleich. Es weist eine multidimensionale Struktur auf und ... Mit welcher Einstellung begegnet sie Frauen? Oh, sie ist nicht wählerisch. Im vergangenen Jahr verspeiste Truhe ein Zauberbuch. Sie schmollte drei Tage lang und spuckte es dann wieder aus. Schrecklich, sagte Konina und wich zurück. In der Tat, bestätigte Rinswind, da hast du vollkommen recht. Ich meine die Art und Weise, wie sie einen anstarrt. Sie kann ziemlich gut starren, nicht wahr? Wir müssen nach Klatsch reisen, tönte eine Stimme aus der Hutschachtel. Eins der Schiffe dort drüben wäre geeignet. Geh an Bord! Rinswind spähte durch den grauen Dunst und beobachtete die seltsamen Formen, aus denen Stangen mit Stricken herauswuchsen. Hier und dort glühten Ankerlichter in der Finsternis. Es ist schwer nicht zu gehorchen, stimmt's? sagte Konina. Ich versuche es zumindest, erwiderte Rinswind. Schweiß perlte auf seiner Stirn. Ich habe gesagt, du sollst an Bord gehen, brummte der Hut. Rinswinds Beine begannen zu zittern. Warum tust du mir das an? klagte er. Weil mir keine andere Wahl bleibt. Glaub mir, es wäre mir weitaus lieber gewesen, auf die Hilfe eines Zauberers der achten Stufe zurück zu greifen. Ich darf auf keinen Fall getragen werden. Warum nicht? Du bist der Hut des Erzkanzlers. Und durch mich sprechen alle Erzkanzler, die jemals gelebt haben. Ich bin die Universität. Ich bin das Wissen. Ich bin das Symbol der von Menschen kontrollierten Magie. Und ich will nicht auf dem Haupt eines kreativen Magus enden. Es muss unbedingt verhindert werden, dass sich erneut kreative Magie ausbreitet. Eine solche Bürde wäre zu schwer für diese Welt. Konina hustete leise. Hast du irgendetwas davon verstanden? fragte sie behutsam. Einen Teil, aber ich glaube kein Wort, antwortete Rinswind und presste die Füße fest auf den Boden. Man bezeichnete mich als Strohhut für einen Strohmann. Die Stimme aus der Schachtel klang entrüstet. Dicke Zauberer, die alle Traditionen der Universität verraten, und sie sahen nur ein Mittel zum Zweck in mir. Rinswind, ich beschwöre dich, und auch dich, junges Fräulein. Wenn ihr mir dient, erfülle ich euren größten Wunsch. Wie willst du mir meinen größten Wunsch erfüllen, wenn das Ende der Welt bevorsteht? Der Hut dachte einige Sekunden lang nach. Zauberern getragen wird, lernt man einige Dinge. Und nun, wir müssen fliehen, aber natürlich würdevoll.« Rincewind warf Konina einen flehendlichen Blick zu, doch die junge Frau zuckte nur mit den Schultern. »Ich weiß nicht, was ich davon halten soll«, sagte sie. »Offenbar steht uns ein Abenteuer bevor. Ich erlebe dauernd welche. Es liegt an der Genetik.« Auf der Scheibenwelt scheiterte das Studium der Genetik schon in einem frühen Stadium, als einige Zauberer versuchten, so einfache Dinge wie Taufliegen und Erbsen miteinander zu kreuzen. Leider hielten sie sich nicht mit der notwendigen Grundlagenforschung auf, und das Ergebnis ihrer Bemühungen, ein grünes, bohnenartiges Objekt, das dauernd vor sich hinsummte, führte ein nur kurzes und unglückliches Leben, bevor es von einer zufällig vorbeikommenden Spinne gefressen wurde. »Aber ich mag keine Abenteuer«, jammerte Rincewind. »Ich habe ein ganzes Dutzend hinter mir und konnte mich nie daran gewöhnen.« »Oh, du hast also Erfahrung«, stellte der Hut fest. »Nein«, widersprach Rincewind. Seine schmale Brust hob und senkte sich in kurzen Abständen. »Meine Genetik macht mich zu einem Feigling, der dauernd wegrennt. Die Gefahr hat mich mindestens hundertmal angestarrt, von hinten.« »Ich möchte nicht, dass du in Gefahr gerätst.« »Das freut mich.« »Ich möchte, dass du alle Gefahren meidest.« Rincewind ließ die Schultern hängen. »Warum ausgerechnet ich?« stöhnte er. »Zum Wohle der Universität. Zum Wohle der Zauberei. Zum Wohle der ganzen Scheibenwelt. Um deiner innigsten Wünsche willen. Und wenn du nicht gehorchst, ergeht es dir wie dem Mann, der mich in der Schenke stahl.« Rincewind atmete fast erleichtert auf. Bestechungsversuche, Schmeicheleien und Appelle an seine Ehre prallten wirkungslos an ihm ab. Aber Drohungen nahm er sich zu Herzen. Bei Drohungen wusste er, woran er war. Am Tag der geringen Götter ging die Sonne wie ein schlecht poschiertes Ei auf. Silbrig und goldfarben schimmernder Dunst ruhte wie eine faserige Decke auf Ankh-Morpork. Feucht, warm und stumm. Frühlingsdonner grollte über der weiten Ebene jenseits der Stadt. Es schien wärmer zu sein als für die Jahreszeit üblich. Normalerweise schliefen Zauberer recht lange, aber an diesem Morgen standen sie schon früh auf und wanderten ziellos durch die Korridore. Sie alle spürten die Veränderung. Die Universität füllte sich mit Magie. Natürlich war sie immer voller Magie, aber es handelte sich um einen alten, geruhsamen Zauber, so aufregend und gefährlich wie ein gefütterter Pantoffel. Jetzt sickerte eine neue Art von Magie durchs Gemäuer, scharf wie die Schneide eines Dolches, so fest und massiv wie Stahl, so strahlend und kalt wie Kometenfeuer. Sie filterte durch die Mauern und knisterte an Vorsprüngen, wie statische Elektrizität auf dem Nylon-Teppich der Schöpfung. Sie summte und zischte, sie zupfte an Zaubererbärten, wehte als oktariner Duft von Fingern, die seit mindestens drei Jahrzehnten nicht mehr vollbracht hatten, als blasses Licht zu beschwören. Wie können die Auswirkungen möglichst plastisch und stilvoll beschrieben werden? Nun, den meisten Zauberern erging es wie einem Greis, der sich einer hübschen jungen Frau gegenüber sieht und mit einer Mischung aus Grauen und Entzücken feststellt, dass sein Fleisch plötzlich ebenso willig ist wie der Geist. Kreative Magie, flüsterte es in den Sälen und Fluren der unsichtbaren Universität. Einige Taumaturgen versuchten sich heimlich an Zauberformeln, die sie schon seit Jahren nicht mehr richtig beherrschten, und voller Erstaunen beobachteten sie, wie sich die erhofften Effekte einstellten. Zuerst warten sie noch eine gewisse Zurückhaltung, aber schon bald schöpften sie Zuversicht und Vertrauen in ihre neu gewonnenen Fähigkeiten. Mit fröhlichem Juchzen schleuderten sie grüne Feuerbälle umher, zogen lebende Tauben aus ihren Hüten oder schufen einen bunten Paillettenregen. Kreative Magie. Ein oder zwei besonders würdevolle Zauberer, die sich bisher nichts anderes zu Schulden kommen ließen als das Verspeisen lebender Austern, machten sich unsichtbar und stellten den Dienstmädchen nach. Kreative Magie. Einige der kühneren Taumaturgen versuchten sich an uralten Flugzaubern und flatterten ein wenig unbeholfen unter den Decken. Kreative Magie. Nur der Bibliothekar nahm nicht an dem allgemeinen Durcheinander teil. Eine Zeit lang beobachtete er die magischen Possen, schürzte skeptisch die Lippen und wankte dann zur Bibliothek. Niemand hörte, dass er die Tür hinter sich verriegelte. In den mit niedergeschriebener Zauberei gefüllten Kammern herrschte angespannte Stille. Die Bücher zerrten nicht mehr an ihren Ketten. Sie hatten das Stadium panischer Angst hinter sich und die Ruhe demütigen Entsetzens erreicht, hockten wie gebannt in den Regalen und warteten. Ein langer, haariger Arm tastete nach oben und packte Kaspar Kainers vollständiges Lexikon der Magie mit Richtlinien für den Klugen, bevor der Band zur Seite springen konnte. Einige Sekunden lang streichelte er das Buch, um es zu beruhigen, schlug es dann unter K auf. Sanft glättete der Bibliothekar die zitternde Seite und strich mit einem hornigen Fingernagel über die verschiedenen Einträge, bis er die Stelle fand und las. Kreativer Magus. Maskulin. Mythisch. Ein Proto-Zauberer. Eine Pforte, durch die neue Magie in die Welt gelangen könnet. Ein Zauberer, dessen Leistungsfähigkeit nicht von den physischen Bedingungen seines Körpers beschränkt wird und weder Tod noch Schicksal zu fürchten braucht. Es steht geschrieben, dass einst kreative Magier über eine noch junge Scheibenwelt wandelten, aber inzwischen gäbe es glücklichermaßen keine mehr, denn kreative Magie ist nicht für den Menschen bestimmend und ihre Rückkehr würde das Ende der Welt bedeuten. Wenn der Schöpfer bereit gewesen wäre, den Menschen mit Gotteskraft auszustatten, hätte er ihm Flügel verliehen. Siehe auch die Apokalypse, die Legende der Eisriesen und das Kaffeetrinken der Götter. Der Bibliothekar las die Querverweise, blätterte zur ursprünglichen Seite zurück und starrte nachdenklich darauf herab. Nach einer Weile stellte er das Buch vorsichtig ins Regal, kroch unter den Tisch und zog sich die Decke über den Kopf. Unterdessen standen Spelzdinkel und Krempel auf dem Bardenbalkon des großen Saals und beobachteten das Geschehen aus einer völlig anderen Perspektive. So dicht nebeneinander wirkten sie fast wie die Zahl zehn. »Was geht hier vor?«, fragte Spelzdinkel. Er hatte eine schlaflose Nacht hinter sich und es fiel ihm noch immer nicht leicht, klar zu denken. »Magische Kraft strömt in die Universität«, erwiderte Krempel. »Eine direkte Konsequenz von kreativer Magie. Sie schaffte einen Kanal für pure, okkulte Energie. Und ich meine echte Magie, nicht den abgenutzten Kram, den wir während der letzten Jahrhunderte benutzt haben. Wir erleben hier die Dämmerung einer neuen...« »Einer neuen Dämmerung?« »Genau. Es beginnt eine Zeit der Wunder. Eine...« »Ein neues Zeitalter? Ein Anus Mirabilis?« Krempel runzelte die Stirn. »Ja«, bestätigte er schließlich. »Etwas in der Art, glaube ich. Du kannst wirklich gut mit Worten umgehen.« »Danke, Bruder.« Krempel achtete überhaupt nicht auf die Antwort, die alle Rangunterschiede unberücksichtigt ließ. Stattessen lehnte er sich an die verzierte Brüstung und beobachtete das magische Chaos im Saal. Aus einem Reflex heraus tasteten seine Hände nach dem Tabaksbeutel und verharrten, bevor sie ihn berührten. Der alte Tomaturge lächelte und schnippte mit den Fingern. Eine brennende Zigarette erschien zwischen seinen Lippen. »Dazu war ich schon seit Jahren nicht mehr in der Lage«, überlegte er laut. »Große Veränderungen werfen ihr Licht voraus. Unsere Kollegen dort unten haben es noch nicht begriffen, aber dies ist das Ende von Kategorierungsebenen und Stufen. Wir mussten ein solches System schaffen, um die magischen Energien zu rationalisieren. Jetzt stehen sie uns im Übermaß zur Verfügung.« Plötzlich fiel ihm etwas ein. »Wo ist der Junge?« »Er schläft noch«, begann Spelzdinkel. »Ich bin hier«, sagte Münze. Er stand im Tor, das zu den Unterkünften der Seniorzauberer führte, und in der rechten Hand hielt er den aus Oktiron bestehenden Stab, der ihn um mehr als einen Meter überragte. Dünne, netzartige Linien aus gelbem Feuer tanzten über das schwarze Metall. Es war so dunkel, dass der Zauberstab wie ein Riss im Gefüge der Welt wirkte. Spelzdinkel spürte, wie sich der goldene Blick des Knaben in sein Bewusstsein brannte, alle Gedanken erfasste und sie an die Rückwand seines Schädels projizierte. »Ah«, sagte er, und versuchte möglichst freundlich und onkelhaft zu sprechen. Es klang wie ein heiseres, raues Todesröcheln. Nach einem solchen Anfang konnte es nur noch schlimmer werden, und Spelzdinkel hörte seine Befürchtungen bestätigt, als er hinzufügte, »Wie ich sehe, bist du schon... Auf!« »Mein lieber Junge«, intonierte Krempel. Münze bedachte ihn mit einem kalten, durchdringenden Blick. »Ich habe dich gestern Abend gesehen«, sagte er. »Kennst du alle Geheimnisse der Magie?« »Nur einige«, erwiderte Krempel, der sofort begriff, worauf der Junge hinaus wollte. Voller Unbehagen erinnerte er sich an Billias und Wirrit Festschmaus. »Ich bin gewiss nicht annähernd so mächtig wie du.« »Werde ich zum Erzkanzler ernannt, wie es meine Bestimmung ist?« »Oh, natürlich«, versicherte Krempel. »Daran kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Darf ich mir deinen Stab ansehen? Die Zeichen darauf bilden höchst interessante Muster.« Er streckte eine fleischige Hand aus. Und damit offenbarte er ein in jeder Hinsicht empörendes Verhalten. Normalerweise kam es keinem Zauberer in den Sinn, den Stab eines Kollegen ohne dessen ausdrückliche Genehmigung zu berühren. Aber es gibt eben Leute, die sich nicht dazu durchringen können, in Kindern vollwertige Menschen zu sehen, und aus diesem Grund glauben sie, man brauche ihnen gegenüber keine guten Manieren zu zeigen. Krempels Finger schlossen sich um den schwarzen Zauberstab. Es ertönte ein Geräusch, das Spelzdinkel nicht im eigentlichen Sinne hörte, sondern eher fühlte. Einen Augenblick später sauste Krempel von der Brüstung fort und prallte an die Wand. Es klang so, als ließe jemand einen Sack Schweineschmalz fallen. »Versuch nie wieder, meinen Stab anzufassen«, sagte Münze. Er drehte sich um und sah durch den bleichen Spelzdinkel hindurch. »Hilf ihm auf!« »Wahrscheinlich ist er nicht schwer verletzt.« Der Quästor eilte zur Mauer und beugte sich über Krempel, der asthmatisch keuchte. Seine Wangen glühten in einem sonderbaren Ton. Spelzdinkel klopfte ihm auf die Hand, bis er schließlich die Augen öffnete. »Hast du gesehen, was geschehen ist?« fragte Krempel. »Ich bin mir nicht sicher,« hauchte der Quästor. »Was ist geschehen?« »Das Ding hat mich gebissen.« »Wenn du den Stab noch einmal berührst, wirst du sterben«, sagte Münze ruhig. »Ist das klar?« Krempel hob vorsichtig den Kopf. Aus Furcht, er könne ihm von den Schultern fallen. »Völlig«, erwiderte er. »Und jetzt möchte ich mir gern die Universität ansehen,« fügte der Junge hinzu. »Ich habe viel von ihr gehört.« Spelzdinkel half Krempel auf die Beine und stützte ihn, als sie dem Knaben gehorsam folgten. »Hüte dich vor dem Stab«, murmelte Krempel. »Dazu bin ich fest entschlossen«, entgegnete Spelzdinkel. »Wie hat es sich angefühlt?« »Bist du jemals von einer Schlange gebissen worden?« »Nein.« »In dem Fall weißt du genau, wie es sich anfühlte.« »Hä?« »Es war nicht wie ein Schlangenbis.« Sie eilten dem Jungen nach, der einige Stufen hinter sich brachte und die Tür des großen Saals durchschritt. Spelzdinkel trat vor ihn und blieb stehen, eifrig darauf bedacht, einen guten Eindruck zu machen. »Dies ist der große Saal«, sagte er. Münze richtete einen goldenen Blick auf ihn, und im Hals des Zauberers entstand ein dicker Kloß. »Man nennt ihn so, weil er ein Saal ist und groß.« Der Quästor schluckte. »Es ist ein großer Saal«, fuhr er fort und bemühte sich zumindest an einem Rest von geistiger Klarheit festzuhalten. Das Feuer goldgelber Pupillen verbrannte sein inneres Wörterbuch. »Ein großartiger, großer Saal, und deshalb heißt er...« »Was sind das für Leute?« fragte Münze und hob seinen Stab. Die anwesenden Zauberer hatten den Jungen bemerkt und sich zu ihm umgedreht, doch nun wichen sie hastig zur Seite, als fühlten sie sich von einem Flammenwerfer bedroht. Spelzdinkel folgte dem Blick des kreativen Magus. Münze deutete auf die Gemälde und Statuen der früheren Erzkanzler, die von den Wänden herabstarrten. Sie hielten zierende Schriftrollen und mysteriöse astrologische Instrumente in den faltigen Händen, gaben sich so betont bedeutungsvoll, als litten sie an chronischer Verstopfung. Krempel holte tief Luft. »Zwei hundert meisterlich mächtige Magier sehen auf dich herab.« »Sie gefallen mir nicht«, verkündete Münze, und sein Stab verströmte oktarine Glut. Die Abbilder der Erzkanzler verschwanden. »Die Fenster sind zu klein, die Decke ist zu hoch, und alles ist viel zu alt.« Die Zauberer warfen sich zu Boden, und einigen Glücklichen gelang es sogar, hinter diversen Möbelstücken in Deckung zu gehen, als der Stab blitzte und gleiste. Spelzdinkel schob sich den Hut über die Augen und kroch unter einen Tisch, während um ihn herum die ganze Universität erbebte. Holz knackte, Stein knirschte. Jemand berührte ihn an der Schulter. Er schrie. »Reiß dich zusammen«, rief Krempel, um den Lärm zu übertönen. »Rück deinen Hut zurecht! Zeig ein wenig Würde!« »Und was machst du unter dem Tisch?« »Wir müssen die gute Gelegenheit beim Schopf packen!« »Packen? So wie den Stab?« »Folge mir!« Spelzdinkel kroch einige Meter weit, stand auf und sah eine neue, eine schrecklich helle Welt. Die rauen Steinwände verschwunden. Ebenso fehlte das dunkle Gebälk unter der Decke, das Eulen und Fledermäusen sich ihrer Heimstatt geboten hatte. Vergeblich hielt der Quästor nach den Fliesen und ihrem verwirrenden Schwarz-Weiß-Muster Ausschau. Aber damit noch nicht genug. Die hohen und schmalen Fenster mit ihrer jahrhundertealten Patina aus schmierigem Staub schienen sich einfach in Luft aufgelöst zu haben. Zum ersten Mal seit dem Bau der unsichtbaren Universität glänzte strahlender Sonnenschein in den großen Saal. Die Zauberer starrten sich verblüfft an, und was sie sahen, entsprach ganz und gar nicht ihren Erwartungen. Das erbarmungslose Licht verwandelte üppige goldene Stickereien in blasse Geschmacklosigkeit, offenbarte angeblich kostbaren Stoff als fleckigen, abgewetzten Samt. Sorgfältig gepflegte Bärte erwiesen sich als dichtes, von Nikotin verklebtes Gewirr, und herrlich funkelnde Diamanten wurden zu billigen Anksteinen. Das neugierige Schimmern der Sonne kroch durch den Saal und verdrängte vertraute Schatten. Was dabei zum Vorschein kam, empfand Spelzdinkel als ziemlich niederschmetternd. Er merkte plötzlich, dass er unter seinem Umhang, seinem zerknitterten, fransigen Umhang, der sowohl dem Gilb als auch einigen hungrigen Mäusen zum Opfer gefallen war, noch immer Pantoffeln trug. Die Wände des Saals bestanden jetzt fast ausschließlich aus Glas. Und wo kein Glas schimmerte, funkelte erlesener Marmor. Es herrschte eine solche Pracht, dass sich der Quästor plötzlich klein und erbärmlich vorkam. Er drehte sich zu Krempel um und stellte fest, dass sein Kollege den Knaben namens Münze aus glühenden Augen musterte. Den meisten anderen Magiern erging es nicht anders. Wer sich als Zauberer nicht von Macht angelockt fühlte, war kein echter Zauberer, und in diesem besonderen Fall handelte es sich um echte, pure Macht. Der schwarze Stab hatte sie alle in den Bann geschlagen. Krempel streckte die Hand aus, um dem Jungen auf die Schulter zu klopfen. Gerade noch rechtzeitig überlegte er es sich anders. »Wundervoll«, sagte er stattdessen. Er wandte sich den übrigen Taumaturgen zu und hob die Arme. »Brüder«, rief er, »in unserer Mitte weilt ein überaus mächtiger Zauberer.« Spelzdinkel zupfte an seinem Mantel. »Er hätte dich fast umgebracht«, flüsterte er. Krempel ging nicht darauf ein. »Ich schlage vor«, er zögerte kurz. »Ja, ich schlage vor, ihn zum Erzkanzler zu ernennen.« Einige Sekunden der Stille folgten. Und dann erklangen sowohl jubelnde Stimmen als auch lauter Protest. Weiter hinten kam es zu Handgreiflichkeiten, doch die vornstehenden Zauberer zögerten, irgendwelche Einwände zu erheben. Dafür gab es einen einfachen Grund. Sie sahen, wie Münze lächelte. Es war ein helles, kaltes Lächeln, wie das Grinsen des pockennarbigen Mondes. Die magischen Reihen gerieten in Bewegung, und ein älterer Zauberer bahnte sich einen Weg durch die Menge. Spelzdinkel erkannte Ovin Schmollwinkel, einen Taumaturgen der siebten Stufe, der den Studenten die Gebote des Wissens beibrachte. In seinem Gesicht zeigten sich rote Flecken des Zorns und weiße Striemen der Wut. Wenn er sprach, klangen seine Worte so scharf wie Messer, Dolche, Gartenscheren und andere Schneidwerkzeuge, die man gerade vom Schleifer geholt hatte. »Bist du verrückt?« fuhr er Krempel an. »Nur ein Zauberer der achten Stufe kann Erzkanzler werden. Und der betreffende Kandidat wird während einer geschlossenen Versammlung aller Seniormagier gewählt, die den besonderen Segen der Götter genießen. So lautet das Gebot, und so ist es Tradition.« Spelzdinkel hatte sich viele Jahre lang mit den 241 primären und 918 sekundären magischen Geboten befasst, wobei die speziellen Wechselwirkungen der Magie nicht ohne Folgen für ihn blieben. Er wirkte so zerbrechlich wie eine kleine Käsestange, und als Ausgleich für seine recht nüchterne und langweilige Tätigkeit gab ihm das Schicksal die Fähigkeit zu verbaler Interpunktion. Er zitterte vor Empörung, und es dauerte eine Weile, bis er merkte, dass die anderen Zauberer sicherheitshalber von ihm fortwichen. Schmollwinkel wurde zum Zentrum eines sich immer weiter ausdehnenden Kreises, und die anwesenden Magier achteten darauf, nicht einmal in seine Nähe zu blicken. Münze hob seinen Stab Ovin Schmollwinkel hob einen anklagenden Finger. »Ich habe keine Angst vor dir, junger Mann«, zischte er. »Du bist zweifellos talentiert. Aber Talent allein genügt nicht. Ein großer Zauberer muss auch über viele andere wichtige Eigenschaften verfügen. Ich denke nur an Verwaltungsgeschick und Weisheit.« »Und«, Münze ließ seinen Stab wieder sinken. »Die Gebote der Magie gelten für alle Zauberer, nicht wahr?«, fragte er. »Selbstverständlich. So ist es seit dem Anbeginn.« »Aber ich bin kein Zauberer«, Schmollwinkel zögerte. »Äh«, sagte er und überlegte. »Ein guter Hinweis.« »Dennoch ist mir die Bedeutung von Weisheit, Weitblick und gutem Rat klar. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mich mit so nützlichen Dingen ausstatten könntest. Um ein Beispiel meiner bedauerlichen Ignoranz zu geben. Wieso herrschen keine Zauberer über die Welt?« »Wie?« »Eine schlichte Frage. In diesem Saal befinden sich«, die Lippen des Knaben zitterten kurz, »472 Zauberer, und sie sind in der wichtigsten aller Künste bewandert. Dennoch beschränkt sich eure Herrschaft auf einige Morgen mit minderwertiger Architektur. Warum?« Die Ältesten der alten Zauberer wechselten wissende Blicke. »So mag es den Anschein haben«, erwiderte Schmollwinkel verunsichert. »Trotzdem, mein Junge, du übersiehst dabei, dass uns Domänen jenseits aller Horizonte der weltlichen Macht offenstehen.« Es glitzerte in seinen Augen. »Die Magie geleitet uns in innere Kosmen voller Wunder und...« »Ja, ja«, warf Münze ein, »aber die Universität ist von einem hohen und sehr massiven Wall umgeben. Wieso?« Krempel befeuchtete sich die Lippen. Wirklich bemerkenswert, das Kind sprach genau das aus, was er dachte. »Ihr zankt euch dauernd darum, wer eine Vorrangstellung einnimmt«, fuhr Münze freundlich fort, »doch jenseits der Welle können die Bürger dieser Stadt, damit meine ich sowohl die reichen Kaufleute als auch die anderen, die ihren Lebensunterhalt mit dem Sammeln von Abtrittsdünger und Pferdeäpfeln verdienen, wirklich zwischen den erfahrenen Magiern der achten Stufe und einem einfachen Beschwörer unterscheiden?« Schmollwinkel starrte ihn verwirrt und fassungslos an. »Junge, über diese Dinge weiß selbst der dümmste Bürger Bescheid«, behauptete er, »unsere Hüte und Umhänge.« »Oh«, sagte Münze natürlich, »die Hüte und Umhänge.« Diesen Worten schloss sich eine bedrückende und nachdenkliche Stille an. »Ich habe den Eindruck, dass Zauberer nur über Zauberer herrschen«, fügte der Knabe hinzu. »Wer regiert in der Realität jenseits aller Universitätsmauern?« »Der Patrizier, Lord Vetinari, soweit es die Stadt betrifft«, sagte Krempel vorsichtig. »Ist er ein fairer und gerechter Herrscher?« Krempel überlegte. Es hieß, der Patrizier verfüge über ein ausgezeichnet funktionierendes Spionagenetz. »Nun«, begann er behutsam, »ich würde sagen, er ist unfair und ungerecht, gleichzeitig jedoch völlig unparteiisch. Mit anderen Worten, seine unfaire Ungerechtigkeit gilt allen Untertanen, wobei er keine Ausnahme macht.« »Bist du damit zufrieden?« erkundigte sich Münze. Krempel mied Schmollwinkels Blick. »Es geht nicht darum, zufrieden oder unzufrieden zu sein«, antwortete er. »Ich schätze, wir haben bisher nur wenige Gedanken daran verschwendet, weißt du, die wahre Berufung eines Zauberers.« »Stimmt es wirklich, dass den Waisen gar keine andere Wahl bleibt, als sich einer solchen Herrschaft zu unterwerfen?« Krempel schnitt eine Grimasse. »Was für ein Unsinn! Natürlich nicht! Wir nehmen die gegenwärtige Situation einfach nur hin. Wenn du größer wirst, kommst du sicher irgendwann zu dem Schluss, dass Weisheit in erster Linie bedeutet, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten.« »Wo wohnt der Patrizia?« fragte Münze. »Ich würde ihn gern kennenlernen.« »Ein Treffen lässt sich bestimmt arrangieren«, erwiderte Krempel. »Der Patrizia ist immer bereit, Zauberern eine Audienz zu gewähren.« »Jetzt werde ich ihm eine Audienz gewähren«, sagte der Knabe. »Er soll erfahren, dass die Zauberer lange genug auf den richtigen Zeitpunkt gewartet haben.« »Tretet bitte ein wenig zurück«, erhob den Stab. Der gegenwärtige Herrscher über die große Zwillingsstadt Ankh-Morpork saß in einem Sessel vor den Stufen der Treppe, die zum Thron emporführte. Er las in so geheimen Geheimdienstberichten, dass der Code noch einmal kodiert worden war. Was den Thron weiter oben betraf, seit 2000 Jahren hatte niemand mehr auf ihm gesessen, seit dem Tod des letzten Königs von Ankh. Legenden behaupteten, eines Tages bekomme die Stadt einen neuen König, und bei den entsprechenden Prophezeiungen fanden legendentypische magische Schwerter, Muttermale in Form von Erdbeeren und dergleichen mehr Erwähnung. Derzeit bestand die einzige erforderliche Qualifikation darin, nach der Offenbarung solcher Identifikationsmerkmale länger als fünf Minuten zu überleben. Der Grund? Die einflussreichen Kaufmannsfamilien von Ankh regierten schon seit 20 Jahrhunderten über die Stadt und klebten ebenso sehr an ihrer Macht wie eine Napfschnecke an ihrem Stein. Der derzeitige Patrizier, Oberhaupt der unerhört reichen und mächtigen Vetinari-Familie, war dünn, hochgewachsen und stand in dem Ruf, ebenso kaltblütig zu sein wie ein toter Pinguin. Wenn man ihn ansah, hielt man ihn für jene Art von Mann, der eine weiße Katze streichelt, während er irgendwelche Leute dazu verurteilt, in einem Piranha-Aquarium zu sterben. Er schien auch fähig zu sein, erlesenes Porzellan zu sammeln und seine Kunstwerke zu bewundern, während grässliche Schreie aus nahen Folterkammern drangen. Von solchen Personen erwartet man unwillkürlich, dass sie dünne Lippen haben und Wörter wie »exquisit« benutzen, und falls sie einmal zwinkern, so ist das Grund genug, den Tag im Kalender anzukreuzen. Erstaunlich, wie sehr der erste Eindruck täuschen kann, nicht wahr? Obige Beschreibungen treffen in keiner Weise auf den Patrizier zu, obwohl hier darauf hingewiesen werden soll, dass er einen kleinen und bereits recht alten Terrier namens Wuffel hatte, der schlecht Roch und Fremde anschnaufte, angeblich das einzige Wesen auf der ganzen Scheibenwelt, das Mitgefühl in dem Patrizier weckte. Natürlich ließ er manchmal Bewohner der Stadt oder unglückliche Reisende zu Tode quälen, doch bei bürgerlichen Herrschern galt eine solche Verhaltensweise als völlig normal, und es gab eine überwältigende Mehrheit in Ankh-Morpork, die derartige Maßnahmen billigte, wobei die überwältigende Mehrheit aus all jenen Bürgern besteht, die nicht gerade in eine mit Skorpionen gefüllte Grube gestoßen werden. Wer in Ankh wohnt, macht sich schon sehr bald eine praktische Einstellung zu eigen, und der Erlass des Patriziers, mit dem Straßentheater und öffentliche Pantomimik verboten wurden, entschädigte sie für viele Dinge. Er übte keine Schreckensherrschaft aus, gab sich dann und wann mit einer Prise Furcht zufrieden. Der Patrizier seufzte und legte den letzten Geheimdienstbericht auf den hohen Stapel, der sich neben seinem Sessel gebildet hatte. Als kleiner Junge hatte er einmal einen Akrobaten gesehen, der mit zehn Tellern jonglieren konnte. Wenn jener Mann in der Lage gewesen wäre, ein solches Kunststück mit hundert Tellern zu wiederholen, hätte er damit die Voraussetzung erworben, als Auszubildender in die Dienste des amtierenden Patriziers zu treten und zu lernen, wie man Ankh-Morpork regierte. Lord Vetinari dachte kummervoll daran, dass die Stadt ab und zu mit einem Termitenhaufen verglichen wurde, unter dem ein Feuer brannte. Er sah aus dem Fenster, beobachtete den fernen Kunstturm der unsichtbaren Universität und fragte sich, ob die dort wohnenden alten Narren eine Möglichkeit kannten, die Arbeit mit diversen Papieren, Unterlagen und Dokumenten auf ein unbedingt notwendiges Minimum zu beschränken. Wahrscheinlich nicht. Von Zauberern konnte man wohl kaum erwarten, dass sie den Umgang mit so elementaren Dingen wie allgemeiner Spionage verstanden. Der Patrizier seufzte erneut und griff nach einem Protokoll, aus dem hervorging, was der Präsident der Diebesgilde um Mitternacht im schalldichten Zimmer hinter dem Gildenhauptquartier zu seinem Stellvertreter gesagt hatte. Er begann zu lesen und plötzlich war er im großen S... Nein, er befand sich nicht im großen Saal der unsichtbaren Universität. Er kannte die geräumige Kammer, hatte dort an einigen bemerkenswerten Festen teilgenommen. Dennoch, von einem Augenblick zum anderen sah er sich von Zauberern umringt, und sie wirkten irgendwie... anders. Einige weniger glückliche Bürger der Stadt vertraten die Ansicht, Lord Vetinari weise erstaunliche Ähnlichkeiten mit Tod auf, und zumindest in einem Punkt hatten sie recht. Der Patrizier wurde erst zornig, wenn er Gelegenheit bekam, über gewisse Dinge nachzudenken. Doch manchmal dachte er ziemlich schnell. Er starrte die versammelten Zauberer an, aber aus irgendeinem Grund blieben ihm die Worte des Ärgers im Hals stecken. Die Magier sahen aus wie Schafe, die einen gefangenen Wolf fanden, und gleichzeitig auf die Idee kamen, dass Einigkeit und Solidarität Stärke schuf. Ihre Augen glühten sonderbar. »Was hat diese empörende Entf?« Lord Vetinari zögerte und fügte hinzu, »Ich meine, was hat dies zu bedeuten?« »Es ist ein kleiner Scherz am Tag der geringen Götter, nicht wahr?« Der Patrizier ließ den Blick über faltige Gesichter schweifen und richtete ihn auf einen kleinen Jungen, der einen langen Metallstab in der Hand hielt. Der Knabe lächelte das seltsamste Lächeln, das er jemals gesehen hatte. Krempel räusperte sich. »Mein Lord«, begann er. »Sprich«, sagte der Patrizier scharf. Krempel wollte zunächst zurückhaltend und bescheiden bleiben, aber der Tonfall des Lords war entschieden zu gebieterisch. Die Knöchel des Tomaturgen wurden weiß. »Ich bin ein Zauberer der achten Stufe«, stellte er ruhig fest, »und daher wirst du mir mit angemessenem Respekt begegnen.« »So ist es richtig«, warf Münze ein. »Werft ihn in den Kerker«, sagte Krempel. »Wir haben überhaupt keinen Kerker«, gab Spelzdinkel zu bedenken. »Wir sind hier in der Universität.« »Bring ihn in den Weinkeller«, zischte Krempel. »Und wenn du schon unten bist, bau ein Verlies.« »Ist euch eigentlich klar, auf was ihr euch einlasst?«, fragte der Patrizier. »Ich verlange auf der Stelle eine Erklärung.« »Du hast nichts mehr zu verlangen«, erwiderte Krempel. »Und was deinen freundlichen Wunsch nach einer Erklärung betrifft, »von nun an herrschen Zauberer über die Stadt, wie es sich gehört. Bringt den Lord jetzt«, »Zauberer? Ihr wollt über Ankh-Morpork herrschen? Es fällt euch doch schon schwer genug, die Universität zu verwalten.« »Ja«, Krempel ahnte, dass er damit keine besonders schlagfertige Antwort gab, aber es blieb ihm kaum Zeit, sich eine bessere einfallen zu lassen. Argwöhnisch beobachtete er den Hund Wuffel, der zusammen mit seinem Herrchen in den neuen großen Saal teleportiert worden war und auffälliges Interesse am Stiefel des Zauberers zeigte. »In einem solchen Fall ziehen alle weisen Männer die Sicherheit eines möglichst tiefen Kerkers vor«, verkündete der Patrizier. Er seufzte zum dritten Mal innerhalb weniger Minuten. »Wenn ihr nun mit dem Unsinn aufhört und mich in meinen Palast zurückbringt, vielleicht, ja, vielleicht bin ich dann bereit, diesen Zwischenfall zu vergessen.« Wuffel wandte sich von Krempels Stiefel ab, watschelte zu Münze und verlor unterwegs einige Haare. »Dieser Schabernack hat lange genug gedauert«, sagte Lord Vetinari fest. »Ich werde wirklich langsam«, Wuffel knurrte. Er gab ein dumpfes, urzeitliches Geräusch von sich, das bestimmte Erinnerungen im Rassengedächtnis aller Anwesenden weckte und sie in Versuchung führte, möglichst rasch einen hohen Baum zu erklettern. Es deutete auf graue Schemen hin, die in der Morgendämmerung des Universums auf Jagd gingen. Es ist wahrhaft verblüffend, wie drohend ein so kleiner und alter Hund wie Wuffel wirken kann, und was noch überraschender sein mag, sein Knurren galt dem Stab des Jungen. Der Patrizier trat vor, um nach dem Tier zu greifen. Im gleichen Augenblick hob Krempel die Hand und schickte einen blauen und orangefarbenen Blitz aus oktarinem Feuer durch den Saal. Lord Vetinari verschwand. Wo er eben noch gestanden hatte, blinzelte nun eine kleine Eidechse und blickte sich mit echsenhafter Betroffenheit um. Krempel starrte bestürzt auf seine Finger, so als sähe er sie jetzt zum ersten Mal. »Na schön«, flüsterte er heiser. Einige Zauberer beobachteten die hechelnde Eidechse, drehten sich dann um und starrten ins helle Morgenlicht. Sie dachten an den Stadtrat, das Konzil der Wächter, die Gilde der Diebe, die Handelskammer und Priester und fast freien Kaufleute. Noch wussten die Bürger von Ankh-Morpork nicht, was ihnen bevorstand. »Es hat begonnen«, erklang die Stimme des Hutes aus der Schachtel, die auf den Decksplanken des Schiffes lag. »Was hat begonnen?«, fragte Rincewind. »Die Herrschaft der kreativen Magie.« Rincewind runzelte die Stirn. »Ist das gut?« »Kannst du eigentlich verstehen, was man dir sagt?«, erkundigte sich der Hut skeptisch. Rincewind fühlte sich auf vertrauteres Terrain versetzt. »Nein«, entgegnete er, »nicht immer, nicht oft, in der letzten Zeit eher selten.« »Bist du wirklich ein Zauberer?«, fragte Konina. »Das ist die einzige Gewissheit meines Lebens«, sagte er überzeugt. »Seltsam.« Rincewind saß auf der Truhe und blickte übers Vordeck der Ozeanwalzer, die friedlich das grüne Wasser des runden Meeres durchpflügte. Eine Zeit lang beobachtete er die Matrosen, die sich vermutlich mit überaus wichtigen nautischen Dingen beschäftigten. Er hoffte inständig, dass ihnen keine Fehler unterliefen, denn er hasste Tiefen fast ebenso hingebungsvoll wie Höhen. »Du wirkst besorgt?«, sagte Konina, die ihm gerade das Haar schnitt. Scharfe Klingen blitzten im Sonnenschein, und Rincewind versuchte, seinen Kopf möglichst klein zu machen. »Kein Wunder! Ich bin besorgt!« »Was hat es mit der sogenannten Apokralypse auf sich?« Rincewind zögerte. »Nun«, murmelte er und suchte nach den richtigen Worten, »sie ist das Ende der Welt, in gewisser Weise.« »In gewisser Weise?« »Das Ende der Welt, in gewisser Weise?« »Meinst du etwa, wir können nicht ganz sicher sein?« »Sollen wir uns an den nächsten Passanten wenden und fragen, entschuldige bitte, hast du irgendetwas gehört?« »Weißt du, in diesem Zusammenhang vertreten die Seher verschiedene Standpunkte. Es gibt Dutzende von ebenso vagen wie unterschiedlichen Prophezeiungen, und einige von ihnen sind ziemlich exotisch. Es ist sozusagen eine apokryphische Apokalypse. Deshalb nannte man die ganze Sache Apokralypse.« Er zwinkerte verlegen, »es ist eine Art Wortspiel. Gefällt es dir?« »Nein«, »dachte ich mir.« Was Wortspiele angeht, sind Zauberer ebenso geschmackssicher wie in Bezug auf glitzernde Dinge. Koninas Schere schnippte geschäftig. »Offenbar ist der Kapitän froh darüber, dass wir an Bord sind,« sagte die junge Frau nach einer Weile. »Er hält es für ein gutes Omen, in Begleitung eines Zauberers unterwegs zu sein,« erklärte Rincewind. »Da irrt er sich natürlich.« »Viele Leute glauben an so etwas,« meinte Konina. »Sie haben auch allen Grund, sich über die Anwesenheit eines Zauberers zu freuen. Ganz im Gegensatz zu mir. Ich kann nicht schwimmen.« »Nicht einmal einige Meter weit?« Rincewind zögerte erneut und drehte vorsichtig den Stern an seinem Hut. »Wie tief ist das Meer an dieser Stelle?« erkundigte er sich. »Mir genügt eine Schätzung.« »Nun, etwa zwölf Faden nehme ich an.« »Dann kann ich etwa zwölf Faden weit schwimmen. Wie tief das auch sein mag.« »Hör endlich auf, so schrecklich zu zittern,« sagte Konina streng. »Ich hätte dir fast das Ohr abgeschnitten.« Sie sah einen vorbeikommenden Matrosen an, verzog das Gesicht und winkte mit der Schere. »Was guckst du so? Hast du noch nie jemanden gesehen, dem die Haare geschnitten wurden?« Ein Mann in der Takelage brummte etwas, und von den Bramsegeln her, vielleicht handelte es sich auch ums Vorschiff, ertönte anzügliches Gelächter. »Das habe ich nicht gehört,« log Konina, zerrte entschlossen am Kamm und löste damit einige harmlose Insekten von Rincewinds Kopfhaut. »Au!« »Ich habe dir doch gesagt, du sollst stillhalten.« »Das fällt mir nicht gerade leicht. Ich muss dauernd daran denken, wer die scharfen Klingen schwingt.« Auf diese Weise verging der Morgen. Kleine Wellen leckten fröhlich am Rumpf der Ozeanwalzer entlang, in der Takelage knarrte und knirschte es, und Rincewind bekam einen recht ausgefeilten Stufenschnitt. Als er sich in einem Spiegelsplitter beobachtete, konnte er eine gewisse ästhetische Verbesserung nicht leugnen. Der Kapitän hatte ihnen mitgeteilt, dass sie die Stadt Al-Khali an der mitwärtigen Küste von Klatsch anliefen. »Der einzige Unterschied zu Ank besteht darin, dass es dort keinen Schlamm gibt, sondern nur Sand,« sagte Rincewind und beugte sich über die Reling. »Außerdem dient Al-Khali als Umschlagplatz für Sklaven aller Art.« »Sklaverei ist unmoralisch,« sagte Konina fest. »Tatsächlich? Donnerwetter,« entfuhr es Rincewind. »Möchtest du, dass ich deinen Bart stutze?«, fragte die junge Frau hoffnungsvoll. Sie hob die Schere, verharrte in dieser Haltung und starrte übers Meer. »Gibt es irgendwelche Seeleute, die ein Kanu mit seitlichen Erweiterungen und einem kleinen Segel benutzen, das mit der Darstellung eines roten Auges geschmückt ist?« »Ich habe von klatschianischen Sklavenpiraten gehört,« erwiderte Rincewind, »aber dies ist ein großes Schiff, bestimmt wagt es niemand, uns anzugreifen.« »Ein Sklavenpirat sicher nicht,« pflichtete ihm Konina bei und beobachtete noch immer den dunstigen Bereich, der den Übergang zwischen Ozean und Himmel markierte. »Aber vielleicht fühlen sie sich mit fünf Booten stark genug.« Rincewind spähte zur fernen Gräue und sah zum Ausguck hoch. Der Mann im Mastkorb schüttelte den Kopf. »Du willst mich wohl auf den Arm nehmen, was?« brummte er und lachte mit dem Humor eines verstopften Abflussrohrs. »Du kannst dort drüben überhaupt nichts erkennen, oder? Oder?« »In jedem Kanu sitzen zehn Männer,« sagte Konina grimmig. »Hör mal, wenn das ein Witz sein soll.« »Sie sind mit langen Krummsäbeln bewaffnet.« »Nun, ich sehe nur Wasser und...« Ihr langes und ziemlich schmutziges Haar weht im Wind. »Vermutlich sind die Haarspitzen gespalten, stimmt's?« bemerkte Rincewind trocken. »Versuchst du etwa komisch zu sein?« »Wer, ich?« »Und ich habe überhaupt keine Waffe,« sagte Konina und wandte sich ruckartig von der Reling ab. »Wahrscheinlich gibt es auf diesem Schiff kein einziges anständiges Schwert.« »Vielleicht solltest du nach einem unanständigen Ausschau halten,« schlug Rincewind kühn vor und hüstelte, als ihn die junge Frau mit einem finsteren Blick bedachte. Dennoch fügte er hinzu, »Vielleicht sind die klatschianischen Piraten nur hierher unterwegs, um sich von dir die Haare waschen zu lassen.« Erstaunlicherweise reagierte Konina nicht auf die letzte Bemerkung. Während sie hastig ihr Gepäck durchsuchte, näherte sich Rincewind vorsichtig der Schachtel, die den Hut des Erzkanzlers enthielt. Behutsam öffnete er den Deckel. »Dort draußen ist überhaupt nichts, oder?« fragte er. »Woher soll ich das wissen? Setz mich auf!« »Was? Auf den Kopf?« »Gütiger Himmel!« »Aber ich bin doch nicht der Erzkanzler,« entfuhr es Rincewind. »Ich meine, mein Haupt ist nicht würdig genug. Ich weiß natürlich, wie wichtig es ist, einen kühlen Kopf zu bewahren.« »Ich brauche deine Augen, um zu sehen. Setz mich endlich auf, und zwar auf den Kopf!« »Vertrau mir!« Es blieb Rincewind gar nichts anderes übrig, als zu gehorchen. Zögernd setzte er seinen ziemlich mitgenommenen grauen Hut ab, blickte wehmütig auf den zerkratzten Stern und hob das Symbol des Erzkanzlers aus der Schachtel. Es war schwerer, als er erwartet hatte, und die Oktarine glühten matt. Langsam ließ er den weitaus prächtigeren Hut auf seinen neuen Haarschnitt herab, schloss die Hände fest um die Krempe und rechnete jeden Augenblick damit, ersten Frost zu spüren. Aber es geschah etwas ganz anderes. Er fühlte sich plötzlich seltsam leicht, erahnte große Macht und umfassendes Wissen. Es war keine substanzielle, greifbare Präsenz, die ihm unmittelbar zur Verfügung stand. Sie lag ihm vielmehr auf der metaphorischen Zungenspitze, verbarg sich vor neugierigen Blicken. Sonderbare Erinnerungsfragmente huschten an seinem inneren Auge vorbei, und es handelte sich nicht um Reminiszenzen, die aus seinem eigenen, nicht besonders leistungsfähigen Gedächtnis stammten. Er tastete vorsichtig danach, wie jemand, der einen hohlen Zahn erforscht. Und kurz darauf sah er 200 verstorbene Erzkanzler. Sie standen dicht hintereinander, bildeten eine lange Reihe, die in eine graue, ferne Vergangenheit reichte. Weise, kluge Männer. Trübe Augen, die ihn aufmerksam beobachteten. Deshalb geht von dem Hut solche Kälte aus, dachte Rincewind. Die Wärme der Gegenwart wird vom Jenseits angesaugt. Vertraute Furcht klopfte ihm kameradschaftlich auf die Schulter. Als der Hut sprach, bewegten sich 200 blasse Lippenpaare. Wer bist du? Rincewind, dachte Rincewind. Und in einem entlegenen Winkel seines Selbst fügte er verstohlen hinzu. Hilfe! Er spürte, wie seine Knie unter dem Gewicht der Jahrhunderte nachgaben. Wie fühlt man sich im Tod? fragte er zaghaft. Der Tod ist nur ein langer Schlaf, antworteten die mentalen Leichen der Magier. Ja, aber was empfindet man dabei? überlegte Rincewind. Du bekommst eine gute Chance, das Selbst herauszufinden, wenn die Kanus eintreffen, Rincewind. Er gab einen entsetzten Schrei von sich und riss sich den Hut vom Kopf. Das echte Leben mit seiner Vielfalt von Geräuschen kehrte zurück. Aber da jemand dicht neben ihm auf einen Gong hämmerte, wartete die Realität mit keiner nennenswerten Verbesserung auf. Inzwischen waren die Kanus deutlich zu sehen. Eine gespenstische Stille umhüllte sie, während sie durchs Wasser glitten und sich rasch dem Schiff näherten. Schwarz gekleidete Gestalten holten immer wieder mit langen Paddeln aus, und man rechnete unwillkürlich damit, dass sie gröelten und laute Kampfschreie ausstießen. Es wäre angemessener gewesen, obwohl sich an der Situation natürlich nichts geändert hätte. Das Schweigen der Männer deutete auf unheilvolle Zielstrebigkeit hin. Bei den Göttern, das war schrecklich, sagte Rincewind und deutete auf den Hut. Er beobachtete die klatschianischen Piraten und fügte hinzu, »Vom Grauen ins Entsetzen. Ich meine...« Matrosen mit Entermessern eilten übers Deck. Konina zupfte an Rincewinds Ärmel. »Bestimmt versuchen, die Piraten uns lebend gefangen zu nehmen,« sagte sie. »Oh«, machte Rincewind, »das ist mir recht.« Dann fiel ihm etwas anderes über klatschianische Sklavenjäger ein und er schluckte krampfhaft. »Vermutlich haben sie es in erster Linie auf dich abgesehen,« brachte er hervor. »Ich kenne Gerüchte darüber, was sie mit jungen Frauen anstellen.« »Sollte ich darüber Bescheid wissen?«, fragte Konina. Rincewind musste erschrocken feststellen, dass sie noch immer unbewaffnet war. »Man wird dich in ein Zereil werfen.« Konina zuckte mit den Schultern. »Es gibt Schlimmeres.« »Aber das Ding hat viele stählerne Spitzen, und wenn man die Tür schließt...« Rincewind brach ab. Die Distanz zu den Kanus schrumpfte weiter, und inzwischen konnte man die grimmigen Minen der Klatschianer erkennen. »Du meinst eine eiserne Jungfrau. Weißt du denn nicht, was ein Zereil ist?« »Äh,« Konina erzählte es ihm, Rincewind errötete. »Wie dem auch sei,« fuhr die junge Frau fort, »zuerst müssen sie mich gefangen nehmen, und ich bin nicht unbedingt bereit, mich einfach so zu fügen. Du solltest dir in erster Linie Sorgen um dich selbst machen.« In dieser Beziehung verfügte Rincewind über erhebliche Erfahrungen, trotzdem entstanden Verwirrungsfalten in seiner Stirn. »Um mich selbst? Warum?« »Du bist die zweite Person an Bord, die ein Kleid trägt.« »Es ist kein Kleid, sondern ein Umhang,« erwiderte Rincewind würdevoll. »Hoffentlich bemerken die Sklavenjäger den Unterschied.« Eine Hand so groß und breit und dick wie ein Bananenbündel schloss sich um Rincewinds Schulter, drehte ihn herum. Ringe glänzten an fleischigen Fingern, und darüber, ein ganzes Stück darüber, grinste das haarige Gesicht des Kapitäns. Er stammte aus den mitwärtigen Regionen, und zu seinem Stammbaum schienen einige besonders große und kräftig gebaute Bären zu gehören. »Ha!« sagte er. »Die Piraten wissen nicht, dass wir einen Zauberer an Bord haben, der in ihren Bäuchen heißes, grünes Feuer brennen lassen kann. Ha!« Das dunkle Gestrüpp der dichten Augenbrauen geriet in Bewegung, als Rincewind durch nichts zu erkennen gab, magischen Zorn auf die Sklavenjäger zu richten. »Ha!« beharrte der Kapitän. Es gelang ihm virtuos, eine einzelne Silbe ebenso ausdrucksvoll zu gestalten wie mehrere Flüche, die selbst einen professionellen Helden beeindrucken mochten. »Ja, ich gürte nur gerade meine Lenden,« entgegnete Rincewind. »Ja, genau, ich gürte sie. Du möchtest also grünes Feuer?« »Und ihre Knochen sollen sich in heißes Blei verwandeln,« der Kapitän ließ seiner Fantasie frei in Lauf, »und die Haut soll Blasen werfen, und lebende Skorpione sollen durch ihre Schädel krabbeln und die Hirne fressen, und...« Das erste Kanu ging längsseits, und zwei Enterhaken kratzten übers Holz. Als die Klatschianer an Bord kamen, drehte sich der Kapitän um, zog sein Schwert, zögerte und sah noch einmal Rincewind an. »Gürte dich schnell,« sagte er, »sonst hast du bald keine Lenden mehr.« Rincewind wandte sich an Konina, die an der Reling lehnte und ihre Fingernägel betrachtete. »Du solltest dich besser ans Werk machen,« riet sie ihm. »Fünfzigmal grünes Feuer und heißes Blei. Außerdem wurden auch noch Hautblasen und hirnfressende Skorpione erbeten. Gnade steht nicht auf dem Bestellzettel.« »So etwas passiert mir dauernd,« stöhnte Rincewind. Er blickte übers Geländer und beobachtete das Hauptdeck des Schiffes. Die Angreifer waren weit in der Überzahl und setzten Netze und Seile ein, um die Besatzung der Ozeanwalzer zu fesseln. Schweigend schlugen sie mit Knüppeln und Fäusten zu, vermieden es, Stichwaffen zu benutzen. »Sie wollen die Handelsware nicht beschädigen,« sagte Konina. Rincewind riss entsetzt die Augen auf, als der Kapitän überwältigt wurde und brüllte, »Grünes Feuer! Grünes Feuer! Ha!« Der Zauberer – diese Bezeichnung wird hier nur verwendet, um eine Wiederholung des Namens zu vermeiden – wich zurück. Seine magischen Fähigkeiten waren eher beschränkt, aber was die Kunst des Überlebens betraf, konnte er bisher einen hundertprozentigen Erfolg vorweisen, und er wollte diese Leistungen nicht ausgerechnet jetzt schmälern. Er brauchte nur schwimmen zu lernen, und dafür blieb ihm Zeit genug. Immerhin dauerte es einige Sekunden, sich über die Reling zu schwingen und ins Wasser zu fallen. Angesichts der besonderen Umstände konnte ein Versuch kaum schaden. »Worauf wartest du noch?«, fragte er Konina. »Lass uns fliehen, solange die Sklavenjäger beschäftigt sind.« »Ich brauche ein Schwert«, erwiderte die junge Frau. »Du lässt unsere letzte Chance ungenutzt verstreichen.« »Cohens Tochter ergreift nicht einfach die Flucht.« »Und was ist mit der Friseuse?« Als Konina keine Antwort gab, starrte Rincewind auf Truhe herab und gab ihr einen Tritt. »Komm«, schnaufte er, »intelligentes Birnbaumholz geht nicht so leicht unter.« Truhe streckte betont gleichgültig die Beine, drehte sich langsam und sank neben Konina aufs Deck. »Verräter«, warf Rincewind den Scharnieren vor. Der Kampf schien bereits entschieden zu sein. Fünf Sklavenjäger stiegen die Treppe zum Achterdeck hoch und überließen es ihren Gefährten, weiter unten Ordnung zu schaffen. Der Anführer nahm seine Maske ab, sah Konina an und lächelte anzüglich. Dann richtete er seinen Blick auf Rincewind und das anzügliche Lächeln wuchs in die Breite. »Dies ist ein Umhang«, sagte Rincewind hastig, »und seid auf der Hut. Ich bin ein Zauberer.« Er holte Tiefluft. »Wenn ihr mich anrührt, wünsche ich mir sicher, euch nie begegnet zu sein. Gebt Acht!« »Mein Zauberer«, brummte der Anführer, »Zauberer geben keine guten, starken Sklaven ab.« »Damit hast du völlig recht«, bestätigte Rincewind. »Seid also bitte so freundlich, zur Seite zu treten und mich gehen zu lassen.« Der Klatschianer starrte Konina an und winkte einem seiner Männer zu, bevor er mit dem tätowierten Daumen auf Rincewind zeigte. »Tötet ihn nicht so schnell, er«, der Sklavenjäger zögerte und bedachte Rincewind mit einem zahnintensiven Lächeln. »Vielleicht, ja. Warum nicht? Kannst du singen, Zauberer?« »Vielleicht kommt ganz darauf an«, erwiderte Rincewind vorsichtig. »Warum?« »Möglicherweise bietet dir der Serif einen Job in seinem Haarem an«, einige Männer kicherten. »Es könnte eine einmalige Gelegenheit für dich sein«, fuhr der Anführer fort und genoss die höhnische Anerkennung seines Publikums. Die anderen Sklavenjäger lachten und klopften sich vergnügt auf die Oberschenkel. Rincewind trat einen Schritt zurück. »Vielen Dank für das Angebot«, sagte er, »ich fürchte allerdings, für so etwas eigne ich mich nicht.« »Jetzt noch nicht«, erklärte der Anführer heiter. »Aber nach einer kleinen Operation bringst du alle notwendigen Voraussetzungen mit. Sie bestehen in erster Linie aus einem gewissen, fehlenden Körperteil.« »Jetzt reicht's«, sagte Konina gelangweilt. Sie musterte die beiden Männer, die rechts und links neben ihr standen, und dann bewegten sich ihre Hände. Der von der Schere getroffene Pirat war wahrscheinlich besser dran als sein Kollege. Ein stählerner Kamm kann ziemlich deutliche Spuren in einem Gesicht hinterlassen. Anschließend bückte sich die junge Frau, nahm ein Schwert, das einer der beiden Sklavenjäger fallen gelassen hatte, und griff die anderen Klatschianer an. Der Anführer drehte sich erst um, als er das Stöhnen und Ächzen hörte, und sein Blick fiel auf die geöffnete Klappe der Truhe. Rincewind sprang sofort los, gab ihm einen kräftigen Stoß und beobachtete voller Genugtuung, wie er in den multidimensionalen Tiefen der Kiste verschwand. Jemand schrie, doch der Schrei brach sofort ab. Irgendetwas klickte, und es klang so, als entriegle man das Schloss der Höllenpforte. Rincewind taumelte plötzlich, und er bebte am ganzen Leib. »Eine einmalige Gelegenheit«, ächzte er, und begriff mit für ihn typischer Verspätung. »Eine kleine Operation«, er erbleichte, und beobachtete Konina beim Kampf. Nur wenige Männer konnten der jungen Frau dabei zusehen, ohne ihr sofort zum Opfer zu fallen. Ihre Gegner grinsten zunächst, weil sie glaubten, leichtes Spiel mit dem Mädchen zu haben, aber sie wurden schnell ernst. Das Spektrum ihrer Mimik reichte von Verblüffung und Zweifel bis hin zu Besorgnis und namenlosem Grauen, als harter, entschlossener Stahl durch ungläubiges Fleisch schnitt. Den letzten Leibwächter des Anführers erledigte Konina mit einigen wohlgezielten Hieben, die Rincewind Tränen in die Augen trieben. Sie legte eine kurze Pause ein, sah sich um und seufzte, bevor sie über die Reling hinweg hechtete und aufs Hauptdeck sprang. Truhe folgte ihr, und ein Sklavenjäger dämpfte ihren Aufprall. Sie leistete einen erheblichen Beitrag zur plötzlichen Panik der Klatschianer. Es war schon schlimm genug, mit fataler Entschlossenheit von einer hübschen jungen Frau angegriffen zu werden, die ein weißes, blumengeschmücktes Kleid trug, aber das männliche Ego litt noch weitaus mehr, als es sich mit einem bissigen Gepäckstück konfrontiert sah. Wie sich herausstellte, erwiesen sich solche Begegnungen auch für den Rest der Männlichkeit als außerordentlich schmerzlich. Rincewind spähte vorsichtig über die Reling. »Angeber«, brummte er und meinte Truhe. Ein Wurfmesser schabte dicht neben seinem Kinn übers Holz und sauste am Ohr vorbei. Rincewind hob die Hand, als er ein plötzliches Stechen spürte, und starrte entsetzt darauf herab, bevor er das Bewusstsein verlor. Normalerweise fiel er nicht gleich in Ohnmacht, wenn er Blut sah, aber seiner emotionalen Belastungsfähigkeit waren Grenzen gesetzt, sobald es um das eigene ging. Auf dem weiten, kopfsteingepflasterten »Hier gibt's alles Platz« vor den dunklen Toren der Universität herrschte rege Betriebsamkeit. Es hieß, in Ankmorpork sei alles verkäuflich, abgesehen von Bier, Frauen und ähnlichen Handelsgütern, die nur ausgeliehen wurden. Der Platz verdiente seinen Namen, denn das Angebot ließ wirklich keine Wünsche offen. Im Laufe der Jahre gingen die Buden und Verkaufsstände mit weiteren Hütten und Baracken schwanger, bis sich geschäftstüchtige Neuankömmlinge direkt an den uralten Mauern der Universität niederlassen mussten. Die Wände erwiesen sich sogar als recht nützlich, denn man konnte Nägel und Bolzen hineinhämmern, um Kleidungsstücke und Amulette daran aufzuhängen. Niemand sah, wie die Tore aufschwangen. Stille strömte aus der unsichtbaren Universität, glitt so über die laute Hektik des Platzes wie die einsetzende Flut über den von der Ebbe zurückgelassenen Schlamm. Stille wird keineswegs durch die Abwesenheit von Akustik definiert, sondern besteht vielmehr aus donnerndem Antigeräusch. Wahre Stille erstreckte sich auf der anderen Seite des Schweigens, und ihre dunklen Dezibel erdrosselten die Stimmen der Marktschreier so nachdrücklich, als stopfe ihnen jemand Knebel aus Samt in den Hals. Kunden und Verkäufer drehten sich um, und ihre Lippen bewegten sich mit dem gleichen verbalen Erfolg wie der Mund eines Goldfischs. Tausende von Augenpaaren starrten zu den Toren. Irgendetwas begleitete die Kakophonie der Ruhe. Die Stände in unmittelbarer Nähe der breiten Pforten knirschten plötzlich übers Pflaster, und mehr oder weniger teure Handelsware rutschte aus den Regalen. Die Eigentümer sprangen eilig beiseite, als die Buden gegen andere stießen, ohne zu verharren. Holz knackte lautlos, und langsam entstand eine breite Straße, eine leere Schneise, die sich über den ganzen Platz erstreckte. Ardrophy Langstab, Lieferant von Pasteten mit Persönlichkeit, blickte gerade rechtzeitig über die Reste seines Verkaufsstands, um zu beobachten, wie die Zauberer durchs Tor schritten. Er kannte Zauberer. Zumindest hatte er bisher geglaubt, sie zu kennen. Er hielt sie für gutmütige, alte Männer, die wie ausgediente Sofas gekleidet waren und sich schon seit vielen Jahren für seine Waren interessierten. Nie klagten sie darüber, dass die von ihm angebotenen Pasteten keineswegs das Gütesiegel frisch verdienten und sich durch weitaus mehr Persönlichkeit auszeichneten, als einer vorsichtigen Hausfrau lieb sein konnte. Diese besonderen Zauberer aber sah Ardrophy zum ersten Mal. Sie traten so auf den Platz, als gehöre er ihnen. Und unter ihren Schnorkelschuhen zischten kleine blaue Funken. Seltsamerweise wirkten die Magier größer als sonst. Vielleicht lag es nur an ihrer betont aufrechten Haltung. Ja, genau. Ardrethys Gene schenkten ihm eine spezielle Sensibilität gegenüber Magie und als die Zauberer über den Platz stolzierten, flüsterte eine warnende Stimme in seinem Innern, Hey, Ardrethy, pack deine Messer, Gewürze und Fleischwölfe ein und verlass die Stadt innerhalb der nächsten zehn Minuten. Der letzte Zauberer in der Gruppe folgte seinen Kollegen in einigem Abstand und schnitt eine Grimasse, als er sich auf dem Platz umblickte. Früher gab es hier Springbrunnen, sagte er. Ihr Leute, fort mit euch! Die Händler und Kaufleute starrten sich groß an. Zauberer sprachen immer gebieterisch. Das verlangte ihr Beruf. Aber diese Stimme klang schärfer als gewöhnlich, entsprach dem verbalen Äquivalent einer drohend erhobenen Faust. Ardrethy drehte den Kopf. Einige Meter entfernt kam Bewegung in die Reste einer anderen Bude. Eingelegte Seesterne und diverse Muscheln rutschten zur Seite und darunter zeigte sich eine Art Racheengel, zupfte kleine Garnelen und Krabben aus seinem langen Bart. Misskin Kobel, ein Mann, der in dem Ruf stand, Austern mit einer Hand öffnen zu können. Jahrelang hatte er Napfschnecken von Steinen gelöst und mit den riesigen Herzmuscheln in der Ankbucht gerungen. Und die Belohnung für solche Mühen bestand in einem Körperbau, den man normalerweise mit tektonischen Platten assoziierte. Misskin stand nicht etwa auf, sondern entfaltete sich. Er näherte sich dem letzten Zauberer und deutete mit einem zitternden Finger auf die Trümmer seines Standes. Sechs unternehmungslustige Hummer nutzten die Gelegenheit und stakten davon, um ihre unverhoffte Freiheit zu genießen. In Kobels Wangen malten aalartige Muskelstränge, als er den Mund öffnete und fragte, »Seid ihr dafür verantwortlich?« »Tritt zur Seite, Flegel«, sagte der Zauberer. Nach Ardrethys Meinung verliehen ihm diese Worte die voraussichtliche Lebenserwartung einer Glasschale. »Ich hasse Zauberer«, brummte Kobel, »ich kann sie nicht ausstehen. Und deshalb werde ich dich verprügeln. In Ordnung?« Er holte mit der rechten Hand aus. Der Zauberer wölbte eine Braue und gelbes Feuer umhüllte Miskin. Es ertönte ein Geräusch, das Ardrethy Langstab an reißende Seide erinnerte, und in der nächsten Sekunde war Kobel verschwunden. Zurück blieben nur seine Stiefel, die einsam und verlassen auf dem Kopfsteinpflaster standen. Dünne Rauchfäden lösten sich von ihnen. Niemand weiß, warum immer rauchende Stiefel zurückbleiben, ganz gleich, wie stark die Explosion ist. Es gehört einfach dazu. Ardrethy gewann den Eindruck, dass der Zauberer mindestens ebenso überrascht und schockiert war wie die Menge der Zuschauer, aber er fasste sich schnell und hob seinen Stab. »Lasst euch das eine Lehre sein, Leute«, sagte er. »Niemand fordert einen Zauberer heraus, verstanden?« »Von jetzt an wird sich hier so allerlei ändern.« »Ja, was willst du?« Die letzten Worte galten Ardrethy, der mit wenig Erfolg versuchte, sich unbemerkt vorbeizuschleichen. Nervös griff er nach seinem Tablett. »Ich habe mich nur gefragt, ob euer Ehrwürden den Wunsch hat, eine dieser köstlichen Pasteten zu erwerben,« stieß er hastig hervor. »Sie sind sehr lecker und haben einen hohen Nähr.« »Sieh genau zu, erbärmlicher Verkäufer«, sagte der Zauberer. Er streckte die Hand aus, spreizte die krummen Finger und erschuf eine Pastete. Es handelte sich um ein dickes, goldbraunes und glasiertes Prachtexemplar. Ardrethy wusste, dass sie vollständig mit erlesenem, zartem Schweinefleisch gefüllt war und keine Bereiche frischer Luft enthielt, die seine Gewinnspanne darstellten. Jedes Ferkel, das etwas auf sich hielt, wollte einmal zu einer solchen Pastete werden. Verzweiflung zitterte in ihm, als er seinen Ruin in Form eines knusprigen Teigs betrachtete. »Möchtest du einmal abbeißen?«, fragte der Zauberer. »Ich kann mir jederzeit weitere besorgen.« »Einfach so, aus dem Nichts«, stöhnte Ardrethy. Er blickte an der herrlich glänzenden Pastete vorbei und musterte den Zauberer. Das irre Glänzen in den Augen des Magiers wies ihn nur zu deutlich auf eine Katastrophe hin. Ardrethy Langstab drehte sich um, und als gebrochener Mann wankte er zum nächsten Stadttor. Die Zauberer begnügten sich offenbar nicht damit, lästige Mitbürger zu töten. Sie nahmen ihnen auch die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Kaltes Wasser spritzte in Rincewinds Gesicht und riss seinen Geist aus einem schrecklichen Traum, in dem hundert maskierte Frauen versuchten, ihm mit Breitschwertern das Haar zu schneiden. Sie bewiesen dabei ein erstaunliches Geschick. Die meisten Männer hätten einen solchen Albtraum sicher auf Kastrationsängste zurückgeführt, aber Rincewinds Unterbewusstsein kannte sich bestens mit der Furcht aus, in kleine Stücke geschnitten zu werden. Daher treffen die üblichen psychologisch-psychiatrischen Erklärungen in diesem Fall nicht zu. Er setzte sich auf. »Ist alles in Ordnung mit dir?«, fragte Konina besorgt. Rincewind blickte sich auf dem Deck um und bemerkte die unübersehbaren Spuren des Kampfes. »Nicht unbedingt!«, erwiderte er vorsichtig. Es schienen keine schwarz gekleideten Krieger mehr an Bord zu sein, zumindest nicht in der Senkrechten. Was die waagerechte Ausdehnung betraf. Mehrere Besatzungsmitglieder der Ozeanwalzer befanden sich in der Nähe, warten jedoch einen respektvollen Abstand zu Konina. Nur der Kapitän stand neben ihr und grinste dumm. »Die Piraten sind geflohen,« sagte Konina. »Sie nahmen, was sie kriegen konnten, und verschwanden.« »Es sind Mistkerle,« stellte der Kapitän klug fest, »aber sie paddeln ziemlich flink.« Konina zuckte zusammen, als er auf den Rücken klopfte. »Für ein Fräulein kämpft sie sehr gut,« sagte er und fügte hinzu, »jaaah!« Rincewind stand unsicher auf. Der Bug des Schiffes zeigte auf einen dunklen Streifen am Horizont, vermutlich die mitwärtige Küste von Klatsch. Als er sich vergewissert hatte, völlig unverletzt zu sein, gestattete er sich ein zögerndes Lächeln. Der Kapitän nickte ihnen fröhlich zu, eilte fort und gab Befehle, bei denen es um Segel, Seile und ähnliche Dinge ging. Konina nahm auf Truhe Platz, die keine Einwände erhob. »Er ist uns so dankbar, dass er uns bis nach Al-Kali bringen wird,« sagte sie. »Ich dachte, die Stadt sei ohnehin unser Reiseziel,« erwiderte Rincewind. »Ich habe gesehen, wie du dich mit dem Kapitän geeinigt und ihn bezahlt hast.« »Ja, das stimmt schon, aber seine Absicht bestand darin, uns zu überwältigen und mich als Sklavin zu verkaufen.« »Und was sollte mit mir geschehen?«, brachte Rincewind hervor und beantwortete seine Frage selbst. »Oh, ich verstehe. Er sieht ja, dass ich den Umhang eines Zauberers trage. Er würde es nie wagen.« »Äh, eigentlich wollte er dich verschenken,« murmelte Konina und zupfte konzentriert an einem Holzspan, der nur in ihrer Fantasie aus Truhesklappe ragte. »Mich verschenken?« »Ja, sozusagen. Nach dem Motto »Pro verkaufter Konkubine«, ein Zauberer gratis.« »Was haben denn Bienen damit zu tun?« Konina maß ihn mit einem langen, nachdenklichen Blick. Und als Rincewind nicht zu schmunzeln begann, seufzte sie und fragte, »Warum sind Zauberer immer so nervös, wenn es um Frauen geht?« Diesen Vorwurf wies Rincewind entrüstet von sich. »Von Nervosität kann überhaupt keine Rede sein,« entgegnete er scharf. »Wenn du's genau wissen willst, ich meine, im Allgemeinen komme ich sehr gut mit Frauen zurecht.« »Mich beunruhigen nur die Vertreter des weiblichen Geschlechts, die Schwerter schwingen.« Er dachte eine Zeit lang nach und fügte hinzu, »Um ganz ehrlich zu sein, mich beunruhigen alle Leute mit Schwertern.« Konina kratzte hingebungsvoll an dem imaginären Spahn. Truhe knarrte voller Wonne. »Ich weiß noch etwas, das dich beunruhigen wird.« »Hm?« »Der Hut ist weg.« »Was?« Ich konnte es nicht verhindern. Jemand schnappte sich die Schachtel und machte sich damit auf und davon. »Die Sklavenjäger sind mit dem Hut des Erzkanzlers geflohen?« »Sprich nicht in einem solchen Ton mit mir. Ich habe nicht die Hände in den Schoß gelegt, als der Kampf begann.« Rincewind ruderte mit den Armen. »Nein, nein, nein, du verstehst mich völlig falsch, und ich habe auch gar nicht in irgendeinem Ton gesprochen. Ich muss jetzt gründlich überlegen.« »Der Kapitän glaubt, dass die Piraten nach Al-Kali zurückkehren,« vernahm er Koninas Stimme. »Dort gibt es einen Ort, an dem man viele Verbrecher treffen kann. Und wir sind bestimmt in der Lage.« »Ich sehe nicht ein, warum wir zu irgendetwas in der Lage sein sollten,« sagte Rincewind. »Der Hut wollte möglichst weit von der Universität entfernt sein. Und ich bezweifle, ob die Sklavenjäger einen Abstecher dorthin machen, um den Weinkeller zu plündern.« »Du willst sie einfach so davon kommen lassen?«, fragte Konina verblüfft. »Nun, irgendjemand sollte sie verfolgen. Aber warum ausgerechnet ich?« »Aber du hast doch gesagt, der Hut sei das Symbol der Zauberei, und er verkörpere ein Ziel, das alle Zauberer anstreben.« »Du musst ihn zurückholen.« »Muss ich?« Rincewind nahm auf dem Deck Platz und lehnte sich an die Reling. Er fühlte sich irgendwie seltsam, und es dauerte eine Weile, bis er den Grund dafür fand. Er traf eine Entscheidung. Ganz allein. Sie gehörte nur ihm. Niemand setzte ihn unter Druck. Manchmal gewann er den Eindruck, dass er nur deshalb ständig in Schwierigkeiten geriet, weil andere Leute irgendetwas von ihm wollten. Doch diesmal hatte er eine ganz persönliche und individuelle Entscheidung getroffen, ohne dass ihn jemand zu etwas zwang. Er würde die Ozeanwalzer im Hafen von Al-Khali verlassen und nach Hause zurückkehren. Sollte jemand anders die Welt retten, er wünschte dem Betreffenden viel Glück. Eine eigene Entscheidung. Und sie gefiel ihm. Verwundert runzelte er die Stirn. Warum regten sich trotzdem Zweifel in ihm? »Weil es die falsche Entscheidung ist, du Idiot.« »Du hast mir gerade noch gefehlt,« dachte Rincewind. »Ich hatte schon genug Stimmen im Kopf. Dort ist die Tür. Ich meine, du verstehst sicher, was ich meine.« »Ich gehöre hierher.« »Soll das heißen, du bist ich?« »Dein Gewissen.« »Oh!« »Du darfst nicht zulassen, dass der Hut zerstört wird. Er ist das Symbol...« »Ja, ich weiß. Das Symbol einer von Geboten bestimmten Magie. Eine Magie, die von der Menschheit kontrolliert werden kann. Du willst doch bestimmt nicht in die dunklen Epochen der...« »Was?« »Epochen. Müsste es nicht Epochen heißen?« »Äh, ja, du hast recht.« Das Gewissen holte Tiefluft. »Wo bin ich stehen geblieben? Ach ja, du willst doch bestimmt nicht in die dunklen Epochen der Herrschaft purer Magie zurückkehren, oder?« Damals erbebte täglich das Gefüge der Realität. Eine wirklich schlimme Zeit, glaub mir. »Woher wissen wir das?« »Es ist alles im Rassengedächtnis gespeichert.« »Donnerwetter! Habe ich auch eins?« »Nun, ein kleines.« »Na schön. Aber warum ausgerechnet ich?« »Du bist ein wahrer Zauberer. Das Wort Zauberer ist dir ins Herz geschrieben.« »Ja, aber das Problem besteht darin, dass ich dauernd Leuten begegne, die nachsehen wollen,« erwiderte Rincewind kummervoll. »Was hast du gesagt?«, fragte Konina. Rincewind beobachtete die dünne Linie am Horizont und seufzte. »Ich habe nur mit mir selbst gesprochen,« sagte er. Krempel betrachtete den Hut kritisch, ging um den Tisch herum und sah aus verschiedenen Blickwinkeln darauf herab. »Ziemlich gut,« sagte er schließlich. »Woher stammen die Oktarine?« »Es sind nur gewöhnliche Anksteine,« entgegnete Spelzdinkel. »Sie haben selbst dich getäuscht, stimmt's?« Es war ein prächtiger Hut. Spelzdinkel musste sogar zugeben, dass er weitaus besser aussah als das Original. Der alte Hut des Erzkanzlers hatte sein, nun alter, nicht leugnen können. Er entsann sich in diesem Zusammenhang an verblassten, ausgefransten, goldenen Zwirn und stumpfe Pailletten. Die Kopie stellte zweifellos eine Verbesserung dar. Sie besaß Stil. »Die Spitzen gefallen mir sehr gut,« sagte Krempel. »Es hat eine Ewigkeit gedauert, sie hinzuzufügen.« »Du hättest sie einfach beschwören können mit Magie.« Krempel spreizte die Finger und griff nach dem hohen, kühlen Glas, das vor ihm erschien. Unter einem bunten Papierschirm und dem Fruchtsalat enthielt es zähflüssigen, erlesenen Alkohol. »Es klappte nicht,« erwiderte Spelzdinkel. »Die magische Energie verbrannte den Stoff, anstatt ihn zu vernähen. Ich musste selbst zu Nadel und Faden greifen,« erschloss die Hutschachtel. Krempel verschluckte sich an seinem Getränk. »Hey, warte, stell das Ding nicht einfach weg,« sagte er und streckte die freie Hand nach dem Behälter aus. »Auf eine solche Gelegenheit warte ich schon lange.« Er drehte sich zu dem großen Wandspiegel um und ließ den Hut langsam auf seine fettig glänzenden Locken herab. Der erste Tag kreativer Magie ging zu Ende, und den Zauberern war es gelungen, alles zu verändern, bis auf sich selbst. Sie hatten es insgeheim versucht, wenn sie sich unbeobachtet fühlten. Sogar Spelzdinkel schreckte nicht davor zurück, magische Hand an sich zu legen. Er zog sich zu diesem Zweck in sein Arbeitszimmer zurück und verriegelte die Tür. Er schaffte es, zwanzig Jahre jünger zu werden, freute sich über eine Brust, an der selbst härtester Granit zerbrochen wäre. Aber als er in seiner Konzentration nachließ, kehrte er unglücklicherweise in das alte, aufgedunsene Selbst zurück. In der individuellen Existenz gab es irgendeinen sehr elastischen Faktor. Je entschlossener man ihn fortstieß, desto schneller raste er wieder heran, und die Wucht des Aufpralls ließ keine masochistischen Wünsche offen. Mit Spitzen besetzte eiserne Kugeln, Breitschwerter und dicke Knüppel, aus denen rostige Nägel ragten, gelten gemeinhin als gefährliche Waffen. Aber sie sind nichts im Vergleich mit Masse und Trägheitsmoment von zwanzig Lebensjahren, die plötzlich auf Geist und Körper herabstürzen. Der Grund? Kreative Magie konnte nicht auf Dinge angewendet werden, die sich durch eine magische Natur auszeichneten. Dennoch bewirkten die Zauberer einige wichtige Veränderungen. Man nehme nur Krempels Umhang. Er bestand aus Seide und kostbaren Spitzen, bewies ebenso kostspielige wie unübertreffliche Geschmacklosigkeit. Der Zauberer sah darin aus wie ein Haufen Wackelpeter mit Sofaschonern. Der Hut steht mir gut, findest du nicht? sagte Krempel. Er rückte die Krempel zurecht und bewunderte sein verwegenes Erscheinungsbild. Spelzdinkel gab keine Antwort. Er sah aus dem Fenster. Ein geschäftiger Tag ging zu Ende und einige Verbesserungen fielen sofort auf. Die alten Steinmauern existierten nicht mehr. Hübsch verzierte Brüstungen und Geländer nahmen nun ihren Platz ein. Dahinter erstreckte sich die Stadt wie ein Juwel aus weißem Marmor und roten Schindeln. Der Fluss Ankh war nicht mehr der mit stinkendem Schlamm gefüllte Abwasserkanal, mit dem der Leser bereits vertraut ist. Stattdessen bildete er ein breites, silbrig glänzendes Band, und sein Wasser war so rein und klar wie geschmolzener Schnee. Ein romantisch veranlagter Zauberer hatte ihn sogar mit dicken, zufriedenen Karpfen und schlanken, glücklichen Forellen bevölkert. Die Bürger von Ankh-Morpork haben immer behauptet, ihr Fluss sei geradezu unglaublich rein. Wenn Wasser von so vielen Nieren gefiltert wurde, argumentierten sie, könne es sicher keinen Schmutz mehr enthalten. Ein Beobachter über der Stadt wäre vermutlich geblendet worden. Ankh-Morpork strahlte regelrecht. Es fehlte die jahrtausendealte Patina aus Müll und Dreck. Der ungewohnte Anblick bereitete Spelzdinkel vages Unbehagen. Er fühlte sich nicht wohl, so als trüge er neue Kleidung, die unangenehm kratzte. Nun, er trug neue Kleidung, und sie kratzte tatsächlich, aber das war nicht das Problem. Er fand die neue Welt hübsch und interessant. Sie erschien ihm genau so, wie sie sein sollte. Und doch, und doch, habe ich eine derart drastische Veränderung gewollt, überlegte es skeptisch, oder ging es mir nur darum, einige Dinge komfortabler zu gestalten? »Der Hut scheint extra für mich angefertigt zu sein«, sagte Krempel. »Er passt ausgezeichnet, nicht wahr? Nicht wahr?« Spelzdinkel drehte sich nachdenklich um. »Der Hut, Mann!« »Oh, du wirkst damit sehr würdevoll.« Krempel seufzte, nahm die schmuckvolle Kopfbedeckung ab und legte sie in die Schachtel zurück. »Ich schlage vor, wir machen uns nun damit auf den Weg«, sagte er. »Der Junge wartet bereits darauf.« »Ich frage mich noch immer, wo der richtige Hut ist«, brummte Spelzdinkel. »Hier drin«, Krempel klopfte auf den Deckel der Schachtel. »Ich meine den Richtigen.« »Dies ist der Richtige.« »Ich wollte sagen, dies ist der Hut des Erzkanzlers«, betonte Krempel. »Du solltest es eigentlich wissen. Immerhin hast du ihn selbst angefertigt.« »Ja, aber«, begann der Quästor kummervoll, »du würdest dem Knaben doch keine Fälschung anbieten, oder?« »Nein, ähm, natürlich, ähm, nicht.« »Es ist nur ein Hut. Er stellt das dar, was man von ihm erwartet. Wenn ihn die Leute auf dem Kopf des Erzkanzlers sehen, halten sie ihn für das Original. Und in gewisser Weise stimmt das auch. Dinge werden durch das definiert, was sie, ähm, anstellen. Nicht nur Dinge, sondern auch, ähm, Menschen. »Das ist die fundamentale Basis der Zauberei, jawohl.« Krempel legte eine Kunstpause ein und drückte die Hutschachtel in Spelzdinkels Hände. »Cogitum ergot huto, könnte man sagen.« Der Quästor versuchte, sich an seine Kenntnisse über alte Sprachen zu erinnern. »Ich denke, und deshalb bin ich ein Hut?«, übersetzte er vorsichtig. »Was?«, fragte Krempel, als sie die Treppe heruntergingen und sich dem neuen großen Saal näherten. »Und deshalb halte ich mich für einen verrückten Hut?«, vermutete Spelzdinkel. »Sei endlich still! In Ordnung!« Noch immer hing Dunst über der Stadt, und im Licht der untergehenden Sonne, das durch die breiten, hohen Fenster glänzte, gewannen die silbrig- und goldfarben schimmernden Schwaden einen blutroten Ton. Münze hatte sich den Stab über die Knie gelegt und saß still da. Spelzdinkel dachte daran, dass er den Knaben nie ohne seinen Zauberstab gesehen hatte, und das erschien ihm seltsam. Die meisten Zauberer bewahrten das Zeichen ihrer Magie unter dem Bett auf oder hängten es über dem Kamin an die Wand. Der Stab des Jungen bereitete ihm Unbehagen. Er war schwarz, aber dieser Eindruck konnte nicht unbedingt auf die Farbe zurückgeführt werden. Vielmehr wirkte der Gegenstand wie ein bewegliches Loch, das Zugang zu anderen und in jeder Hinsicht finsteren Dimensionen gewährte. Natürlich fehlten ihm Augen, aber der Quästor fühlte trotzdem einen starren Blick auf sich ruhen. Der Stab schien seine geheimsten Gedanken zu kennen, und in dieser Hinsicht war er Spelzdinkel zweifellos überlegen. Seine Haut prickelte, als er zusammen mit Krempel den Saal durchquerte und pure Magie spürte, die von dem Kind ausging. Einige Dutzend der ältesten Zauberer standen in der Nähe von Münze und blickten fasziniert zu Boden. Spelzdinkel reckte den Hals und sah... Die Welt! Sie schwamm in einer Pfütze aus schwarzer Nacht, die irgendwie Teil des Bodens geworden war, und der Quästor wusste mit schrecklicher Gewissheit, dass es sich um die echte Welt handelte und kein magisches Abbild. Er beobachtete Wolkenfetzen und alles andere, die kalten Wüsten der mitwärtigen Regionen, den Gegengewichtkontinent, das runde Meer, den Wasserfall am Rand, winzig und Pastellfarben und zweifellos real. Jemand sprach zu ihm. Hm? brummte er. Plötzliche metaphorische Kühle brachte ihn in die Wirklichkeit zurück. Entsetzt stellte er fest, dass Münze eine Bemerkung an ihn gerichtet hatte. Entschuldige bitte, sagte er hastig. Die Welt hat mich abgelenkt. Ich finde sie wunderschön. Wunderschön. Unser Spelzdinkel ist ein Ästhet, kommentierte Münze. Ein oder zwei Zauberer, die das Wort kannten, lachten leise. Aber was die Welt betrifft, sie könnte verbessert werden. Ich sagte eben, ganz gleich, wohin wir auch sehen, Spelzdinkel, überall erkennen wir Habgier und grausame Unmenschlichkeit. Ein Beweis dafür, dass die Welt schlecht regiert wurde, nicht wahr? Der Quästor fühlte sich im Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit. Hm, 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 erwiderte er. Nun, die menschliche Natur lässt sich nicht ändern. Völlige Stille folgte. Spelzdinkel zögerte. Oder etwa doch? erkundigte er sich. Es wird sich erweisen, behauptete Krempel. Wenn wir die Welt ändern, nehmen wir damit auch Einfluss auf das menschliche Wesen. Stimmt's, Brüder? Als Beispiel mag die Stadt angeführt werden, sagte einer der anderen Zauberer. Und ich habe mir ein Schloss geschaffen. Wir herrschen über Ankh-Morpork. Aber wer herrscht über den Rest der Welt? fragte Krempel. Sicher gibt es dort draußen mindestens tausend aufgeblasene Könige und Kaiser und Stammesoberhäupter. Niemand von ihnen kann lesen, ohne die Lippen zu bewegen, warf ein Tormaturge ein. Der Patrizier konnte lesen, sagte Spelzdinkel. Aber nicht ohne Zeigefinger, murmelte Krempel. Da fällt mir ein, wo steckt die Eidechse. Nun, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur eins. Die Welt sollte von klugen, weisen und philosophisch erfahrenen Männern regiert werden. Sie braucht jemanden, der sie führt. Jahrhundertelang haben wir uns gegenseitig bekämpft. Aber wer weiß, wozu wir fähig sind, wenn wir zusammenhalten. Heute die Stadt und morgen die Welt, meinte ein Zauberer, der weiter hinten stand. Krempel nickte. Morgen die Welt und, er rechnete kurz, und am Freitag das Universum. Damit bleibt das Wochenende frei, dachte Spelzdinkel. Er erinnerte sich an die Hutschachtel und bot sie Münze an. Krempel trat mit einer fließenden Bewegung auf ihn zu, griff nach dem Behälter, reichte ihn dem Jungen und verbeugte sich erstaunlich tief. »Der Hut des Erzkanzlers«, sagte er, »er gebührt dir, wie wir meinen.« Münze nahm die Schachtel entgegen und zum ersten Mal glaubte Spelzdinkel in den kindlichen Zügen einen Hauch von Unsicherheit zu erkennen. »Sollte er nicht während einer feierlichen Zeremonie übergeben werden?«, fragte der Knabe. Krempel hüstelte. »Nein«, entgegnete er, »eigentlich nicht.« Er sah die anderen Zauberer an, die pflichtbewusst den Kopf schüttelten. »Nein, in diesem Zusammenhang wurde noch nie eine feierliche Zeremonie durchgeführt, abgesehen von dem Festessen. Weißt du, die Ernennung des Erzkanzlers hat nichts mit einer Art Krönung gemein. Um es anders auszudrücken, der Hut symbolisiert das Oberhaupt unserer magischen Bruderschaft, ja.« Der goldene Blick des Jungen verwirrte Krempels Stimmbänder. »Weißt du, der Erzkanzler ist der Erste unter Gleichen.« Er trat unsicher zurück, als sich der Stab von ganz allein drehte und auf ihn zeigte. Einmal mehr schien Münze einer Stimme zu lauschen, die nur er vernahm. »Nein«, sagte der Knabe schließlich, und seine Stimme vibrierte eindrucksvoll. Um einen solchen Nachhalt zu bewirken, sind entweder ausgeprägte okkulte Fähigkeiten erforderlich oder die teuren Geräte eines modern eingerichteten Audiostudios. »Es wird eine Zeremonie geben. Es muss ein Ritual stattfinden, damit die Bewohner der Scheibenwelt wissen, dass Zauberer die Herrschaft angetreten haben. Aber wir führen es nicht hier durch. Ich wähle einen geeigneten Ort. Und alle Zauberer, die jemals die Tore der Universität durchschritten haben, nehmen daran teil. Verstanden?« »Einige von Ihnen wohnen ziemlich weit entfernt«, gab Krempel zu bedenken. »Ihre Reise hierher dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen, und deshalb schlage ich vor, wir gedulden uns eine Weile, während...« »Es sind Zauberer«, rief Münze. »Sie können von einem Augenblick zum anderen hier sein. Ich habe Ihnen Macht gegeben.« »Außerdem...« Er senkte die Stimme und klang wieder einigermaßen normal. »Die Universität hat ihren Zweck erfüllt. Sie diente nie als wahres Heim für Magie, eher als ihr Kerker.« »Ich errichte ein neues Gebäude für uns.« Er hob den Hut aus der Schachtel und lächelte. Spelzdinkel und Krempel hielten unwillkürlich den Atem an. »Aber...« Sie drehten sich um. Ovin Schmollwinkel, Hüter der magischen Gebote, hatte gesprochen. Verblüfft starrte er auf den Hut, und es dauerte einige Sekunden, bis er den offenen Mund wieder zuklappte. Münze sah ihn an und wölbte eine Braue. »Du hast doch nicht etwa vor, die Universität zu schließen?«, fragte der Zauberer entrüstet. »Wir brauchen sie nicht mehr,« erwiderte das Kind. »Hier gibt es nur Staub und alte Bücher. Solche Dinge haben wir inzwischen hinter uns. Stimmt das nicht, Brüder?« Die anderen Magier murmelten unsicher. Es fiel ihnen schwer, sich ein Leben ohne die Mauern der unsichtbaren Universität vorzustellen. Andererseits, wenn sie genauer darüber nachdachten, es mangelte tatsächlich nicht an Staub, und die Bücher waren wirklich ziemlich alt. Außerdem, Brüder, wer von euch hat in den letzten Tagen die Dunkle Bibliothek besucht? Die Magie ist nun in euch und nicht mehr zwischen Buchdeckeln gefangen. Das freut euch sicher, oder? Gibt es irgendjemanden unter euch, der in den vergangenen 24 Stunden weniger Magie beschwor als in all den Jahren vorher? »Ich bin ziemlich sicher, dass niemand von euch eine andere Ansicht vertritt als ich.« »Oder?« Der Quästor schauderte. Tief in seinem Herzen erwachte gerade ein zweiter Spelzdinkel und trachtete verzweifelt danach, sich Gehör zu verschaffen. Es war ein Spelzdinkel, der sich plötzlich nach jenen ruhigen Tagen zurücksehnte, als eine freundliche und gutmütige Magie in alten, ausgetretenen Pantoffeln umherschlurfte und immer Zeit für einen Sherry hatte. Voller Wehmut erinnerte er sich an eine magische Kraft, die sich nicht wie ein heißes Schwert im Gehirn anfühlte und die darauf verzichtete, Menschen zu töten. Grauen packte ihn, als seine Stimmbänder Haltung annahmen, die Warnungen des Selbsterhaltungstriebs ignorierten und Anstalten machten dem Jungen zu widersprechen. Spelzdinkel spürte ganz deutlich, dass der schwarze Zauberstab nach ihm Ausschau hielt und er stellte sich einen Oktarinenblitz vor, der ihn ebenso verschwinden ließ wie den armen Bilias. Er biss die Zähne zusammen, doch der Protest zerrte seine Kiefer auseinander. Die Lungen holten tief Luft. Nur noch wenige Sekunden, und dann... Krempel verlagerte sein Gewicht und trat ihm auf den Fuß. Spelzdinkel ächzte dumpf. Entschuldige, sagte Krempel. Stimmt was nicht, Spelzdinkel? fragte Münze. Der Quästor hüpfte auf einem Bein, und die Anspannung in ihm ließ jäh nach. Tiefreichende Erleichterung durchströmte ihn, genährt von stechendem Schmerz. Noch nie zuvor war jemand so dankbar dafür gewesen, dass hundert Kilo Zauberer beschlossen hatten, ihm auf den großen Zeh zu treten. Sein Stöhnen bewahrte ihn vor einem grässlichen Schicksal. Münze seufzte und stand auf. »Es war ein angenehmer Tag«, sagte er. Zwei Uhr morgens. Der vom Fluss aufsteigende Dunst kroch schlangengleich durch die Straßen und Gassen von Ankh-Morpork, aber er kroch allein. Zauberer hielten nichts davon, bis nach Mitternacht aufzubleiben, und deshalb gingen auch alle anderen Bürger früh zu Bett, träumten die sorgenvollen Träume von Leuten, die sich plötzlich nicht mehr in ihrer Welt zurechtfinden. Auf dem Platz der gebrochenen Monde glitten die Nebelschwaden einsam über traurig brennende Fackeln und stumme Fenster, hinter denen rote Netzgardinen hingen. Einst galten die diversen Etablissements als Zentrum überaus mysteriöser und exotischer Freuden. Von gesülzten Aalen bis hin zu Geschlechtskrankheiten nach freier Wahl boten sie alles an, was Magen und Libido begehrten. Aber jetzt warteten bereitwillige junge Damen vergeblich darauf, in Gesellschaft unter warme Decken zu kriechen. Das abgewetzte Kopfsteinpflaster existierte nicht mehr. Stattdessen glänzte nun weißer Marmor, und Statuen säumten leise gurgelnde Springbrunnen. Nur dumpfes Plätschern erklang in der cholesterinartigen Stille, die im Herzen der Stadt zu einem ebenso langsamen wie unerbittlichen Infarkt führte. Schweigen umhüllte die dunkle Masse der unsichtbaren Universität. Doch in einem der langen Korridore? Spelzdinkel schlich wie eine zweibeinige Spinne durch den Flur und sprang von Säule zu Säule, das heißt, er wankte ziemlich schnell. Schließlich erreichte er die verbotene Tür der Bibliothek. Nervös starrte er in die Finsternis, aus der er kam, zögerte und klopfte vorsichtig an. Stille tröpfelte aus dem uralten Holz. Aber es war nicht etwa die Art von Stille, die den Rest der Stadt in ihrem Bann hielt. Nein, es handelte sich um eine höchst wachsame Stille. Die Stille einer schlafenden Katze, die gerade ein Auge geöffnet hatte. Als sich Spelzdinkel nicht mehr beherrschen konnte, sank er auf Hände und Knie und spähte durch den Spalt unter der Tür. Nach einer Weile beugte er sich zu dem dunklen Loch an der untersten Angel vor und flüsterte, »Hallo! Kannst du mich hören?« Irgendwo in den schwarzen Tiefen der Bibliothek schien sich etwas zu bewegen. Spelzdinkel versuchte es erneut, während die Anzeige seines emotionalen Barometers zwischen Schrecken und Hoffnung wechselte. Das Herz pochte ihm bis zum Hals empor, verspürte offenbar den dringenden Wunsch, die Brust zu sprengen, herauszuhüpfen und sich irgendwo zu verstecken. »Hallo! Ich bin's! Spelzdinkel! Du kennst mich doch, oder? Bitte sprich mit mir!« Vielleicht strichen große, ledrige Füße über den Boden jenseits der Tür, möglicherweise knarrten auch nur die Nerven des Quästors. Er schluckte krampfhaft, massierte den Hals, um einen dicken Klos daraus zu vertreiben, und hätte sich fast erwürgt. Er stöhnte und keuchte, räusperte sich dann, als er neues Vertrauen zu seinen eigenwilligen Stimmbändern schöpfte. »Sieh mal! Ich meine, hör mal! Münze! Das Kind! Der Knabe! Er will die Bibliothek schließen!« Die Stille wurde lauter. Die schlafende Katze stülpte ein Ohr vor. »Was sich derzeit zuträgt, ist völlig verkehrt!« hauchte der Quästor und presste sich die Hand auf den Mund, als er die enorme und fatale Bedeutung seiner Worte begriff. »Hm?« Ein leises, kaum wahrnehmbares Geräusch, wie das Rülpsen einer Kakerlake. Spelzdinkel nahm seinen ganzen Mut zusammen und brachte die Lippen noch näher ans Angelloch heran. »Ist der... Patrizier dort drin?« »Hm?« »Und das Hündchen?« »Hm?« »Oh, gut!« Spelzdinkel streckte sich beuchlings aus, starrte in die Nacht und trommelte mit den Fingern auf kalten Stein. »Du wärst nicht zufällig so freundlich, mir Einlass zu gewähren, oder?« fragte er. »Hm?« Der Quästor schnitt eine Grimasse. »Nun, vielleicht könntest du mich trotzdem eintreten lassen, nur für einige Minuten. Wir müssen etwas besprechen, von Mann zu Mann.« »Hm?« »Hm?« »Na gut, von Mann zu Affe.« »Hm?« 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 Spelzdinkel seufzte. »Deine loyale Entschlossenheit ist zweifellos lobenswert, aber es kann sicher nicht schaden, wenn du eine Ausnahme machst.« Ihm fiel etwas ein. »Früher oder später verhungerst du dort drin. Wahrscheinlich früher.« »Hm?« 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 Spelzdinkel seufzte erneut und spürte, wie er sich allmählich entspannte. Das Gespräch beruhigte ihn, obgleich die Tür nach wie vor ein unüberwindliches und undurchdringliches Hindernis blieb. Alle anderen Bewohner der Universität schienen in einem Traum zu leben, während sich der Bibliothekar nichts mehr wünschte als weichen Fruchtsalat, regelmäßigen Nachschub an Karteikarten und einmal im Monat die Möglichkeit, der privaten Menagerie des Patriziers einen Besuch abzustatten. »Hm?« 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 »Gut!« Der Quästor stand auf und staubte sich die Knie ab. Dann beugte er sich zum Schlüsselloch vor und fügte hinzu, »Sei wachsam und misstrauisch!« Es war nicht völlig dunkel in der Bibliothek, denn von den vielen mit magischen Büchern gefüllten Regalen ging ein mattes, oktarines Glühen aus, verursacht von den Wechselwirkungen zwischen taumaturgischer Hintergrundstrahlung und einem starken, okkulten Kraftfeld. Das Licht genügte, um mehrere Kisten zu erhellen, die direkt hinter der Tür standen und offenbar als Barrikade dienten. Der frühere Patrizier hockte in einem großen Einmachglas, das auf einem nahen Schreibtisch stand. Der Bibliothekar hockte darunter, zog sich eine weiche Decke über den Kopf und hielt Wuffel auf dem Schoß. Gelegentlich aß er eine Banane. Unterdessen humpelte Spelzdinkel durch die finsteren Korridore der Universität zurück und sehnte sich nach der relativen Sicherheit seines Schlafzimmers. Er lauschte so nervös und angestrengt nach den leisesten Geräuschen, dass er am Rande des akustischen Spektrums ein kaum wahrnehmbares Schluchzen hörte. Eigentlich hatten solche Geräusche im Wohnbereich der Zauberer überhaupt nichts zu suchen. Um diese Zeit erwartete man dort eher hingebungsvolles Schnarchen, leises Klirren von Gläsern, disharmonisches Singen oder das Zischen einer Zauberformel, die nicht die erhoffte Wirkung erzielte. Fast lautloses Weinen stellte eine derart einzigartige Einzigartigkeit dar, dass Spelzdinkel den Kurs änderte und durch einen Gang wankte, der zum Zimmer des Erzkanzlers führte. Die Tür stand einen Spalt breit offen. Die Stimme der Vorsicht riet dem Quästor, vorsichtig zu sein, und Spelzdinkel bereitete sich innerlich auf eine eilige Flucht vor, als er einen verstohlenen Blick in die Kammer wagte. Rincewind riss die Augen auf. »Was ist das?« raunte er. »Irgendein Tempel, glaube ich«, antwortete Konina. Rincewind verharrte und blickte nach oben, während die Bürgerschaft von Al-Kali ihn in einer Art brownschen Bewegung umquirlte. »Ein Tempel«, dachte er. Nun, das Gebäude war groß und beeindruckend, und der entsprechende Architekt hatte alle Tricks angewendet, um es noch größer und eindrucksvoller wirken zu lassen. In den Beobachtern entstand das vollauf beabsichtigte Gefühl, sie seien klein und unbedeutend. Außerdem wurde ihnen bewusst, dass es ihnen an Kuppeln mangelte. Andererseits, Rincewind kannte sich mit heiliger Architektur aus. Und sowohl die Fresken als auch die natürlich beeindruckenden Mauern darüber erschienen ihm ganz und gar nicht religiös. Zum Beispiel erweckten die dargestellten Personen den Anschein, als vergnügten sie sich prächtig. Rincewind glaubte sicher zu sein, dass sie eine Menge Spaß hatten. Ja, daran konnte eigentlich gar kein Zweifel bestehen. Es hätte ihn sehr überrascht, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. »Sie tanzen doch nicht.« »Oder?« fragte er in dem verzweifelten Versuch, die von den Augen empfangene Botschaft zu leugnen. »Vielleicht demonstrieren Sie eine spezielle Akrobatik?« Konina neigte den Kopf und blinzelte im grillen Sonnenschein. »Das glaube ich eigentlich nicht«, sagte sie nachdenklich. Rincewind erinnerte sich an seine Moral. »Eine junge Frau sollte so etwas nicht betrachten«, verkündete er ernst. »Konina musterte ihn und lächelte.« »Zauberern ist ein solcher Anblick streng verboten«, bemerkte sie zuckersüß. »Eigentlich müsstest du jetzt blind werden.« Rincewind sah erneut nach oben, bereit dazu, sich einer visuellen Gefahr auszusetzen. »Eigentlich hätte ich mit so etwas rechnen sollen«, dachte er. »Diese Leute wissen es eben nicht besser. Fremde Länder, fremde Sitten, nicht wahr? Hier herrschen andere Gewohnheiten.« Obgleich einige gewisse Dinge nicht nur den Bräuchen in seiner Heimat entsprachen, sondern auch wesentlich fantasievoller und freizügiger wirkten. »Die Tempelfresken von Al-Kali sind auf der ganzen Scheibenwelt berühmt«, sagte Konina, als sie sich einen Weg durch die Menge der Kinder bahnten, die Rincewind ständig irgendwelche Dinge verkaufen oder ihnen netten Verwandten vorstellen wollten. »Das wundert mich nicht«, pflichtete er seiner Begleiterin bei und starrte auf die geschäftstüchtige Schar hinab. »Würdet ihr mich bitte in Ruhe lassen?« »Nein, ich will das nicht kaufen, was auch immer es ist, nein.« »Deine Schwester interessiert mich nicht, und dein Bruder ebenso wenig. Auch das S kannst du behalten, Lümmel. Hey, ihr da runter von dem Ding!« Die letzten Worte galten einigen Kindern, die in aller Seelenruhe auf einer Kiste aus intelligentem Birnbaumholz ritten. Truhe folgte ihrem Eigentümer und machte keine Anstalten, sich von ihrer juchzenden Last zu befreien. »Vielleicht hat sie Kummer«, dachte Rincewind, und daraufhin verbesserte sich seine Stimmung ein wenig. »Wie viele Menschen leben auf diesem Kontinent?«, fragte er. »Keine Ahnung«, entgegnete Konina, ohne sich umzudrehen. »Wahrscheinlich Millionen.« »Wenn ich klug wäre, hätte ich mich von diesem Ort ferngehalten«, sagte Rincewind fest. »Schon seit einigen Stunden befanden sie sich in Al-Khali, dem Tor zum geheimnisvollen Kontinent Klatsch. Für Rincewind waren es genau einige Stunden zu viel. »Eine anständige Stadt sollte sich in ein Gewand aus Nebel und Dunst kleiden«, überlegte er verdrießlich. »Ihre Bewohner sollten zu Hause bleiben und sich nicht auf den Straßen herumtreiben. Sand und Hitze gehören in die Wüste. Und was den Wind betrifft...« Ankh-Morpork war für den berühmten Geruch bekannt, der selbst Leuten mit verstopfter Nase Tränen in die Augen trieb. In Al-Khali fiel sofort der Wind auf, der aus weiter Ödnis wehte und von anderen Ländern am Rand der Scheibenwelt erzählte. Eigentlich handelte es sich nur um eine sanfte Brise, aber sie flüsterte und raunte rund um die Uhr und auf Besucher in der Stadt übte sie schließlich die gleiche Wirkung aus wie ein Reibeisen auf weiche Tomaten. Nach einer Weile gewann man den Eindruck, dass sie einem die Haut von den Knochen schabte und direkt über die Nerven kratzte. Koninas empfindsame Nase nahm aromatische Nachrichten in Empfang, die aus dem Herzen des Kontinents stammten und von verschiedenen Dingen berichteten. Der kühle nächtlicher Wüsten, dem Gestank von Löwen, dem Kompost in undurchdringlichen Dschungeln und den recht strengen Duftnoten von Antilopen und Gnus. Rincewind roch natürlich überhaupt nichts. Ihm kam die ganz normale Magie von Anpassung und Gewohnheit zu statten. Den meisten Morpokianern wäre es nicht einmal gelungen, eine nur fünf Meter entfernte brennende und mit Knoblauchresten gefüllte Matratze zu riechen. Wohin jetzt? fragte er. Vielleicht sollten wir eine windgeschützte Stelle suchen. Mein Vater verbrachte einige Zeit in Kali, als er nach der verlorenen Stadt I suchte, erklärte Konina. Häufig sprach er begeistert vom Holter-die-Polter und meinte, das sei eine Art Bazaar. Oh, sicher, wir wenden uns einfach an einen Verkäufer, der Hüte aus zweiter Hand anbietet, sagte Rincewind. Was für eine verrückte Idee! Er kannte sich mit verrückten Ideen aus. Sie kamen ihm häufig in den Sinn. Ich habe gehofft, dass wir angegriffen werden. Das scheint mir die beste Möglichkeit zu sein. Mein Vater meinte, nur wenige Fremde wagten sich ins Holter-die-Polter und noch weniger bekämen Gelegenheit, den Bazaar wieder zu verlassen. Er meinte, dort trieben sich sehr gefährliche Leute herum. Rincewind dachte darüber nach. Könntest du das bitte wiederholen? Ich habe nur gehört, dass du hoffst, überfallen zu werden. Anschließend klingelte irgendetwas in mir. Nun, wir möchten doch einen Kontakt zur hiesigen Verbrecher-Szene herstellen, oder? Von möchten kann eigentlich keine Rede sein, widersprach Rincewind behutsam. Nein, einen solchen Ausdruck würde ich nicht verwenden. Welchen dann? fragte Konina. Äh, nicht möchten erscheint mir angemessener. Du hast dich bereit erklärt, den Hut zu suchen. Aber nicht dazu, bei der Suche zu sterben, erwiderte Rincewind betrübt. Das würde niemandem nützen. Mir am allerwenigsten. Mein Vater sagte immer, der Tod sei wie ein traumloser Schlaf, murmelte Konina. Aber ich träume gern, sagte Rincewind und erinnerte sich in diesem Zusammenhang an die Auskunft der zweihundert Erzkanzler, die durch den Hut zu ihm gesprochen hatten. Er folgte der jungen Frau, die durch eine schmale Gasse schritt, vorbei an Wänden aus weißen Adobe-Ziegeln. Außerdem ist es schwer, am nächsten Morgen aus einem solchen Schlaf zu erwachen. Du gehst kein großes Risiko ein, entgegnete Konina. Immerhin bin ich bei dir. Ja, und du freust dich schon auf einen Kampf, nicht wahr? sagte Rincewind vorwurfsvoll, als Konina zielstrebig den Weg fortsetzte. Pubertäre Kleinunternehmer folgten ihnen, so beharrlich wie Kletten. Die Vererbung ist wieder am Werk, stimmt's? Sei endlich still und versuch wie ein Opfer auszusehen. Das fällt mir nicht schwer, brummte Rincewind und wehrte ein besonders hartnäckiges Mitglied der Juniorenhandelskammer ab. Darin habe ich eine Menge Übungen. Zum letzten Mal! Ich will niemanden kaufen, du Flegel! Mürrisch beobachtete er die Wände und stellte mit einem Hauch von Erleichterung fest, dass sie keine peinlichen Bilder aufwiesen. Aber der heiße Wind wehte noch immer, und der allgegenwärtige Sand ging ihm zunehmend auf die Nerven. Rincewind wünschte sich nichts sehnlicher als das eine oder andere kühle Bier, ein kühles Bad und frische Kleidung, möglichst kühl. Wahrscheinlich hätte er sich dadurch kaum besser gefühlt, aber vielleicht wäre es erträglicher gewesen, sich schlecht zu fühlen. Nun, das Bier musste er sicher von seiner Liste streichen. Seltsam. In kalten Städten wie Ankh-Morpork erfreuten sich kühle Getränke großer Beliebtheit, aber hier in Alkali, einem urbanen Backofen, über dem die Sonne wie eine Heizlampe brannte, zog man ölige Flüssigkeiten vor, die einem Hals und Kehle verätzten. Hinzu kam eine Architektur, die Rincewind für völlig falsch hielt. In den Tempeln standen Statuen, wie man sie eher an anderen, ganz und gar unheiligen Orten vermutete. Eine solche Stadt eignete sich einfach nicht für Zauberer. Nun, bestimmt gab es eine lokale Alternative, zum Beispiel schlichte Beschwörer, aber von anständiger Magie konnte man wohl kaum sprechen. Kunina ging munter weiter und summte fröhlich. »Sie gefällt dir nicht, wahr?« fragte eine gestaltlose Stimme. »Streite es bloß nicht ab, ich weiß Bescheid.« »Bei allen Göttern!« entfuhr es Rincewind gequält in Gedanken. »Du bist doch nicht etwa mein Gewissen, oder?« »Nein, deine Libido. Ist ziemlich muffig hier drin, nicht wahr? Du hast es nicht mehr getrieben, seit du vor zwanzig Jahren allein auf dem Klo warst und...« »Verschwinde aus meinem Kopf!« »Oh, ich befinde mich nicht in deinem Kopf, wenn du es genau wissen willst.« »Nein!« dachte Rincewind hastig. »Und dann, ich bin Zauberer.« »Zauberer hören auf die Stimme der Vernunft, nicht auf die des Herzens.« »Da wir gerade bei Stimmen sind, was hältst du von einer Abstimmung?« »Hey, Drüsen, was meint ihr dazu?« Einige Sekunden lang herrschte Stille. »Rincewind, die Drüsen haben mir gerade Folgendes mitgeteilt. Soweit es deinen Körper betrifft, ist dein Verstand in der Minderheit.« »Ach, zufälligerweise kann er ein Veto einlegen.« »Ha, seid ihr da bloß nicht so sicher. Übrigens hat dein Herz mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun. Es ist nur ein Muskel, der das Blut durch die Adern pumpt. Sieh es doch einmal so. Du magst die junge Frau, oder?« »Nun«, Rincewind zögerte. »Ja«, dachte er. »Ich meine, äh...« »Nette Gesellschaft, nicht wahr?« »Angenehm klingende Stimme.« »Das schon, aber...« »Möchtest du mehr von ihr sehen?« »Nun«, Rincewind stellte verblüfft fest, dass er versucht war, darauf mit einem klaren Ja zu antworten. Man konnte keineswegs behaupten, dass er den Umgang mit Frauen ablehnte. Aber das weibliche Geschlecht schien ständig irgendwelche Probleme zu verursachen. Und außerdem stand es in dem Ruf, sich schädlich auf magische Fähigkeiten auszuwirken. Andererseits musste er sich der unliebsamen Erkenntnis stellen, dass sein taumaturgisches Talent kaum über das eines Gummihammers hinausging und sich dem Wert Null näherte. Von unten. »Also hast du doch gar nichts zu verlieren«, warf seine Libido lockend ein. An diesem Punkt seines mentalen Gesprächs merkte Rincewind, dass irgendetwas fehlte. Es dauerte eine Weile, bis er herausfand, was er vermisste. Schon seit einigen Minuten versuchte niemand mehr, ihm irgendetwas zu verkaufen. In Al-Kali bedeutete das vermutlich, dass man tot war. Zusammen mit Konina und Truhe stand er in einer langen, schattigen Gasse, und keine Menschenseele befand sich in der Nähe. In der Ferne hörte er das Summen und Brummen allgemeiner urbaner Geschäftigkeit, aber um ihn herum herrschte erwartungsvolle Stille. »Die Kinder sind weggelaufen«, sagte Konina, »müssen wir mit einem Angriff rechnen?« »Vielleicht. Drei Männer folgen uns über die Dächer.« Rincewind sah nach oben, und im gleichen Augenblick sprangen drei in schwarze Umhänge gekleidete Gestalten vor ihnen auf den Boden. Als er den Kopf drehte, bemerkte er zwei weitere, die hinter einer Ecke hervortraten. Ihre Bewaffnung bestand aus krummen Säbeln. Tücher verbargen die unteren Gesichtshälften, aber Rincewind zweifelte nicht daran, dass die Männer grimmig grinsten. Er klopfte energisch auf Truhes Klappe. »Schnapp sie dir!« schlug er vor. Truhe blieb einige Sekunden lang reglos stehen, setzte sich dann in Bewegung und watschelte zu Konina, bedachte ihn mit einem hämischen und, wie Rincewind in einem Anflug von eifersüchtigem Entsetzen feststellte, auch verlegenen Scharnierblick. »Du, du«, knurrte er und gab ihr einen Tritt. »Du Handtasche!« Er schob sich näher an Konina heran, die nachdenklich lächelte. »Was jetzt?« fragte er. »Willst du ihnen eine schnelle Dauerwelle anbieten?« Die Männer kamen langsam näher, und Rincewind merkte, dass ihre Aufmerksamkeit in erster Linie der jungen Frau galt. »Ich bin nicht bewaffnet,« sagte sie. »Was ist mit deinem legendären Kamm passiert?« »Er liegt irgendwo auf dem Schiff.« »Und die Schere?« Konina schüttelte den Kopf und drehte sich ein wenig zur Seite, damit sie so viele Gegner wie möglich im Auge behalten konnte. »Ich habe zwei Haarklemmen dabei,« sagte sie aus den Mundwinkeln. »Nützen sie was?« »Keine Ahnung.« »Wird sich gleich herausstellen.« »Es ist deine Schuld, dass wir in eine solche Lage geraten sind.« »Beruhige dich.« »Ich glaube, die Burschen wollen uns nur gefangen nehmen.« »Zumindest dich. Wahrscheinlich planen sie dich in ein Zereil mit stählernen Spitzen,« Rincewind erinnerte sich, »dich in einen, äh, äh, Harem mit vielen anderen Frauen zu stecken. Aber was ist mit mir? Wenn ich mich recht entsinne, stand eine Operation auf dem Programm.« Truhe hob und senkte die Klappe, wusste offenbar nicht so recht, was sie von der Sache halten sollte. Einer der Männer streckte vorsichtig sein Schwert aus und berührte Rincewind am verlängerten Rücken. »Hab ich's mir doch gedacht,« sagte Konina, »sie möchten uns irgendwo hinbringen.« Plötzlich knirschte sie mit den Zähnen. »Oh, nein!« »Was ist denn jetzt los?« »Ich kann es nicht.« »Was kannst du nicht?« Konina ließ den Kopf hängen. »Ich kann mich nicht ohne Kampf gefangen nehmen lassen,« hauchte sie bestürzt. »Mindestens tausend barbarische Vorfahren würden mich des Verrats bezichtigen.« »Halte dich an die Ahnen deiner Mutter!« »Ich meine es ernst. Nun, es dauert nicht lange.« Irgendetwas bewegte sich schemenhaft, und der am nächsten stehende Mann sank mit einem leisen Ächzen zu Boden. Unmittelbar darauf stießen Koninas Ellbogen zu und bohrten sich in die Magengruben der Gestalten direkt hinter ihr. Eine Hand raste mit einem leisen Zischen an Rincewinds Ohr vorbei und fällte den vierten Gegner. Der fünfte Mann wollte sich aus dem Staub machen, aber Coens Tochter ließ ihn nicht entkommen. Sie stürzte sich auf den Fliehenden, stieß seinen Kopf an die Mauer. Konina rollte sich von dem Bewusstlosen herunter, schnaufte und strahlte. »Ich gebe es nicht gern zu, aber jetzt fühle ich mich besser,« sagte sie, »obwohl ich es zutiefst bedauere, alle Friseurentraditionen verletzt zu haben.« »Ja,« bestätigte Rincewind ernst, »ich habe mich gefragt, ob du sie ebenfalls gesehen hast.« Konina beobachtete einige Bogenschützen, die an der gegenüberliegenden Wand Aufstellung bezogen hatten. Sie wirkten so gleichgültig wie Leute, die bezahlt wurden, um einen bestimmten Auftrag zu erledigen, und Rincewind befürchtete, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gingen, auch über seine. »Wird Zeit für die Haarklemmen,« sagte er. Konina rührte sich nicht von der Stelle. »Mein Vater wies mich immer wieder darauf hin, wie sinnlos es sei, gegen einen mit gefährlichen Projektilwaffen ausgerüsteten und zahlenmäßig überlegenen Feind anzutreten,« antwortete sie. Rincewind kannte Coens Ausdrucksweise und musterte die junge Frau ungläubig. »Ich schätze, in Wirklichkeit hat er etwa Folgendes gesagt. Versuch nie einem verdammten Stachelschwein den Hals umzudrehen!« Wenn Spelzdinkel an das bevorstehende Frühstück dachte, begann er zu zittern. Er überlegte, ob er mit Krempel sprechen sollte, ahnte jedoch, dass ihm der dicke Zauberer weder zuhören noch glauben würde. Eigentlich fiel es ihm selbst schwer, an der Überzeugung festzuhalten, nicht geträumt zu haben. »Nein, Unsinn. Es war kein Traum, sondern die reale Realität. Um nicht zu sagen, die wirkliche Wirklichkeit. Keine mögliche Möck«, der Quester unterbrach diesen unerquicklichen Gedankengang und schaltete sein mentales Getriebe in den Leerlauf. Wer in diesen Tagen in der Universität wohnte, sah sich mit einigen neuen Problemen konfrontiert. Um nur ein Beispiel zu nennen, das Gebäude, in dem man einschlief, war nicht unbedingt das gleiche, in dem man aufwachte. Die Räume und Zimmer neigten dazu, unternehmungslustig umherzustreifen, die Folge stärker werdender magischer Kraftfelder. Taumaturgische Energie staute sich in dicken, staubigen Teppichen, lud die Zauberer so sehr auf, dass ein kräftiger Händedruck genügte, um gespenstische, okkulte Metamorphosen einzuleiten. Tatsächlich hatte sich bereits so viel Magie angesammelt, dass die Kammern der Universität nicht mehr als Speicher genügten. Wenn nicht bald etwas unternommen wurde, mochten auch gewöhnliche Bürger in der Lage sein, die verschiedensten Dinge zu beschwören, eine schreckliche Vorstellung, fand der Quästor. Aber Spelzdinkel hatte bereits viele schreckliche Vorstellungen und dadurch setzte ein gewisser Gewöhnungsprozess ein, sehr zum Wohl seines Seelenfriedens. Die Schwierigkeiten beschränkten sich nicht nur auf das geografische Muster in der Universität. Der Druck des okkulten Stroms betraf auch die Nahrungsmittel. Wenn man ein Stück leckeren Schweinebratens aufspießte und es zum Mund führte, konnte es sich unterwegs in etwas anderes verwandeln. Wenn man Glück hatte, war es ungenießbar. Wenn man Pech hatte, erwies es sich zwar als essbar, stimulierte jedoch nur selten den individuellen Appetit. Gelegentlich traf man entsprechende Feststellungen, bevor das Etwas die Zunge berührte, aber in besonders schlimmen Fällen rang man sich erst dann zu einer fürs Geschmacksempfinden wichtigen Erkenntnis durch, wenn die ersten Bissen den Magen erreichten und versuchten, durch die Speiseröhre zurückzuklettern. Spelzdinkel fand den Knaben Münze in einem Zimmer, das noch vor wenigen Stunden ein Besenschrank gewesen war. Natürlich bot die Kammer nun mehr Platz. Der Quästor suchte nach angemessenen Vergleichen, musste jedoch aufgeben, weil er keine Flugzeughangars kannte. Vermutlich wäre ihm eine solche Metapher ohnehin recht schwer gefallen, denn es gab nur wenige Flugzeughangars mit weißem Marmorboden und vielen Statuen. Zwei Besen und ein kleiner verbeulter Eimer standen in der Ecke, wirkten jedoch nicht annähernd so fehl am Platz wie die gesplitterten Tische aus dem früheren großen Saal. Aufgrund der ungehindert umherschwappenden magischen Gezeiten schwebten sie nun hoch über dem natürlich aus Marmor bestehenden Boden und waren auf die Größe einer kleinen Telefonzelle geschrumpft. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass in Spelzdinkels innerem Synonymwörterbuch auch ein solcher Begriff fehlte. Vorsichtig betrat der Quästor den großen Raum und gesellte sich den anderen Zauberern hinzu. Magische Macht verlieh der Luft eine etwas schmierige Qualität. »Du wirst mir nicht glauben, was ich gestern Abend...«, begann er. »Sei still!«, zischte Krempel. »Dies ist wahrhaft erstaunlich.« Münze saß auf seinem Stuhl genau in der Mitte des kreisförmigen taumaturgischen Rates. Die eine Hand war um den schwarzen Zauberstab geschlossen und in der anderen hielt er einen kleinen, eiförmigen, weißen Gegenstand. Die Konturen erschienen irgendwie verschwommen. Spelzdinkel sah genauer hin und gewann den sonderbaren Eindruck, dass es sich nicht um ein kleines Objekt handelte, das man aus der Nähe betrachtete, sondern ein riesiges Etwas, von dem ihn viele Meilen trennten. Trotzdem ruhte es zwischen den Fingern des Jungen. »Was macht er da?«, flüsterte der Quästor. »Ich weiß es nicht genau«, murmelte Krempel. »Wir glauben, er schafft gerade ein neues Heim für die Magie, für die kreative Magie, um ganz genau zu sein.« Buntes Licht flackerte über den undeutlichen ovoidischen Körper, wie die Blitze eines fernen Gewitters. In dem unsteten Schimmern sah das konzentrierte Gesicht des Knaben wie eine fratzenhafte Maske aus. »Ich bezweifle, ob wir alle dort drin Platz haben«, sagte Spelzdinkel. »Krempel, gestern Abend sah ich...« »Es ist vollbracht«, verkündete Münze. Er hob das Ei, das daraufhin von innen heraus erglühte und winzige Vorsprünge entwickelte. Es schien nicht nur sehr weit entfernt, sondern auch außergewöhnlich schwer zu sein, glaubte Spelzdinkel. Für sein Gewicht mussten ganz neue Maßeinheiten gefunden werden. Es durchbrach alle Barrieren, die sich in Kilogramm und Tonnen messen ließen, gehörte zu jener negativen Sphäre, in der das Vakuum aus Bleibe stand. Erneut zupfte der Quästor an Krempels Ärmel. »Hör mir zu! Es ist wichtig, weißt du, gestern Abend...« »Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du darauf verzichten würdest, mich dauernd abzulenken.« »Der Stab! Es geht um den Stab! Er ist kein normaler...« Münze stand auf und zeigte mit seinem Stab zur Wand, in der sich sofort eine Tür bildete. Der Junge ging nach draußen, und die Zauberer wechselten verblüffte Blicke. Der kreative Magus durchschritt den Garten des Erzkanzlers, und die Zauberer folgten ihm wie der Schweif eines Kometen. Er blieb erst stehen, als er das Ufer des Ank erreichte. Dort erhoben sich einige altehrwürdige Weiden, und der Fluss strömte, oder glitt, in einem weiten, hufeisenförmigen Bogen dahin. Molche tummelten sich auf der kleinen Wiese, die irgendein Optimist des Zauberers Lustgarten genannt hatte. An lauen Sommerabenden, wenn der Wind nicht vom Ank her wehte, eignete sich der Ort für einen gemütlichen Spaziergang. Es hing noch immer warmer, silbriger Dunst über der Stadt, als Münze durch das feuchte Gras wanderte, bis er die Mitte der Wiese erreichte. Dort holte er aus und warf das Ei. Es glitzerte und funkelte, als es sich dem Boden entgegenneigte, und mit einem leisen Platschen verschwand es zwischen den grünen Halmen. Der Knabe wandte sich den herbeischnaufenden Zauberern zu. Wart einen sicheren Abstand, riet er ihnen, und bereitet euch darauf vor, so schnell zu laufen, wie noch nie zuvor in eurem Leben. Er hob den aus schwarzem Oktiron bestehenden Stab und deutete damit auf das Ei. Oktarines Licht gleiste, zuckte fort und traf den Gegenstand. Blaue und purpurne Funken stoben. Stille herrschte. Mehr als zehn Zauberer beobachteten das Ei erwartungsvoll. Eine leichte Brise bewegte die langen Zweige der Weiden auf keineswegs mysteriöse Art. Ansonsten geschah nichts. Äh, begann Spelzdinkel. Dann erzitterte der Boden. Einige Blätter fielen von Zweigen und Ästen. Ein Wasservogel krächzte überrascht, stieg auf und flog hastig davon. Ein seltsames Geräusch erklang. Es begann als dumpfes Stöhnen, das man nicht hörte, sondern eher spürte, als wüchsen den Füßen Ohren. Der Schlamm in unmittelbarer Nähe des Eis brodelte und explodierte. Die Erde brach einer dünnen Zitronenschale gleich auf. Heißer Matsch spritzte auf einige Zauberer herab, die sich hinter Baumstämme duckten. Nur Münze, Spelzdinkel und Krempel blieben stehen und beobachteten das funkelnde weiße Gebäude, das sich unter der Wiese hervorschob, Grasbüschel und Lehmbrocken abschüttelte. Hinter den Magiern ragten Türme empor, Strebefeiler wuchsen durch die Luft, um sie miteinander zu verbinden. Der Quästor wimmerte leise, als die weiche Masse unter seinen Füßen nachgab und silbrigen Fliesen wich. Er bebte am ganzen Leib, während der Untergrund mit langsamer Unerbittlichkeit anstieg und ihn zusammen mit Krempel und Münze weit über die Baumwipfel hinaus in die Höhe trug. Die Dächer der Universität blieben unter ihnen zurück. Ankh-Morpork schrumpfte zusammen, und der Fluss wandte sich als kleine Schlange durch eine Ebene, die kaum mehr war als ein Fleck. Es rauschte und dröhnte in Spelzdinkels Ohren, als das magische Bauwerk an den Wolken kratzte und sich noch weiter emporregte. Der Quästor fühlte kühle Nässe und kurze Zeit später blendete ihn helles Licht. Benommen starrte er auf faseriges Weiß und beobachtete andere Türme. Sie durchstießen die Wolkendecke und glänzten im ungetrügten Sonnenschein. Krempel ging unbeholfen in die Knie, betastete den Boden vorsichtig und bedeutete Spelzdinkel seinem Beispiel zu folgen. Der Quästor berührte eine verblüffend glatte Substanz. Das Material fühlte sich an wie warmes Eis und sah aus wie Elfenbein. Es war nicht durchsichtig, er weckte jedoch den Eindruck, als strebe es eine solche Eigenschaft an. Spelzdinkel hatte das sonderbare Gefühl, dass er nur die Augen zu schließen brauchte, um den Boden überhaupt nicht mehr zu spüren. Schließlich begegnete er Krempels Blick. »Sieh mich nicht so an«, sagte er, »ich weiß auch nicht, was es ist.« Sie musterten den Jungen. »Es ist Magie«, erklärte Münze. »Ja, Herr«, erwiderte Krempel behutsam, »aber woraus besteht dieses ... etwas?« »Aus Magie, aus purer, erstarrter, geronnener Magie, die von Sekunde zu Sekunde erneuert wird. Könnt ihr euch ein besseres Baumaterial für unser neues Heim vorstellen?« Der Stab erglühte, schmolz die Wolken. Unter ihnen erschien die Scheibenwelt, und aus dieser Höhe betrachtet, erwies sie sich tatsächlich als eine Scheibe. Cordy Celesti, der zehnmeilenhohe Berg, auf dem die Götter wohnten, nagelte sie an den Himmel. Spelzdinkel beobachtete das runde Meer. Es schien so nahe zu sein, dass er hineinspringen konnte. Perspektivische Verzerrung krümmte die Konturen des großen Kontinents klatsch, und der weite Wasserfall am Rand bot sich als glitzernde Wölbung dar. »Es ist zu groß«, brachte Spelzdinkel hervor. Seine bisherige Welt hatte sich nur bis zu den Toren im Außenwall der Universität erstreckt, und damit gab er sich vollauf zufrieden. Eine solche Welt blieb überschaubar. Aber jetzt befand er sich ungefähr tausend Meter über seiner vertrauten Heimat und stand auf einer Substanz, deren Existenz alle ehrbaren Physiker geleugnet hätten. Dieser Gedanke schockierte ihn. Er war Zauberer und dachte besorgt, an Magie. Bedächtig schob er sich in Richtung Krempel zurück, der gerade sagte, »Eigentlich habe ich mir die Scheibenwelt anders vorgestellt.« »Hm?« »Von hier oben aus wirkt sie wesentlich kleiner, oder?« »Nun, ich weiß nicht. Hör zu, ich muss dir was erzählen.« »Sieh dir die Spitzhornberge an. Es hat den Anschein, als brauche man nur die Hand auszustrecken, auszustrecken, um sie zu berühren.« Ihre Blicke reichten über zweitausend Kilometer hinweg und glitten an zerklüfteten, an einigen Stellen vereisten und schneebedeckten Hängen entlang. Wenn man mittwärts durch die entlegenen Täler der Spitzhornberge reist, so heißt es, gelangt man früher oder später ins gefrorene Land unter Cori Celesti, die geheime Domäne der Eisriesen. Angeblich sind sie dort seit ihrem letzten Kampf mit den Göttern gefangen. Als sie die Welt regierten, ragten die Berggipfel als Inseln aus einem weiten Eismeer und noch immer herrschte urzeitliche Kälte auf ihnen. Münze lächelte sein goldenes Lächeln. »Was hast du gesagt, Krempel?« fragte er. »Es liegt an der klaren Luft, Herr. Dadurch scheinen die Berge ganz nahe zu sein. Ich sagte eben, man könne sie fast berühren, indem man nur...« Krempel brach ab, als der Knabe winkte. Münze hob eine schmale Hand und rollte den Ärmel hoch, um zu zeigen, dass er auf irgendwelche Tricks verzichtete. Er streckte die Hand aus und schloss die Finger um eine weiche, weiße und kalte Masse. Die beiden Zauberer beobachteten verblüfft, wie Schnee schmolz und eine kleine Lache auf dem Boden bildete. Münze lachte. »Überrascht euch das so sehr?« fragte er. »Soll ich Perlen vom randwärtigen Krull oder Sand aus dem großen Neff holen? Ist eure Zauberei zu ähnlichen Leistungen imstande?« Spelzdinkel glaubte plötzlich in der Stimme des Jungen eine sonderbare stählerne Härte zu vernehmen. Erneut fühlte er Münzes unerbittlichen Blick auf sich ruhen. Schließlich seufzte Krempel. »Nein«, erwiderte er leise. »Mein ganzes Leben lang habe ich nach Magie gesucht und nur bunte Lichter, taumaturgischen Firlefanz und alte, staubige Bücher gefunden. Zauberei hat nichts für die Welt geleistet.« »Und wenn ich euch sage, dass ich beabsichtige, die einzelnen magischen Orden aufzulösen und die Universität zu schließen?« »Meine Berater bekommen natürlich einen angemessen hohen Status.« Krempels Lippen zitterten, doch er zuckte nur mit den Schultern. »Was soll ich darauf antworten?« brachte er mühsam hervor. »Was nützt eine Kerze am hellen Mittag?« Münze wandte sich an Spelzdinkel und der Stab drehte sich ebenfalls. Die filigranen Symbole im schwarzen Metall schienen ihn kühl zu mustern. Eins von ihnen, im Bereich der Spitze, wies gespenstische Ähnlichkeit mit einer Augenbraue auf. »Du bist sehr schweigsam, Spelzdinkel. Stimmst du mir nicht zu?« »Nein.« Einst hatte die Welt kreative Magie und tauschte sie gegen Zauberei ein. »Die Zauberei gebührt dem Menschen, während kreative Magie allein den Göttern zusteht. Sie ist nicht für uns bestimmt. Irgendetwas mit ihr war nicht in Ordnung und leider haben wir vergessen, warum wir die Finger davonlassen sollten. Mir gefiel die Zauberei. Sie verursachte kein Chaos. Sie passte sich der Struktur unserer Welt an. Sie fügte sich ein. Man konnte gelassen bleiben und in aller Ruhe einen Sherry trinken. Mein Ehrgeiz beschränkte sich nur darauf, Zauberer zu sein und vielleicht auch Erzkanzler.« Er starrte auf seine Füße herab. »Doch«, flüsterte er, »ich bin ganz deiner Meinung.« »Gut«, sagte Münze zufrieden. Er schlenderte über geronnene Magie und blickte auf die Straßenkarte Ankh-Morporks herab. Der Kunstturm war ein winziger Ehrzacken in der Tiefe. »Ich glaube«, begann er, »ich glaube, die Ernennungszeremonie wird in der nächsten Woche stattfinden, bei Vollmond.« »Äh, bis zum nächsten Vollmond dauert es noch drei Wochen«, wandte Krempel ein. »In der kommenden Woche«, wiederholte der Knabe, »wenn ich in der kommenden Woche einen Vollmond verlange, bekomme ich ihn auch.« Er sah weiterhin nach unten, betrachtete die kleinen, modellartigen Gebäude der Universität und kniff die Augen zusammen. »Was ist das?« fragte er und senkte den Zeigefinger. Krempel reckte den Hals. »Äh, die Bibliothek, ja, es ist die Bibliothek, äh.« Krempel empfand die Stille als so bedrückend, dass er glaubte, man erwarte weitere Bemerkungen von ihm. Alles war besser, als eine solche Lautlosigkeit. »Dort werden die magischen Bücher aufbewahrt, weißt du? Insgesamt neunzig Tausend, nicht wahr, Spelzdinkel?« »Hm, oh ja, ungefähr neunzig Tausend, hab ich gehört.« Münze stützte sich auf seinen Stab und schnitt eine Grimasse. »Verbrennt sie«, sagte er. »Alle.« Mitternacht stolzierte dunkel durch die Korridore der unsichtbaren Universität, als Spelzdinkel weitaus weniger selbstbewusst an stummen Mauern vorbeischlich und sich der nach wie vor geschlossenen Tür der Bibliothek näherte. Er klopfte an und das leise Pochen halte so laut durchs Gebäude, das sich der alte Zauberer unwillkürlich duckte und darauf wartete, von der Finsternis erwürgt zu werden. Nach einer Weile hörte er ein leises Kratzen und Schaben. Möbel wurden beiseite geschoben. »Hm? Ich bin's. Hm? Spelzdinkel. Du musst verschwinden. Der Junge will die Bibliothek niederbrennen.« Der Bibliothekar gab keine Antwort. Spelzdinkel sank auf die Knie. »Er schreckt vor nichts zurück«, raunte er. »Wahrscheinlich zwingt er mich, das Feuer zu legen. Es ist der Stab, weißt du? Er weiß alles. Ich meine wirklich alles. Er weiß auch, dass ich von ihm weiß und bitte hilf mir.« »Hm?« Gestern Abend habe ich einen Blick in das Zimmer des Knaben geworfen. Der starb. Er glühte und stand in der Mitte des Raums wie ein Fanal und Münze lag auf dem Bett und schluchzte. Ich konnte spüren, wie der Stab zu ihm sprach, wie er ihn lehrte, ihm schreckliche Dinge zuflüsterte und dann bemerkte er mich. Du musst mir helfen, du bist der Einzige, der nicht unter dem Bann. Spelzdinkel unterbrach sich abrupt. Ganz langsam und gegen seinen Willen wandte er sich um. Irgendetwas drehte seinen Kopf. Er wusste, dass sich außer ihm niemand in der Universität aufhielt. Die Zauberer waren alle in den neuen Turm umgezogen, wo selbst die Studenten des ersten taumaturgischen Semesters in Unterkünften wohnten, wie sie bisher nur erfahrenen Senior-Magiern zur Verfügung gestanden hatten. Der Stab schwebte einige Meter entfernt in der Luft und glühte in einem oktarinen Schein. Der Quästor stand vorsichtig auf und kehrte den Rücken einer beruhigend massiven Steinwand zu, während er das grässliche Ding im Auge behielt. Zögernd schob er sich an der Mauer entlang, bis er das Ende des Korridors erreichte. An der Ecke verharrte er kurz und merkte, dass ihm der Stab nicht folgte. Aber er drehte sich langsam, um ihn weiterhin zu beobachten. Spelzdinkel gab einen gedämpften, entsetzten Schrei von sich, hob den Saum seines Umhangs und lief los, woraufhin sich der Stab direkt vor ihm befand. Ruckartig blieb er stehen, das heißt, er wollte ruckartig stehen bleiben, aber aufgrund so rätselhafter Dinge wie Trägheitsmoment und Masse rutschten seine Füße noch einen Meter weiter und rang schnaufend nach Atem. Du jagst mir keine Angst ein, log er, wirbelte um die eigene Achse und marschierte in eine andere Richtung davon. mit weißen Flammen zu beschwören, nur ein mattes oktarines Schimmern wies auf ihren magischen Ursprung hin. Einmal mehr schwebte der Stab vor ihm und saugte das Licht der Fackel an. Der flackernde Schein beschrieb einen kurzen Bogen und verschwand in einem Blitz, den ein leises Plopp begleitete. Spelzdinkel wartete und seine geblendeten Augen tränten. Er blinzelte furchtsam, Knaben noch immer präsent war, so schien er nicht geneigt zu sein, irgendetwas gegen den Quästor zu unternehmen. Als das Gleißen neuerlicher Dunkelheit wich, entdeckte Spelzdinkel einen völlig lichtlosen und überraschend regelmäßig geformten Schatten in der Schwärze. Die Küchentreppe. Er sprang darauf zu, hastete Stufen hinab, die er nur erahnte, verlor den Halt, stürzte und fiel entfilterte durch ein fernes Gitter und Spelzdinkel wusste, dass irgendwo weiter oben eine Pforte existierte, die nach draußen führte. Er stemmte sich in die Höhe, verfluchte das Stechen in den Fußknöcheln und begann mit der langen Wanderung über einen endlosen dunklen Boden. Jeder keuchende Atemzug strich mit einem lauten Zischen über die Trommelfelle, so als stecke sein Kopf in einer großen Muschel. Irgendetwas klirrte und klapperte. Natürlich gab es in der Universität keine Ratten mehr, aber seit einiger Zeit wurde die Küche nicht mehr benutzt. Die Universitätsköche galten als beste gastronomische Künstler auf der ganzen Scheibenwelt, aber sie mussten sich nach neuen Kunden umsehen, denn inzwischen konnte jeder Zauberer nach belieben Mahlzeiten herbei beschwören, die selbst kühnste kulinarische Wünsche erfüllten. Die großen Kupfertöpfe hingen traurig an der Wand und setzten bereits Grünspan an, und in dem großen Ofen träumte melancholische Asche von herrlich lodernden Feuern. Der Stab lag quer vor der Hintertür und bildete einen improvisierten Riegel. Er richtete sich auf, als Spelddinkel heranwankte, glitt einige Meter über den Fliesen durch leere Luft und erstrahlte in gemeiner Boshaftigkeit. Langsam näherte er sich dem Zauberer. Der Quästor wich zurück und rutschte auf schmierigen Steinen aus. Er schrie auf, als ihn etwas an den Waden berührte, doch seine zitternde Hand ertastete nur den Block, der zum Zerhacken von Brennholz diente. Die Finger krochen weiter, strichen über rissiges Holz und berührten ein Beil, Dessen Klinge tief in der harten Masse steckte. Spelz Dinkels Überlebenswille schöpfte neue Hoffnung und instinktiv umfasste er den Griff. Er war außer Atem, er fühlte sich in die Enge getrieben, seine Geduld ging zur Neige und er hatte solche Angst, dass er kaum mehr einen klaren Gedanken fassen konnte. Eine überaus gefährliche Mischung. Gefährlich für ihn selbst. Als zerrte er die Axt aus dem Holz, holte mit seiner ganzen Kraft aus und zögerte. Der Zauberer in ihm protestierte gegen die Zerstörung einer derart großen Macht, einer Macht, die sich als Werkzeug einsetzen ließ. Er stellte sich vor, wie der Stab seinen Befehlen gehorchte, wie er schwarzes Oktiron neigte sich und deutete auf ihn. Einige Korridore entfernt stemmte sich ein Affe mit dem Rücken gegen die Tür der Bibliothek und beobachtete blau-weiße Funken, die zischend und fauchend über den Boden glitten. Er hörte das ferne Prasseln purer Magie und vernahm ein Geräusch, das als dumpfes Brummen begann und so schrill endete, dass selbst Wuffel nichts mehr hören konnte. Trotzdem stülpte der Hund die Pfoten über den Kopf. Kurz darauf erklang ein leises Scheppern, so als fiele ein Teil auf steinernen Boden. Die Stille, die auf ein solches Geräusch folgt, ähnelt einer heißen Lawine. Der Bibliothekar griff nach dem Schweigen und hüllte es einem warmen Mantel gleich um seinen zitternden haarigen Leib. Langsam stand er auf und betrachtete die vielen Bücher, jedes einzelne erglühte in einem individuellen okkulten Kraftfeld. Dutzende, Hunderte, Tausende von Sie hatten es ebenfalls gehört. Er spürte ihre Furcht. Einige Sekunden lang stand der Orang-Utan völlig reglos und schließlich traf er eine Entscheidung. Er schlurfte zu seinem Schreibtisch, suchte in den Schubladen und holte einen Bund mit vielen rasselnden Schlüsseln hervor. Dann kehrte er zu den Regalen zurück, blieb stehen und sagte laut und deutlich »Mh«. Die Bücher beugten sich zu ihm vor. Der Bibliothekar genoss nun ihre volle Aufmerksamkeit. »Was ist dies für ein Ort?« fragte Konina. Rincewind sah sich verwundert um. Sie befanden sich noch immer im Herzen von Al-Khali. Deutlich hörten sie das urbane Summen hinter den Mauern. Aber mitten in der großen Stadt hatte jemand eine weite freie Fläche geschaffen, sie mit hohen Wellen abgeschirmt und einen herrlich romantischen Park angelegt, der ebenso natürlich wirkte wie ein Honigkuchenpferd. »Offenbar hat jemand fünf Quadratmeilen der Innenstadt genommen und sie mit Wänden und Türmen umzäunt« erwiderte Rincewind unsicher. »Höchst sonderbar« kommentierte Konina. »Nun, einige der hiesigen Religionen« begann Rincewind »Weißt du, die Leute glauben, nach ihrem Tod könnten sie durch eine Art Garten spazieren. Angeblich erklingt dort überall sphärische Musik und es soll auch jede Menge Fruchtsaft und und Junge hübsche wundervolle Frauen geben« schloss er hastig. Konina beobachtete die grüne Pracht des von hohen Mauern umgegenen Parks, betrachtete Pfauen, verzierte Bögen und leise gluckernde Springbrunnen. Einige zurückhaltende Mädchen standen in der Nähe und musterten sie gleichgültig. Ein verborgenes Orchester spielte komplexe klatschianische Bong-Musik. »Ich bin nicht gestorben«, stellte sie fest. »Ich würde mich bestimmt daran erinnern. Außerdem ist dies nicht meine Vorstellung vom Paradies.« Sie bedachte die jungen Frauen mit einem kritischen Blick. »Ich frage mich, wer sie frisiert.« Eine Schwertspitze berührte sie am verlängerten Rücken und daraufhin setzte sie sich wieder in Bewegung. Zusammen mit Rincewind wanderte sie über einen von bunten Blumen gesäumten Pfad, der zu einem kleinen kuppelförmigen Pavillon führte. In der Nähe wuchsen einige Obstbäume. Konina schnitt eine finstere Grimasse. »Außerdem halte ich nichts von irgendwelchen Fruchtsäften. Davon muss ich dauernd aufstoßen.« Rincewind blieb stumm. Er hatte genug damit zu tun, seine chaotischen Empfindungen zu entwirren. Sie bereiteten ihm erhebliches Unbehagen, denn er fürchtete allmählich zu verlieben. Er war sicher, an allen entsprechenden Symptomen zu leiden, feuchte Handflächen, ein seltsames Brennen in der Magengrube, das Gefühl, als bestehe die Haut auf der Brust aus straff gespannten Gummibändern. Und wenn Konina sprach, gewann er den Eindruck, als striche ihm jemand mit heißem Stahl über den Rücken. Rincewind blickte auf die Truhe herab, die neben ihm Schönen. Du auch? fragte er. Vielleicht lag es nur an einigen Reflexen, die der Sonnenschein auf der zerkratzten Klappe hervorrief, aber für einige Sekunden bemerkte Rincewind ein rötliches Schimmern. Nun, zwischen intelligentem Birnbaumholz und seinem Eigentümer gab es natürlich eine seltsame mental-emotionale Verbindung und Rincewind schüttelte den Kopf, doch der Gedanke kehrte mit sturer Beharrlichkeit zurück und erklärte wenigstens, dass Trua einen großen Teil ihrer Boshaftigkeit verloren hatte. Es kann unmöglich klappen, sagte er. Ich meine, sie ist eine Frau. Du bist nun, du bist, er zögerte, was du auch sein magst. Erinnere dich an deine hölzerne Natur. Eine Beziehung zwischen dir und ihr? Nein, unmöglich. Du kämst ins Gerede, du, er drehte sich um und musterte die schwarz gekleideten Wächter. Was gibt's da zu grinsen? fragte er streng. Truel trippelte zu Konina, folgte ihr in einem so geringen Abstand, dass sie mit der Ferse an ein Scharnier stieß. verschwinde verschwinde zischte sie und gab der kiste einen wuchtigen Tritt. Truel zeichnete sich durch einen eklatanten Mangel an Mimik aus, aber es gelang ihr dennoch schockierte Enttäuschung zum Ausdruck zu bringen. Der Pavillon weiter vorn erwies sich als ein zwiebelförmiges mit glitzernden Edelsteinen geschmücktes etwas, das auf vier Säulen ruhte. Das Innere bestand aus zahllosen Kissen, auf dem ein ziemlich dicker, rund vierzig Jahre alter Mann lag. Drei junge Frauen leisteten ihm Gesellschaft. Er trug einen purpurnen, mit goldenem Zwirn und besonders großen Pailletten geschmückten Umhang. Rincewind hielt unwillkürlich den Atem an, als er dieses überaus exotische Kleidungsstück sah, verglich es mit einer Kreuzung zwischen einigen kleinen Kochtopfdeckeln pervertiertem Garn. Er dachte an die Tempelfresken und schauderte hingebungsvoll. Der Mann schrieb und nach einer Weile hob er den Kopf. Wahrseilich kenn dir keinen guten Rhyme auf Du, oder? fragte er gereizt. Rincewind und Konina wechselten einen kurzen Blick. Im Nu, schlug der Zauberer vor, hab Ruh. Kuh, sagte Konina mit erzwungener Fröhlichkeit. Der dicke Mann zögerte. Kuh gefällt mir, sagte er. Ja, Kuh bietet gewisse Möglichkeiten. Kuh könnte wirklich passen. Übrigens, zieht euch ein Kissen heran und nehmt Platz. Möchtet ihr Fruchtsaft? Warum steht ihr so steif da? Es liegt an den Stricken, sagte Konina. Ich bin gegen kalten Stahl allergisch, fügte Rincewind hinzu. Ach, wie langweilig, stöhnte der Dicke und klatschte in die Hände. An den wurstartigen Fingern steckten so viele Ringe, dass es laut rasselte und klirrte. Sofort traten zwei Wächter vor, durchschnitten die Fesseln und verschwanden zusammen mit ihren Gefährten. Rincewind sah sich misstrauisch um und erahnte Dutzende von neugierigen und argwöhnischen Augenpaaren, die sich im nahen Dickicht verbargen. Zwar schienen er und Konina nun mit dem Mann allein zu sein, aber der Überlebensinstinkt warnte ihn vor einem aggressiven Verhalten und meinte, dadurch könne sich dieser Bereich des Parkes in einen außerordentlich unangenehmen und schmerzvollen Ort verwandeln. Er versuchte Ruhe und ein möglichst hohes Maß an Freundlichkeit auszustrahlen. Rasch blätterte er in seinem psychischen Wörterbuch und sah unter Höflichkeit nach. Nun, brachte er schließlich hervor, während er Brokatvorhänge, mit Rubinen besetzte Säulen und Kissen aus kostbarem Samt betrachtete, du hast dich recht hübsch eingerichtet, dein Heim wirkt wie Er bemühte seine deskriptive Fantasie wie ein wundervolles Wunder. Man bemüht sich um Schlichtheit, seufzte der Mann, während sein Federkiel emsig übers Papier kratzte. Warum seid ihr hier? Oh, er versteht mich bitte nicht falsch. Selbstverständlich ist es mir eine Freude, Musenkollegen kennenzulernen, die sich ebenfalls der so anspruchsvollen poetischen Kunst widmen. Man brachte uns hierher, antwortete Konina. Einige Männer mit Schwertern, sagte Rincewind. Liebe Freunde, die Wächter schwingen ihre Schwerter nur, um in Übung zu bleiben. Greift zu. Er wandte sich an eins der Mädchen und schnippte mit den Fingern. Vielleicht später, murmelte Rincewind bestürzt, aber die junge Frau griff nach einem Tablett mit goldbraunen Stäbchen und bot es ihm an. Er probierte eins und hob überrascht die Brauen. Das Ding war knusprig und schmeckte fast so süß wie Honig. Er nahm zwei weitere. Entschuldige Bitte, sagte Konina, aber wer bist du und wo sind wir hier? Ich bin Krösus, Serif von Alkali, erwiderte der Dicke, und dies ist meine Wildnis. Man gibt sich Mühe. Rincewind verschluckte sich fast. Doch nicht etwa der Krösus aus so reich wie Krösus? fragte er. Wahrscheinlich meinst du meinen lieben Vater. Ich bin noch reicher. Tja, wenn man viel Geld hat, fällt es einem schwer, Schlichtheit zu erreichen. Man gibt sich Mühe, er seufzte. Vielleicht solltest du deine Besitztümer verschenken? schlug Konina vor. Der Serif seufzte erneut. Das ist nicht so leicht, wie du glaubst. Man muss eben versuchen, mit viel wenig anzustreben. Einen Augenblick, warf Rinswind ein und spürte vertraute Verwirrung. Er schluckte eine klebrige Masse. Es heißt, ich meine, man behauptet, eine Berührung von dir genüge, um irgendwelche Gegenstände in Gold zu verwandeln. Wodurch der Aufenthalt im Klo mit einigen Schwierigkeiten verbunden wäre, erklärte Konina heiter. Man hört solche Geschichten über sich, sagte Krösus und ignorierte die letzte Bemerkung taktvoll. Wie langweilig, als ob Geld oder Gold wichtig sei. Wahre Reichtum liegt in den Schatzkammern der Literatur. Der Krösus, von dem ich hörte, galt als Oberhaupt einer Bande heimtückischer Mörder, verkündete Konina. Er soll die ersten Assassinen angeführt haben, die im mitwärtigen Klatsch einen denkbar schlechten Ruf genossen, womit ich dir keineswegs zu nahe treten möchte. Oh ja, mein lieber Vater, entgegnete Krösus Junior. Die Hashishim, eine tolle Idee, solange man sie auf die Theorie beschränkt. Was die praktische Umsetzung betrifft, kam es zu einigen Problemen. Deshalb nahmen wir gemeine heimtückische in unsere Dienste. Die Hashishim verdankten ihren Namen einem überaus hohen Hashish-Konsum und im Vergleich zu anderen gemeinen und heimtückischen Mördern zeichneten sie sich durch eine einzigartige Eigenschaft aus. Sie waren nicht nur so gefährlich und entschlossen, wie man es von ehrbar unehrenhaften Assassinen erwartet, sondern hatten auch Humor. Häufig kicherten sie ohne ersichtlichen Anlass, betrachteten schmunzelnd die Licht- und Schattenmuster auf den Klingen ihrer langen lachen. Und in extremen rollten sie durchs Gras und lachten schallend. Ah, machte Konina und nickte, vermutlich Angehörige einer religiösen Sekte. Krösus musterte sie einige Sekunden lang. Nein, sagte er langsam, das glaube ich eigentlich nicht. Wir nannten sie so, weil sie gemein und heimtückisch waren, sogar regelrecht hinterhältig. Ergriff nach dem langen Pergament, das er beschrieben hatte. Ich ziehe geistiges Leben vor und aus diesem Grund habe ich das Stadtzentrum in eine Wildnis verwandeln lassen, um in aller Ruhe nachzudenken und literarische Kunst zu schaffen. Man gibt sich Mühe. Darf ich euch mein neuestes Oeuvre vorlesen? Ein Ei? fragte Rinswind, der allmählich die Übersicht verlor. Krösus streckte eine fleischige Hand aus und intonierte. Ein sommerlicher Palast errichtet im Nu. Eine Flasche Wein, ein Leibbrot, geröstetes Lammfleisch mit Zucchini, gebackene Pfauenzungen, Krabben in Zuckerguß, Eis eisgekühlter Fruchtsaft, Gebäck vom Tablett, angeboten vom Du. Oh, ich singe in prächtiger Wildnis, und die Wildnis ist eine... Krösus zögerte und nahm nachdenklich den Federkiel zur Hand. Vielleicht ist Kuh doch nicht so geeignet, wie ich zunächst glaubte, sagte er. Ja, jetzt kommen mir erhebliche Zweifel. Rincewind beobachtete den sorgfältig gepflegten, geradezu manikürten Park, die vielen Statuen und Springbrunnen, die hohen Mauern. Eine der Duos winkte ihm zu. Dies ist eine Wildnis? fragte er. Ich glaube, meine Landschaftsgestalter haben alle notwendigen Einzelheiten berücksichtigt. Sie brauchten eine Ewigkeit für die kleinen Kurven und Windungen der Bäche. Ja, wie ich aus für gewöhnlich gut unterrichteter Quelle erfuhr, zeichnen sich die Wasserläufe durch wilde Pracht und bemerkenswerte natürliche Schönheit aus. Was ist mit Skorpionen? erkundigte sich Rincewind und griff nach einem weiteren Honigstäbchen. Keine Ahnung, sagte der Serif, um ganz ehrlich zu sein, Skorpione, erscheine mir nicht besonders poetisch. Ich halte mich an das Standardwerk für angehende Dichter und ziehe Honig und Heuschrecken vor, obgleich ich noch keinen rechten Geschmack für Insekten entwickelt habe. Ich dachte immer, Bewohner der Wildnis verspeisen nicht Heuschrecken, sondern die Früchte des Heuschrecken Baums, warf Konina ein. Mein Vater meinte, sie seien sehr schmackhaft. Es sind keine Insekten? fragte Krösus. Ich glaube nicht. Der Serif sah Rincewind an und nickte. Iß auch die restlichen Stäbchen, sagte er. Ich konnte mich noch nie dafür erwärmen. Zu knusprig, zu süß. Ich möchte nicht undankbar klingen, Konina sprach lauter, um das asthmatische Keuchen eines Rincewinds zu übertönen, der plötzlich begriff, womit er seinen Magen belastete. Warum hast du uns hierher bringen lassen? Gute Frage. Krösus starrte eine Zeit lang ins Leere und versuchte sich zu erinnern. Du bist eine sehr attraktive junge Frau, sagte er. Du beherrschst nicht zufällig die Zimbel? Wie viele Klingen hat sie? fragte Konina. Schade, murmelte der Serif. Ich habe extra eine importiert. Mein Vater hat mir beigebracht, wie man auf der Mund Harmonika spielt, bot sich Coens Tochter an. Krösus Lippen bewegten sich lautlos, als er die poetische Natur eines solchen Musik Instruments erforschte. Das hilft mir nicht viel, antwortete er nach einer Weile. Auf Mund Harmonika reimt sich kaum etwas. Trotzdem vielen Dank. Erneut bedachte er Konina mit einem nachdenklichen Blick. Ja, ich muss eingestehen, du bist tatsächlich reizend. Hat dir schon jemand gesagt, dass dein Hals wie ein Elfenbeinturm aussieht? Nein, erwiderte die junge Frau. Bedauerlich, murmelte Krösus. Er tastete zwischen den Kissen umher, fand eine kleine Glocke und läutete damit. Einige Minuten verstrichen ereignislos und schließlich trat eine finstere Gestalt hinter dem Pavillon hervor. Der Mann wirkte wie jemand, der sich durch einen Korkenzieher denken konnte, ohne die Gedanken zu krümmen. Das seltsame Funkeln in seinen Augen hätte selbst einen Tiger dazu veranlasst, den Schwanz einzuziehen und sich aus dem Staub zu machen. Es fehlte ein Schild, das mit unübersehbaren Blockbuchstaben Groß Wesier verkündete, aber trotzdem konnte an seiner Identität nicht der geringste Zweifel bestehen. Wenn es darum geht, vertrauensvolle Witwen um die Pension zu betrügen oder furchtsame junge Männer zu erschrecken, sind Groß Visiere unübertrefflich. Bei einem visuellen Ringkampf mit einer bösartigen und hungrigen Kobra erringen solche Leute mühelos den Sieg. Durchtriebenheit ist bei ihnen die größte aller Tugenden, ehrliche Aufrichtigkeit die grässlichste aller Sünden. Er trug einen Turban, aus dem die Spitze eines bunten Huts ragte, und natürlich hatte er einen langen, dünnen Schnurrbart. Ah, Abrim, sagte Krösus. Euer Hoheit? Mein Gruß Vizir, stellte der Serif vor. Das dachte ich mir. Rince Wind. Unsere beiden Gäste, warum haben wir sie hierher bringen lassen? Der Groß Vizir zupfte an seinem Bart und wirkte wie ein Bankier, der gerade die Zinsen erhöhte, auf über hundert Prozent, pro Tag. Der Hut, Euer Hoheit, sagte er. Der Hut, erinnert ihr euch nicht mehr? Oh, der Hut, ja natürlich. Wohin haben wir ihn gelegt? Einen Augenblick, Rincewind räusperte sich. Geht es zufälligerweise um einen großen und recht alten Hut, der mit verschiedenen Dingen geschmückt ist, mit Spitzen und diversem Zeug und erzögerte, es hat ihn doch niemand aufgesetzt, oder? Er warnte uns ausdrücklich davor, sagte Krösus, woraufhin Abrim ein vorsichtiges Experiment durchführte. Der daran beteiligte Sklave klagte später über Kopfschmerzen. Der Hut wies uns auch auf dein baldiges Eintreffen hin, fügte der Visier hinzu, blickte auf Rincewind hinab und deutete eine Verbeugung an. Deshalb hoffe ich, das heißt, Desirif glaubt, du könntest uns mehr über jenes wundervolle Artefakt erzählen. Es gibt einen speziellen Tonfall, der den Gesprächspartner deutlich darauf hinweist, dass er verhört wird, und in dieser Hinsicht ließ die Stimme des Visiers keinen Platz für Zweifel. Rincewind vernahm eine gewisse Schärfe, die ihm folgende Botschaft übermittelte. Wenn du mir nicht sofort sagst, was es mit dem Hut auf sich hat, binde ich dich auf ein Streckbrett und lege dir Daumenschrauben an, und wenn das nicht genügt, hole ich siedendes Öl, extra scharfe Messer und rot glühendes Brandeisen. Es war die typische Ausdrucksweise von Großvisieren. Wahrscheinlich besuchten sie eine rhetorische Schule, bevor sie mit ersten Verschwörungen und Intrigen begannen. Himmel, ich bin froh, dass ihr ihn gefunden habt, platzte es aus Rincewind heraus. Der Hut ist ... Bitte? Abrim winkte zwei Wächtern zu, die daraufhin einen Schritt vortraten. Ich habe nichts mehr verstanden, nachdem dir die junge Dame den Ellenbogen ans Ohr rammte. Er verneigte sich vor Konina. Ich glaube, du solltest uns jetzt besser zum Hut führen. sagte Kohns Tochter freundlich und gleichzeitig fest. Fünf Minuten später betraten sie eine der vielen Schatzkammern des Serifen. Der Hut lag auf einem Tisch und sagte Na endlich! Was hat euch so lange aufgehalten? Während Rincewind und Konina Gefahr laufen, den Plänen eines verschlagenen Großvisiers zum Opfer zu fallen, während Münze vor die versammelten Zauberer tritt, die meisten ducken sich und über Verrat spricht, während die Scheibenwelt unter dem Beginn einer magischen Diktatur ächzt, während all dies geschieht, erlaubt sich der Autor auf die Problematik von Poesie und Inspiration hinzuweisen. Um nur ein Beispiel zu nennen, der Serif sitzt nach wie vor in seiner von geschickten Gärtnern angelegten Wildnis, blättert in einem dicken Buch, das er selbst verfasst hat, und liest ein Gedicht, das mit folgenden Worten beginnt. Auf die Beine, denn aus des Morgens Tasse fiel gerade ein Löffel, der verscheuchte alle Sterne, die ich so sehr hasse. Krösus seufzt kummervoll und stellt sich der bitteren Erkenntnis, dass die erhabenen Wortgebilde seiner Fantasie auf dem Papier der Realität nicht ganz den Sinn ergeben, der ihm vorschwebt. Es muss bezweifelt werden, ob sie jemals seinem Willen gehorchen. Traurigerweise gehören solche Erfahrungen zum allgemeinen Erlebnisgut der Welt. Es ist eine in allen Dimensionen des Multiversums anerkannte Tatsache, dass wahrhaft großartige Leistungen durch einen Augenblick der Inspiration ermöglicht werden. Natürlich muss man zunächst eine Menge Vorarbeit leisten, doch manchmal springt Quantität in Qualität um, wenn man einen fallenden Apfel sieht, das Pfeifen eines Kessels hört oder beobachtet, wie Wasser über den Rand der Badewanne läuft. Dann macht es plötzlich Klick im Kopf des Beobachters und aus Myriaden mentaler Mosaiksteine – so heißt es in wissenschaftlichen Kreisen – verdankt ihre Entdeckung dem Anblick einer Wendeltreppe, als das Bewusstsein des entsprechenden Forschers gerade die richtige ideelle Temperatur hatte. Was wäre geschehen, wenn er stattdessen einen Lift benutzt hätte? Nun, in dem Fall hielte die Genetik sicher einige Überraschungen bereit. Die Forschungsarbeiten kämen vermutlich ein ganzes Stück schneller voran, wären jedoch darauf beschränkt, höchstens 14 so etwas sei wunderbar. Sie irren sich. Es ist tragisch. Ständig rasen kleine Inspirationspartikel durchs All, durchdringen dichte Materie ebenso mühelos wie Neutrinos einen großen Haufen aus Zuckerwatte. Und die meisten von ihnen verfehlen das Ziel. Schlimmer noch, viele von ihnen treffen genau den richtigen Bereich im falschen Gehirn. Auch hier soll ein Beispiel genannt werden, Der seltsame Traum von einem bleiernden Pfannkuchen, der an einem 1500 Meter hohen Gerüst hängt, hätte als Katalysator für die Erfindung der repressiv- gravitationellen Erzeugung von Elektrizität dienen können. Damit stünde unbegrenzte und völlig saubere Energie zur Verfügung. Die Bewohner der betreffenden Welt wünschten sich so etwas schon seit Jahrhunderten und als die Wissenschaftler immer nur hilflos mit den Achseln zuckten, wurden sie gekündigt und mussten sich ihren Lebensunterhalt als akademische Straßenfeger verdienen. Sie waren nicht sehr glücklich darüber und entwickelten automatische Reinigungsmaschinen, vergaßen jedoch unter der programmtechnischen Rubrik kein Schmutz den Begriff Städte zu verzeichnen. Leider entstand diese Idee im eher wagen Denken einer verwirrten Ente. Oder man nehme eine Herde weißer Pferde, die über eine Wiese mit wilden Hyazinthen galoppiert. Ein begabter Komponist hätte diese Szene sicher genutzt, um das berühmte Werk Suite der fliegenden Götter zu verfassen. Musikalischer Trost und Balsam für Millionen von Seelen. Aber leider lag der Künstler mit Grippe im Bett und deshalb traf das Inspirationspartikel einen nahen Frosch, der sich außerstande sah, abgesehen von einem lauten Quark, andere wichtige Beiträge zur akustischen Poesie zu leisten. Viele Zivilisationen sind auf diese schockierende Verschwendung aufmerksam geworden und haben verschiedene Techniken entwickelt, um Abhilfe zu schaffen. Bei den meisten geht es um ebenso illegale wie vergnügliche Methoden, das Bewusstsein mit exotischen Kräutern und verschiedenen Hefeprodukten auf die richtige Wellenlänge zu justieren. Leider klappt es nicht ganz. Krösus hoffte auf eine Inspiration für Gedichte über Leben und Philosophie, wollte irgendwie zum Ausdruck bringen, dass die Realität weitaus hübscher und interessanter wirkte, wenn man sie durch den Boden eines Weinglases betrachtete. Es ist wirklich schade, dass er vergeblich hoffte, denn seine poetischen Fähigkeiten reichten nicht einmal an die einer Hyäne heran. Es bleibt rätselhaft, warum die Götter so etwas zulassen. Nun, der für eine solche Erklärung notwendige Inspirationsfunke hat zwar die Scheibenwelt erreicht, doch er ließ sich im Gehirn einer kleinen weiblichen Blaumeise nieder, die mit der Botschaft nicht viel anfangen konnte und sie in ein fröhliches Zwitschern übersetzte. Ein sonderbarer Zufall wollte es, dass ein in der Nähe wohnender Philosoph, der dem gleichen Problem einige schlaflose Nächte gewidmet hatte, plötzlich auf den Gedanken kam, den Bedürfnissen von Blaumeisen angemessene Vogelhäuser zu bauen. Solche Dinge grenzen an Magie und damit sind wir wieder beim Thema. Irgendwo in den dunklen Schluchten des interstellaren Alls war ein einzelnes Inspirationspartikel unterwegs und ahnte glücklicherweise nichts von seinem Schicksal. Es bestand nämlich darin, in einigen Stunden eine bestimmte Stelle in Rincewinds Kopf zu treffen. Es wäre schon schwierig genug gewesen, wenn Rincewind einen normal großen Kreativitätsknoten besessen hätte, doch dieses bestimmte Teilchen aus komprimierter Idee sah sich mit der außerordentlich problematischen Aufgabe konfrontiert, über viele hundert Lichtjahre hinweg ein Ziel von den Ausmaßen einer kleinen Rosine anzuvisieren. In einem großen Universum ist das Leben für subatomare Partikel nicht unbedingt leicht. Aber wenn es wirklich trifft, offenbart sich Rincewind eine wichtige philosophische Erkenntnis. Falls nicht, wird irgendein in der Nähe befindlicher Backstein zu einer bedeutenden Einsicht gelangen, mit der er allerdings überhaupt nichts anfangen kann. Der Palast des Serif, die Legende nannte ihn Roxy, nahm den Teil der Stadtmitte von Alkali ein, den die Wildnis unbeansprucht ließ. Viele Dinge, die mit Krösus in Zusammenhang standen, fanden ihren Niederschlag in der Mythologie. Der Palast wies Hunderte von Torbögen, Kuppeln und Säulen auf, stand darüber hinaus in dem Ruf, in mehr Zimmer und Kammern unterteilt zu sein, als selbst der beste Mathematiker zählen konnte. Rincewind gab bei sieben auf, und daher wusste er nicht, in welcher Nummer er sich befand. Er enthält Magie, nicht wahr? fragte Abrim, deutete auf die Kopfbedeckung des Erzkanzlers und stieß Rincewind in die Rippen. Du bist ein Zauberer, sagte er. Sag mir, was es damit auf sich hat. Woher willst du wissen, dass ich Zauberer bin? erwiderte Rincewind verzweifelt. Es steht auf deinem Hut geschrieben, sagte der Großvisier. Oh, und du hast ihn auch auf dem Schiff getragen. Meine Männer haben dich gesehen. Der Serif nimmt auch Sklavenjäger in seine Dienste, warf Kunina scharf ein. Ich hätte mehr Takt von ihm erwartet. Krösus ist recht taktvoll, im Gegensatz zu mir, sagte Abrim. Ich habe die Piraten beauftragt. Immerhin bin ich Großvisier. Ich muss gewissen Erwartungen gerecht werden. Er musterte die junge Frau nachdenklich und nickte dann zwei Wächtern zu. Der gegenwärtige Serif sieht die Welt in erster Linie aus einer literarischen Perspektive, sagte er. Ich vertrete einen anderen Standpunkt. Bringt sie ins Zerreil, befahl er den beiden Soldaten, rollte mit den Augen und seufzte übertrieben. Ich fürchte allerdings, dass dir kein besonders schlimmes Schicksal droht. Wahrscheinlich erwarten dich nur Langeweile und ein Wunder Hals. Abrim wandte sich an Rincewind. Gib keinen Ton von dir, zischte er. Rühr dich nicht von der Stelle. Die Hände bleiben unten, klar? Falls du doch versuchen solltest, irgendwelche Magie zu beschwören. Ich trage viele seltsame und mächtige Amulette, die mich schützen. Hey, einen Augenblick, begann Rincewind. Konina kam ihm zuvor. Schon gut. Ich wollte mich schon immer mal in einem Harem umsehen. Rincewind öffnete und schloss den Mund, ohne dass sich seiner Kehle ein Laut entrang. Schließlich brachte er hervor, im Ernst? Die junge Frau zwinkerte ihm zu, wahrscheinlich eine Art Signal. Rincewind fühlte sich verpflichtet, es zu verstehen, doch in den dunklen Tiefen seines Ichs regten sich seltsam leidenschaftliche Empfindungen. Sie weckten zwar keinen Mut in ihm, aber Zorn. Hinter der Stirn und unter der Hut krempe fand ein Gespräch statt, das hier in wesentlichen Auszügen wiedergegeben werden soll. Hallo. Wer bist du? Dein Gewissen. Ich fühle mich schrecklich. Sieh nur, die Soldaten führen Konina fort. Besser als mich, erwiderte Rincewind, dachte an Operationen und Chirurgenmesser. Unternimm etwas. Gegen so viele Soldaten kann ich nichts ausrichten, sie würden mich töten. Und wenn schon, dein Tod ist nicht das Ende der Welt. Für mich schon, dachte Rincewind grimmig. Stell dir vor, wie stolz du im Jenseits auf dich sein könntest. Halt ich habe genug von mir. Abrim näherte sich Rincewind und beobachtete ihn neugierig. Mit wem sprichst du? fragte er. Ich warne dich, stieß Rincewind zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Ich werde von einer magischen Truhe mit vielen Beinen begleitet und sie fällt gnadenlos über alle meine Feinde her. Ein Wort von mir genügt und ich bin beeindruckt, sagte Abrim. Ist sie unsichtbar? Rincewind drehte langsam den Kopf. Man kann nicht behaupten, Truhe sei nirgends zu sehen. Irgendwo war sie zu sehen, aber leider befand sich der entsprechende Ort nicht in Rincewinds Nähe. Abrim zupfte an seinem Schnurrbart und ging langsam um den Tisch herum, auf dem der Hut des Erzkanzlers lag. Dies ist ein Artefakt der Macht, brummte er. Ich frage dich noch einmal, was hat es damit auf sich? Was vermag es zu leisten? Warum richtest du die Frage nicht direkt an den Hut? entgegnete Rincewind. Weil er es ablehnt, mir Auskunft zu geben. Nun, was möchtest du wissen? Der Großvisier lachte, und es klang nicht sehr freundlich. Es hörte sich an, als sei ihm das Lachen mehrmals geduldig Humor. Du bist Zauberer, sagte er. Zauberei ist magische Macht. Nun, ich habe mich selbst schon mit Magie beschäftigt und glaube, talentiert zu sein. Abrim straffte seine Gestalt. Oh ja, aber man wies mich an der Universität ab. Es hieß, ich sei geistesgestört, nicht zu fassen, was? Nein, erwiderte Rincewind ehrlich, er konnte es tatsächlich nicht fassen. Die meisten Zauberer der unsichtbaren Universität hatten weitaus mehr Schrauben locker als Abrim. Der Vizier wäre sicher imstande gewesen, die Aufnahmeprüfung mühelos zu bestehen. Er brachte alle notwendigen Voraussetzungen mit. Abrim bedachte ihn mit einem ermutigenden Lächeln. Rincewind warf einen kurzen Blick auf den Hut, der weiterhin schwieg. Dann richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf den Großvisier. Das Lachen war schon gespenstisch genug gewesen, doch wenn man es mit Abrims Lächeln verglich, klang dieses so melodisch wie der Gesang einer Nachtigall. Er schien das Grinsen mit Hilfe von Diagrammen und grafischen Darstellungen gelernt zu haben. Nicht einmal wilde Pferde würden mich dazu bringen, dir in irgendeiner Art und Weise zu helfen, sagte Rincewind. Oh, erwiderte der Großvisier, eine Herausforderung. Er winkte den nächsten Wächter herbei. Haben wir wilde Pferde in den Ställen? Einige sind ziemlich bockig, Herr. Wähl die vier unberechenbarsten Rösse aus und führ sie auf den drehwertigen Hof und bring mehrere Ketten mit. Wie du befiehlst, Herr. Machte Rincewind. Hör mal! Ja? fragte Abrim. Wenn du die Sache so siehst, möchtest du mir etwas sagen? Weißt du, es ist der Hut des Erzkanzlers, platzte es aus Rincewind heraus, das Symbol der Zauberei. Mächtig? Rincewind schauderte. Sehr, erwiderte er. Und der Erzkanzler? Nun, der Erzkanzler ist von uns allen am ältesten. Der älteste Zauberer sozusagen, das Oberhaupt der Universität. Er, was machst du da? Abrim griff nach dem Hut und drehte ihn hin und her. Mit anderen Worten, dies ist das Zeichen des obersten magischen Amtes? Ja, das stimmt, aber nun, wenn du ihn aufsetzen willst, ich sollte dich besser warnen. Sei still! Abrim sprang zurück und ließ den Hut fallen. Der Zauberer hat keine Ahnung, schick ihn fort, lass uns miteinander verhandeln. Der Großvisier starrte auf die schimmernde Oktarine herab. Verhandeln? wiederholte er ungläubig. Mit einem Hut? Ich habe viel zu bieten, wenn ich auf dem richtigen Kopf sitze. Rincewind riss entsetzt Augen und Ohren auf. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass sein Gefahren Instinkt dem gewisser kleiner Nagetiere in nichts nach stand. Der Überlebenswille sprang in seinem Kopf hin und her und suchte verzweifelt nach einer Hintertür. Hör nicht auf ihn, rief er. Setz mich auf, sagte der Hut betörend. Es war eine uralte Stimme und sie klang so, als habe der Sprecher den Mund voller Filz. Wenn es wirklich eine Schule für Groß Visiere gab, hatte Abrim die Ausbildung als Klassenbester abgeschlossen. Zuerst müssen einige Dinge geklärt werden, sagte er, nickte den Wächtern zu und deutete auf Rincewind. Bringt ihn fort und er. Nein, keine Spinnen, jammerte Rincewind. Alles andere, aber bitte keine Spinnen. Ein Offizier trat vor und schlug sich respektvoll mit der Faust an die Stirn. Eine Delle dicht über der Nase deutete auf eine lange Dienstzeit hin. Die Spinnen sind uns gerade ausgegangen, Herr, erwiderte er. Oh, Abrim dachte kurz nach, dann steckt ihn in den Tigerkäfig. Der Wächter zögerte und versuchte Rincewinds lautes Wimmern zu überhören. Der Tiger ist krank, Herr, er hatte die ganze Nacht über Durchfall. Dann werf diesen elenden Feigling in den Schacht des ewigen Feuers. Rincewind sank auf die Knie und über ihm wechselten zwei Soldaten einen kurzen Blick. Du hättest uns vorher Bescheid geben sollen, Herr, dann wäre es uns möglich gewesen, das erloschene Feuer wieder anzuzünden und zu schüren. Der Großvisier hieb mit der Faust auf den Tisch. Plötzlich erhellte sich die Miene des Offiziers unheilvoll. Wir könnten ihn in die Schlangengrube werfen, Herr, sagte er. Die anderen Soldaten nickten. Mit der Schlangengrube war immer alles in bester Ordnung. Was hältst du von Schlangen? fragte einer der Wächter. Rincewind witterte eine letzte Chance. Schlangen? Nun, ich mag sie nicht sehr. Die Schlangengrube, donnerte Abrim. Jawohl, die Schlangengrube, pflichteten ihm die Soldaten bei. Ich meine, manche Schlangen sind ganz in Ordnung, fügte Rincewind hinzu, zum Beispiel die Ungiftigen. Kräftige Hände schlossen sich um seine Arme und zerrten ihn davon. Kurz darauf erlebte er eine Überraschung. Die Grube enthielt nur eine einzige Schlange, die sich an einer schattigen Stelle zusammengerollt hatte und Rincewind argwöhnisch musterte. Vielleicht erinnerte er sie an einen Mungo. Hallo, sagte sie nach einer Weile. Bist du ein Zauberer? Die normale Schlangensprache ist reich an Konsonanten, wobei das S recht häufig verwendet wird, aber diesem Reptil fiel es nicht schwer, auch die Vokale zu formulieren. Rincewind achtete nicht darauf. Er war verzweifelt genug, um keine Zeit zu verlieren und erwiderte schlicht, es steht auf meinem Hut geschrieben, kannst du nicht lesen? Doch, sogar in siebzehn Sprachen, ich habe es mir selbst beigebracht. Ich bin Autodidakt. Tatsächlich? Ich bekam Gelegenheit, an einigen Fernkursen teilzunehmen. Natürlich versuche ich nicht zu lesen, es passt nicht zu meinem Charakter. Kann ich mir vorstellen. Noch nie zuvor hatte Rincewind eine kultiviertere Schlangenstimme gehört. Ich fürchte, mit dem Sprechen verhält es sich ähnlich, fuhr die Schlange fort. Eigentlich sollte ich gar nicht mit dir reden oder wenigstens nicht auf diese Weise. Vielleicht wäre es angebrachter, ein wenig zu zischen. Außerdem vermutlich erwartet man von mir, dass ich dich töte. Ich habe seltsame und ungewöhnliche Fähigkeiten, erwiderte Rincewind. Eigentlich stimmt das sogar, dachte er. Es ist wirklich ungewöhnlich, dass ein Zauberer überhaupt keine Form von Magie beherrscht. Außerdem kann man eine Schlange ruhig anlügen. Donnerwetter, nun, ich nehme an, du bleibst nicht lange hier. Hm? Vermutlich willst du dich nur kurz umsehen und schwebst dann einfach nach oben? Vielleicht, sagte Rincewind vorsichtig. Äh, würde es dir in dem Fall etwas ausmachen, mich mitzunehmen? Wie? Ich weiß, dass ich dich um einen großen Gefallen bitte, aber diese Grube ist nun eine Grube. Sie hat keinen Ausgang, wenn du verstehst, was ich meine. Ich soll dich mitnehmen? Aber du bist eine Schlange und dies ist deine Grube. Eigentlich sollst du hierbleiben und Leute beißen und so. Ich weiß über solche Dinge Bescheid. Hinter dem Reptil wuchs ein Schatten in die Länge und stand auf. Das war eine ziemlich unfreundliche Bemerkung, sagte der Schemen. Selbst Schlangen haben ein Ehrgefühl und können beleidigt sein. Die Gestalt trat ins Licht. Rincewind sah einen jungen Mann, der ihn um ein ganzes Stück überragte. Mit anderen Worten, Rincewind saß natürlich, aber der Bursche wäre selbst dann größer gewesen, wenn er gestanden hätte. Wer behauptete, er sei dürr, ließ eine gute Gelegenheit ungenutzt, das Wort ausgezehrt zu verwenden. Der Junge sah aus, als gehörten Toastständer und Liegestühle zu seinen Vorfahren und dieser Eindruck wurde von seiner Kleidung unterstrichen. Rincewind sah genauer hin Die hagere Gestalt bot sich in der traditionellen Aufmachung eines barbarischen Helden dar. Einige eisenbeschlagene Lederriemen, hohe gefütterte Stiefel, eine kleine Reisetasche, natürlich aus Leder, und eine Gänsehaut. Nun, man konnte ein solches Kostüm keineswegs als außergewöhnlich bezeichnen. In Ankh-Morpork lief man dauernd ähnlich gekleideten Abenteurern über den Weg, aber Rincewind begegnete jetzt zum ersten Mal einem barbarischen Helden, der Der junge Mann folgte seinem Blick, starrte an sich herab und zuckte mit den Schultern. Es blieb mir keine andere Wahl, sagte er, ich habe es meiner Mutter versprochen. Du trägst Unterwäsche aus Wolle?